hallo leute und ein herzlich willkommen wieder zurück heute mit mark rumpet im 1 zu 7 boss wieder unterwegs heute habe mir gedacht ach komm ich pack mal neuen supra aus bitte die neue supra ihr wisst ihr sagt immer die neue supra die supra der supra das supra sagt ihr wollt ist mir komplett egal auf jeden fall fahren wir damit heute ein bisschen rum heute schnell unterwegs so sieht es aus und wir schauen was heute wieder mal zu 7 geht ihr wisst letzte zeit stress 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 pur also sieben geht kann irgendwie alles irgendwie hoch runter links rechts auf jeden fall leute wenn es nicht wusste das kostenlosen leichter wird mich sehr hart freuen lassen kostenlosen abo da aktiviert das glöckchen damit verpasst ihr auch nichts mehr schaut auch gerne auf discord vorbei da gibt es immer ankündigungen discord link in der beschreibung und wurde gerne im shop vorbei die plüschtiere werden jetzt bald versendet also wer noch nicht hat es gibt noch plüschtiere ihr könnt zugreifen es gibt auch noch autogrammkarten das heißt wer noch eine autogrammkarte will die von mir unterschrieben wurde mit einem plüschtiere wuppelt gerne in den shop rein auch link in der beschreibung jetzt starten wir durch so vielen dank auch schon mal die leute ich wieder abkommend ich weiß ja schon wieder zu spät aber das ich finde das gehört dazu wir müssen zu spät sein wir müssen der deutschen bahn irgendwo konkurrenz machen leute das geht gar nicht anders max youtube gaming dank für ganze 99 cent der wuppelt raus der philipp seidel jede minute zu spät 10 euro auf den nacken jetzt war ich acht minuten zu spät glaube ich ne ja acht minuten zu spät das macht mal acht euro bitte so leilheit nicht er ist zu spät wir sind zu früh da will ich das selbe meinten dr eiscreme moin kennst du mich noch und wie geht es dir dr eiscreme also nie gehört wurde aber lange an dr eiscreme ich werde mir den namen ab jetzt merken und daumen der schwabe viel liebe mit 25 euro vielen dank für uns das ist ein super chat alter er ist für dich so schau mal ich glaube ich war erst mal 27 ich war nämlich lange nicht mehr da ist 1 zu 7 auf dem nun gucken wir mal ich war das teil viel zu selten ich habe mir das mal gekauft habe mir gedacht ach heute fahr ich das mal aus passt schon ich hoffe es funktioniert auch alles weil ihr wisst ich habe pc ja immer noch neu aufgesetzt audio quali überlege ich noch ob ich ein bisschen was pushen werde ein bisschen was am kompressor weil ich habe ein kompressor drin ohne kompressor würde sich das alles scheiße anhören ist leider so ich habe mal wie es läuft so ich gebe erst mal ach ich geht zu meiner lieblingsdankstelle wobei ich darf ja kein autofahrer ich habe kein führerschein na egal kommen wir von unseren links anstelle passt schon ich habe mich halt den kopf anhalten und mir wieder sage ich auch kein führerschein fahr ich halt wieder weg habe ich nitro dabei ja habe ich zwei flaschen das reicht im fall der fälle nitro reinballern und weg sind wir ja ich habe keine ahnung wie schnell der entschuldigung wie schnell die super ist damit ich wieder ein paar leute triggern kann damit aber ganz ehrlich wer von euch sagt der und wer sagt von euch die supra im chat das frage ich mich gerade wirklich wer von euch sage die supra und wer sagt der supra weil korrekt also laut angaben von toyota sagt man ja der supra es ist der aber ich finde die supra hört sich weil die selika sagt es ja auch und ich finde supra hört sich so weiblich an ich weiß nicht das ist deutsche sprache schwere sprache auf englisch einfach der supra es ist super auf deutsch der die das ihr wisst bescheid ich finde die supra hat sich einfach schöner an deshalb sage ich lieber ich finde der supra ist so ich weiß nicht das ist der supra hört sich irgendwie falsch an ich weiß auch nicht warum aber eigentlich ist es ist es der supra auf auf deutsch also im handbuch steht auch der supra der neue supra stand irgendwo an der werbung aber die supra ist einfach so viel schöner ich finde dass es sieht doch ich finde auch das auto sieht weiblich aus ne kennt ihr das wenn ihr findet wenn wenn so autos einfach männlich aussehen und weiblich wie zum beispiel bmws sehen eher männlich aus porsche übelst weiblich supra finde ich auch weiblich nissan gtr komplett männlich ich finde es irgendwie lustig dass das man an formen weil guck dir mal den budi an es ist kein mann es ist eine frau könnt ihr sagen was ihr wollt ist das so oder also ich finde ich finde man man sieht ihn in fahrzeugen irgendwie männlich oder ob es männlich oder weiblich ist das voll krass da müsst ihr mal darauf achten wenn ihr daran denkt das ist nur eine form und man denkt daran ob es männlich oder weiblich ist das übrigens lustig eigentlich wenn du übernachten aber ich glaube die autobauer wissen das auch die die werden sich orientieren die werden sich abu die werden sich das gucken alter so wir haben raus einer philip style 1 zu 7 alter vielen dank die erfahrung vom stream bruder so hier deine 80 und 27 trinken kuss dinge was alter philip style mit 107 euro alter vielen dank also einfach vom stream bruder bitte mal alle 1 zu 7 in den chat bitte hauen sie mal alle 1 zu 7 in den chat wichtig und richtig so erstmal rumlos gucken wie sieht es aus schau und glück haben wir heute auch ja sag mal was ist denn heute los jetzt fehlt nur noch ein 10.000er und dann bin ich dabei bruder 1 2 ich habe 1000 gewonnen das reicht mir ich muss was essen alter huiuiui das ist aber ganz schlecht aus äh sandwiches mitnehmen ich finde es aber so lustig wenn das eine minute verzögert ankommt ne ich glaube mal 30 sekunden streamingverzögerung das dauert mal 30 sekunden bis es bei euch ankommt alles jetzt ist der ganze 1 zu 7 am chat ja so muss das 1 zu 7 einblende im 1 zu 7 stream so philip vielen damen haut da raus so haben wir das auch ein kaugummi nehme ich auch noch mit hallo kriege ich noch ein kaugummi bitte hallo kaugummi bitte ich will ein kaugummi ich weiß dass man die kaputt machen kann komm jetzt schlag doch ja kaugummis gratis kaugummis bitte dankeschön weil ich jetzt eigentlich schon tanken ich glaube ne ja gucken ob ich noch ein kanister kauf ich mir auch noch ja jetzt auf 2 zu 7 oder wir fahren das ding mal aus weil ich will mal ein bisschen schäders fährt weil ich habe angst davor zu flüchten von der polizei wenn das langsam ist hat das teil nicht eigentlich wartet mal antileg hat das nicht antileg auch ja hat es aber es ist buggy weil ich einen gemordeten auspuff drauf hab boah alter ist das laut ja gut ich glaube so fahre ich jetzt erstmal nicht rum in einer anderen innenstadt weil sonst kommen die cops und dann ist ihr habt keinen führerschein jetzt kein bock auf beef alter kein bock auf problematikus jetzt an dieser stelle aber ich wusste der hat äh sir sie können hier nicht parken aber ich sag doch der hat den sie haben immer drauf gemacht ne antileg auch super oh ne polizist ey ich werde sowas von angehalten wenn ihr mein kennzeichen liest ach bitte bruder bitte oah 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 zum glück das geil ist das auto fahr ich so selten die cops erkennen mich darin gar nicht weil sag mal antileuter kennst doch schon das fahrzeug von weiten wer das ist wenn ich jetzt mit dem hundebundle 01 fahren würde dann wäre ich hier wieder angehalten reden geht aber schon gut oder was zum teufel was zum teufel warte 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 hä also ist das immer wenn ich einsteige hä dieses spiel das macht mich echt fertig ich sehe immer wieder neue sachen nämlich also was mich an den npcs echt zweifeln lässt es gibt immer neue sachen es ist unglaublich unglaublich sowas hä 107 Alter Epsilon Alter nochmal 107 heute geht aber die 107 ab hier ich liebe diesen beat 107 dankeschön an Epsilon und er schreibt nichts dazu das sind sowieso die besten einfach nichts dazu schreiben einfach reinballern die 1 zu 7 in vielen herzlichen reizt haben leute aber jetzt wieder 1 zu 7 in den chat ihr wisst bescheid der chat wird heute voll so mit 1 zu 7 1 zu 7 und da palmen aus plastik haben wir eigentlich plastikpalmen bei uns zu hause ich weiß nicht haben wir bei 1 zu 7 plastikpalmen im haus vielleicht sicher ich habe auch noch gar nicht gesagt doch ich habe ich habe führungsstage gesagt ich komme heute ich schau mal wer heute alles da ist mal schauen alter aber vielen nack alter epsilon ich weiß was ich prüge hier mal raus lassen wir mal einen money ranger das sind 107 euro noch mal alter ihr schwimmt doch ey mal bitte den geld trinken für den wunst dankeschön auf ganz oldschool angelehnt was haben die leute wieder für autos alter und wer parkt denn da so schrecklich mit seiner black series wer parkt denn so schrecklich alter abschleppen lassen schau mal wie parkt denn er too fast opa ist das unser opi den wir haben ja klar dass er so kacke parkt hat er hat er jetzt nicht ernsthaft ihn gegönnt wie heißt der opa nochmal irgendwas mit mit hellmut ne und wir nennen ihn mal darkmut jetzt das ist der sound auf der spende gut das ist der kann nicht parken er kann nichts dafür der probiert sein bestes also ich will erstmal sachen von unten glock habe ich stimmt präzisionspistole habe ich schon mal ein paar sachen unten erstmal west und so holen du wirst bescheid und werkzeugkasten wir mal haben sonst holen wir welche mal guck mal was heute ansteht ne bei 1 zu 7 guck mal der boss ist in der haus mal gucke hat sich ja alles ein bisschen hier umstrukturiert aber zum gut muss ich auch sagen also seitdem wir alles umstrukturiert haben funktioniert ja auch alles mal es ist halt die oldschool zeit ein bisschen back muss ich auch sagen es ist halt schon geil wir rekrutieren viele leute wir haben wieder komplett offenes offenes ding also nicht mehr nicht mehr irgendwas geheim machen so wir machen halt alles offen gelegt alles so werkzeugkasten habe ich ja nicht schau mal mal item nehmen werkzeugkasten bitte ach alter Philipp nochmal mein Bruder haut dir nicht so viel raus aber Werkzeugkasten haben wir da nicht nochmal 50 Euro alter dankeschön was schreibt mir dazu Philipp weil du weil du geballt hast das so nearly off duty geht Alter das war ja so geil ach das dafür waren die 50 Euro jetzt weil ich 50 Euro gewettet habe im letzten stream danke Bruder ja ich habe nämlich im letzten stream wo ich mit Andel auf Streife war habe ich mit euch 50 Euro gewettet aber ich habe einfach so was von 50 Euro gesagt keine Ahnung habe ich dann gesagt so ja ich wette was mit euch 50 Euro das Andel jetzt offline geht und einfach 30 Sekunden oder nicht mal 30 Sekunden 10 Sekunden später ja ich lege mich jetzt mal hin du weißt immer ganz genau wenn Andel müde ist und schlafen gehen will das merkst du das merkst du aber direkt da ist immer das Fenster offen sagt er ne irgendwann hat man gesagt Andel macht immer das Fenster auf oder zu und dann 30 Minuten und dann macht er einen Stream aus das ist so ein Indikator wenn Andel keinen Bock mehr hat zu streamen geht da schlafen es sind so viele Autos da ich will nur gucken wo die Leute sind es sind so viele Autos da aber keiner ist am Anwesen das kann gar nicht sein außer sie sind alle irgendwie zusammengefahren ich will die irgendwie keiner da aber es sind doch alle am ich gehe mal jetzt Funk an ich schaue mal ins CAD ins 1 CAD gucken wir mal 22 Leute warum sind die gelb was ist das 23.4 vor 5 Tagen haben wir aber ganz schön viele eingestellt dann haben wir den Helmut genau das Helmut Ritter dann haben wir einen Tag danach wurden so viele Leute eingestellt what also kenne ich irgendjemand von denen Lorenzo, Leon, Jason, Mike, Tobias Weber, Jay wo haben die die ganzen Leute aufgegriffen ich dachte mir so was ist denn los 22 Leute Bruder ich gehe mal in den Funk rein ich frage mal was da los ist ich habe ja nichts dagegen ich habe doch gesagt wir sollen einstellen aber so viele habe ich jetzt auch nicht gedacht Jack wir stürmen gleich die Police Academy bitte was? wir stürmen gleich die Police Academy habt ihr noch Platz? ja wo bist denn du? ja gerade am anwesen ich bin nur gerade schockiert wie viele Leute gerade da sind ja es gibt einige Neuigkeiten ich hole dir mal ein Teil auch ok danke warum stürmen wir die? rumpel dir mal ein Telefon dann kann ich dir informieren ok ich bin Ivan mit und dann komme ich zu deinem Spot und hole den da wir stürmen dieweilen Racheplan noch aus ja ich bin gerade auch nicht von wem aha von wem von mir also Niklas Schmidt und Karl Schmidt achso ja ich hole den Mark und Ivan ab und ich hole dann Ivan achso wollt ihr diesen Typen da holen diesen einen den ihr nicht leihen könnt ja ja weißt schon über den haben wir ja geredet wir haben heute Bewerbungsgespräche da deswegen ich bin gerade mittendrin ich weiß ja warte da wusste ich jetzt auch nicht ich nehme mal was habt ihr alles dabei? Langwaffen? ja komplette Ausstattung lange Waffen und Wolfi holte ich dann noch mit ab und dann gehts ab dunkle Kleidung wichtig dunkle Kleidung ist aber egal welche ne? kannst jetzt egal welche anziehen es geht darum halt dass keine Zusammenarbeit 9 0 7 alles klar ich weiß nicht Bescheid dann erklärt ihr euch ja bis später jawohl bis später ciao ciao kompletter Quereinstieg die stürmen heute die Dings die oh du weißt schon mal für mich mit dem Werkzeughofer auf dem achso fast schon ich kann kein Werkzeugkiste hochholen ja 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 was brauch ich noch irgendwas also erweitertes Magazin du du fertig und dabei oh da hab ich jetzt richtig Bock drauf ey aber das ist so Quereinsteiger ich komm online ja wir nehmen gerade hier den Dingshop aber jetzt halt wieder rum die wollten Rache ne Racheaktion machen Alter hat er nur bei 1 zu 7 rausgewuppelt ich guck gleich nach Bruder was ist denn heute los ja gut ich weiß ich mach heute 1 zu 7 aber so viel hier erweiterte Mags hier rein ballern yeah so erweitertes Mag Mag informativ jetzt für euch Thompson ist da ich wiederhole Thompson ist da die Spotter fahren jetzt Richtung West Highway und ähm wir gehen jetzt rüber zu Plan B ja klar einer muss ja kann man hier weiter das Mag drauf tun ne kann man nicht schade wir gehen aber noch nicht hinzu oh ich wollte schwarz sagen ich bin gerade am gerennen ne haben wir keine was macht der Heli bei Plan B du startest dann wenn ich dir das sage ich muss meine AOG oben raus holen und mich anziehen und Leute kommen oh das wird heute richtig geil ich hab so Bock drauf es sind einfach 22 Leute ey mit 22 Leuten das jetzt stürmen das wäre heftig ich weiß nicht sind die alle jetzt auch schon dabei oder ist die Frage ich glaub schon ne oh ne Katze will raus genau jetzt warte Katze warte ich bin gleich bei dir Süße Süße Maus ich bin gleich da ja bitte ähm würdest du dann mit Mark zusammen den äh West Highway Zugang mit äh Tim Wolf zusammen übernehmen äh ja ach du sitzt drin hab ich schon fast gedacht ja äh äh oder du ziehst das diex hat wieder nie weil er sich hat wieder ja komm ich zieh schwer um er warnt über der äh Academy gewesen direkt Ivan ich bin jetzt am Gelände ich bin auf dem Gelände zum Subm 4CVDs gekommen boah wird das geil äh ja Wolf ja er hat noch was Geld für lang war für mich ja hab ich das hat sich aber heute gelohnt also sieben zum Beispiel ich hab nämlich überlegt ob ich heute Karl-Heinz machen soll ich war heute so 50-50 gespalten mach ich heute 1 zu 7 oder mach ich heute mit Karl-Heinz da hab ich mir so ich bin aber 1 zu 7 ich bin immer so lange dabei ja das ist aber geil jetzt das freu ich mich äh das wir heute so was abgehen können und vor allem mit so vielen Leuten das ist ja richtig geil erinnert mich an die Kriegszeiten so bisschen zurück ich weiß noch nicht habe ich ein eine Maske oh ne ich muss noch eine Maske holen also so geht das nicht äh Wolf wir müssen noch Maske kaufen gehen ok ok ach kacke das ist so kacke ich muss hier raus ich muss hier raus ich muss hier raus ne ich muss jetzt echt äh hast du gebrochen ähm äh weißt leider so wie es sich anders ab in den gepanzerten ich bin nicht mehr ah das sind wir doch ab und zu aber warte mal hier mal so ich leg's mal vor Alter warte jetzt 1 zu 7 äh der Friesenwolf87 schaue deinen Content Zeit ein paar Wochen feier dich mach weiter so ich bin grade Mitglied geworden Alter vielen Dank hier an äh äh Friesenwolf87 für 1 zu 7 ja ich muss hier raus danke bitte ziehen sie die Weste aus danke ich brauch noch ne Maske ne richtige weil meine ist ein bisschen auffällig ein bisschen obvious alles gut sag mal aber das habt ihr habt ihr wie lange macht ihr das schon im Plan äh die machen das seit vier fünf Tagen im Plan ah das ist ja super ich hab davon nichts mitbekommen ich hab nur irgendwas gelesen im Ding irgendwas wegen der Rache oder irgendwas wegen nem wegen nem äh also Warten Ding Jaja weil sie wollen ja auch ein bestimmtes von der Police Academy haben zum Poltern und die restlichen was wir noch mitnehmen mit denen könnte man eine Asservatenkammer machen ok ich hab nur das Ding Teil mit der Asservatencover gelesen oder gesehen den Rest hab ich nicht mitbekommen was ihr vorhabt die wollten eigentlich ja mehr machen die wollten ja quasi ähm Staatsbank Juve und PD gleichzeitig dann ah soll jetzt Gruppe von Easterwell auch mitstürmen oder sind wir ich hab nicht vorhin Sablet geguckt aber war schockiert dass 22 Leute da sind ja wir haben ziemlich aufgestopft ich ja ich hab's bemerkt perfekt dann fahren wir einfach durch und stimmen Müssen wir dann alle neue Leuten zeigen so die da sind dann später sicher das machen wir heute noch ja aber das wird mir interessierbar sein einer sitzt dabei genau einer sitzt da drin ahaha ahaha ahja wie gesagt ich werd mich jetzt erstmal die nächsten Wochen wieder nicht auskennen was heißt ja Wochen Monate ahaha stimmt aber ey ich werd den Leuten sagen sie sollen bitte alle dieselben Haare also ich kenn sie mittlerweile alle schon vom Dicht her schon vom Dicht her soll ich mir die die alle höre Bewerbungsunterlagen mit was hörst du ja ich die höre Bewerbungsunterlagen ja Markus bringt genau so wenn die eh wieder anscheiden also wir sind jetzt am Maskenladen wir fahren jetzt wieder nach wo ist denn unsere Maske ah da hier die brauchen wir so so naja aber jetzt noch nicht ein Panzerwagen sicher safety first aber pass auf ich glaub der wird gleich schmett hier der Kopflose ja der Stolper der wird schmett ist alles gut da wollen wir noch schnell danken so Philipp Seidel das haben wir vorgelesen genau Radical danke von Euro Magna Lump mein Würstel ist bloß Swords Haas wie man Cola über die Couch schüttet danke dafür lieblings ohne PS das ist das einzige was ist auch der Pfanne es ist einfach der Supra der Supra genau das krasse ist der der sieht so wendig aus aber wenn du ihn selber fährst dann weißt du dass er nicht wendig ist wie gesagt den kannst du komplett vergessen der ist nur gut weil er auch daubig ist und weil er gepanzert ist ich wollte mir nämlich auch kaufen hast du den hast du schon länger den den hier nö seit der Woche du hast den sicher gekauft in der Anzeige drin stand ne nicht den für 500 sondern der für 400 kostet genau genau weil den wollte ich mir auch kaufen aber ich habe es dann gelassen wegen dem Handy ah ok dann habe ich noch einen drin um 500 ah gut es ist mir zu teuer weil den für 400 wollte ich mir kaufen bis es mir aufgefallen ist dass das Handling halt kacke ist das Handling ist scheiße aber jetzt ist es halt der einzige für Zivilisten erreichbare Opfer oder was gepanzert ist naja das wird schon cool sieht auch stylisch aus das Ding ein schönes Quad das stimmt ja vor allem ist der Biercat gepanzert nicht auf irgend gepanzert also die Scheiben behalten 10 Magazine von einem Bier aus aber die gehen schon irgendwann kaputt oder na die Scheiben nicht gar nicht die Scheiben gar nicht gleich wie beim bei der Biercat ach du kacke ok das ist schon heftig also damit ja aber Platten kannst du schießen oder Platten kannst du schießen oder und das Ohrnachteil ins Vorder kannst du rausschießen weil bei der Biercat kannst du ja hinten reinschießen ja und bei dem Auto kannst du vorne bei der A-Säule reinschießen mhm ok das heißt A-Säule müssen wir aufpassen genau ja aber Fenster sein absolut krank oh da freue ich mich heute drauf Niklas äh Simoneid und Alex Jemana versippt werden Doki Nummer 52 dank für den Euro auch PSG 1999 danke für 48 48 50 schweizer Franken ne alter vielen vielen Dank alter die 48 schweizer Franken dankeschön ähm hauen sie raus Bruder Philipp Seidel haben wir Folklesen Vanessa Strübig ist auch wieder um stattdank für den Euro und haut auch immer raus Julia grüße danke Julia äh mit einer ganz langen Zahl am Ende der für den Euro Manuel Rost krass in zwei Monaten habe ich einfach einen halben 100 da voll bin schon 48 Monate VIP alter Manuel Rost haut raus ey Manuel Rost aber auch wirklich einer der Zuschauer die man sich immer merken kann vor allem schon wo lang am Start ne ist der bisher schon echt lange dabei da geht Kuss raus Radical 06 12 dank für 1,16 äh Epsilon haben wir vorhin vorgelesen das war's ja genau Nico Stream danke fürs VIP werden Elias Lost Place bin ein stiller Zuschauer und wollte mal danke sagen bin seit 100k dabei liebe dich mach weiter so und dann mögt das der Katze Video mit mir seit ein paar Tagen endlich wieder bisschen Ruhe mit der Katze ja wir haben ihn mit nach Hause genommen dann ging es ihm wieder schlechter und jetzt wir haben eine Vermutung was er gehabt hat jetzt aber wir schauen mal Boah der kommt er hat kaum Schmerzen er hat riesig auf Schmerzen dann können wir den bitte überholen bevor er stecken wird vorher nee David holen ja ich ich hab Angst den überholen auf einmal ist der irgendwo in der Luft wenn du im Funk zuhörst dann weiß es Tim wir sagen jetzt gleich bei der komischen Bike-Rabado bei der komischen Bike-Rabado wo ist gleich wieder Ivan und Standort Ivan und Standort Ivan und Standort das ist halt lustig Rockstar moin moin liebe grüß an dich und an äh francellico mp danke alter Rockstar mit 20€ mit am Start vielen Dank tschach ok Informativ für euch das wird sie bitte schwerer als ich dachte ähm wir sollten hier stürmen müsste ich schau ich hab das heute überfahren weil meine Kumpels machen sich darüber lustig ich lenke sich ein bisschen ab danke Alter was hast du für Kumpels sich darüber lustig machen spinn doch alle anderen die etwas weiter hinten sind bleiben trotzdem noch bei den Marschen stehen und bedrohen die nehmen die gegebenenfalls als Geisel der Cybertruck ich denke bitte dass die äh sofort auf dich schießen werden wenn du sie bedrohen wirst also wenn wir uns nicht wenn man die Waffenausschüsse ausstattet wohl das macht man uns jetzt bleibt wenn das Todzeug steigen muss oder steh muss in der Leidenheit tut mir echt leid für dich Bruder aber was hast du denn Bruder was hast du denn für Kumpels die sich über sowas lustig machen die möchte ich kein Wort mehr reden die Straft ist jetzt wieder möglich und gibt unsere Information auch noch wer von Hinterhalter Merci alle was jetzt in Cybertruck reingestiegen sind ich sag's euch gleich ich kann nicht Offroad fahren gell was kannst du nicht Offroad fahren warum geht's nicht weil ich Anita bin in Offroad ach so das meinst du ich dachte der Cybertruck kann's nicht ich dachte du fährst zwei Meter hoch und dann bleibt er stecken oder so na na der kann's eigentlich am Hause aber er kann's auch nicht du wenn's uns überschlägt ist halt so fang mit der Story am West Sideway an wo jemand in dich reingefangen ist und du bewusstlos wurdest im Cybertruck halt die Klappe sei froh dass du dich mit der G-Klasse mit Edin überschlagen hast das war ganz schön lustig ich wollte mit dem Cybertruck eine Straße absperren gell vollgepanzerte Cybertruck dann fahrt vor mir ist Edin mit dem BMW gestanden ein Polizist fahrt in Edin in BMW rein in BMW steuert es auf dem Cybertruck ich war bewusstlos ja ich war einfach bewusstlos hast du den dann schon gepanzert gehabt im Cybertruck ja der war genau vollgepanzert alles der BMW hat da Cybertruck drauf gebraucht und ich war bewusstlos das war aber Karma weil wir die Bullen so genervt haben und den Tag was ist das eigentlich bei uns wirklich? nicht Brian alter der PSG Leute so hat es schon mal mit 100 Teils erfangen ich weiß nicht Marc alter Bruder vielen Dank Alter haut der raus heute was ist heute los du? das war ein Halter Bruder hat der auch schön den Daumen ausgestreckt du übertreibst nicht? ja den dritten Daumen schau mal kurz hier ich hab hier so viel FPS gebt euch das ey PC neu aufsetzen hat sie so viel gebracht ich schwöre ich hab so viel FPS mehr jetzt am PC ist es heftig es ist wirklich heftig was das ausmacht wenn man PC neu aufsetzt der Start ist da meine Planungsgenie wer da? da schau mal kurz ins ZD wir sind jetzt so 23 alter haben wir irgendwo ne Planungsliste super Niklas Schroni ah da bin ich eingetragen worden mit Zugriff West Highway dann schauen wir alles weiter dass er dann sagen kann wo Toms genau ist damit wir drauf kommen ey sag mal wir sind eingeteilt Zugriff West Highway was machen wir da genau nur dass ich weiß Tim jetzt bist du dran ach jetzt darf ich das erklären? ja jetzt darf ich das erklären ja jetzt darf ich das erklären weil ich bin jetzt fähreinsteiger ich bin hier dabei Wolfi ich hab nur bei dem Teil zugehört den ich erledigen muss und das ist zu stellen ja wir müssen einfach zugreifen wenn sie sagen Zugriff fahren wir einfach rein und nehmen euch das Weißel warte du weißt das selber nicht hast du nicht zugehört im Tablet steht West Highway müssen wir äh zugreifen steht Zugriff West Highway hey es war die geplant dass ich da jetzt aktiv mit reinfahre naja wie warte ja ich hab mich eigentlich gar nirgends dazu eintragen weil ich eigentlich so mehr oder weniger Außenstehender und letztlich die Rechnung machen wollte ich glaub Zugriff dass wir vom West Highway in die Richtung reinfahren weißt du was ich meine? ja das bin ich an wenn wir am West Highway stehen ja klar wer hat einen Plan gemacht also wer hat das erzählt wie das geht äh die Schmitz aus ach äh 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 die die äh Schmitz haben es gesagt ok und du hast nicht zugehört das ist super ja holst du halb teilweise ha 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 wirst du eingeschlafen wieder lange besprochen bitte wirst du eingeschlafen ja die haben lange besprochen ok ja gut wir hatten damals auch schon öfters mal längere Gespräche wo du einfach eingeschlafen bist so halb oh ja du einfach denkst nach zwei Stunden und dann drehst du dich die ganze Zeit im Kreis das ist immer dasselbe Thema ich bin fast ausgerastet oft ne das stimmt ja das ist auf Dauer echt anstrengend wie stundenlange Rederei immer boah aber manchmal lasst du es halt nicht vermeiden oh du brauchst diese Pizza pizzerierter Pomodori wenn der Käserand nicht so enkelhaft wär wär wär's ja ok mhm mein Mann ist jetzt auf dem Gelände check am Ende wer sitzt jetzt eigentlich hinter mir und wer sitzt rechts vor mir voll so einer Daumen geht damit wir wissen daher ich sitz rechts von dir ich sitz hinter dir ok ok sind wir nur zu dritt im Auto ja ja jetzt schon ok ja wir haben den Rektor hier zwei ja jetzt ich soll meine Meinung dazu wir haben grad zwei verschiedene Ideen entweder wenn wir stürmen sollten Maxi Endersen Dank für 2 Euro vorher auf der East Side wo vermutlich nur ein Fahrzeug stehen wird entweder verdeckt mit Schalldämpfer versuchen den dritten Kopfschuss zu geben und dann drauf zu stürmen oder wir ähm versuchen den S Geisel zu nehmen ich glaub du hast ich glaub du hast ich glaub du hast ein bisschen zu viel Hitman gespielt kann das sein aber der wird Panic drücken ich hab auch noch eine Idee ich hab auch noch eine Idee mit Schalldämpfer einen Kopfschuss geben äh er nimmt den Achen in den Spitzkasten ok er wurde er wurde vermutlich durchsucht und wird deswegen keine Waffen bei sich tragen er wurde jetzt wahrscheinlich durchsucht das Fahrzeug wurde auch durchsucht also ich schätze mal schon ja jetzt können wir eine Waffe reinschmuggeln ok was ist wenn wir eine Waffe reinschmuggeln bei Border Endgame bei Border Endgame entstehen Marshalls und du fluchst also das ist gerade erledigt ja das steht Marshalls vorne hat nur einen Taser dabei offiziell nicht passt aus der Buse im Navi sieh ich aber die haben mal bei Border Endgame hätte ich später das auch nicht gemacht da einen Zugriff zu starten ist ganz schön heftig das klingt jetzt ein bisschen blöd aber noch nie waren solche Sicherheitsmaßnahmen hier in der Vergangenheit offengelegt wurden wie jetzt es sind mehrere Officer hier mit Langwaffen da es sind Marshalls mit Langwaffen da also irgendwas ist ja seltsam ich kann's doch sagen woran ist doch seltsam ich ist so ein bisschen seltsam in der Ordnung ist das jetzt wie die Worte der nächsten Typen sucht seit wann wissen die das? vor Wochen also vor Wochen na gut dann das Klasse ein Aufgebot ist aber das ist ja die erste Bewerbungsphase wieder seit Ziel des Kopfkaufs Eierkörn ich würde den Helia holen die abspringen mit dem Fallschwamm aber das bringt ja auch nichts wenn nur 13er sind ah gar einen Fallschwamm mit dem Fallschwamm mit dem Fallschwamm da bin ich in der Ordnung da sind wir das ganze sein lassen oder sollen wir stürmen wenn's soweit ist? so ich halt mich da raus das ist euer Plan also macht sie das jetzt wie mischt mich das denn ein? das ganze hier läuft nicht nach Plan ja dann entscheidet sie jetzt in deinem Fall ne ist beide weil jetzt habt ihr das ganze Haus gearbeitet sagt das ob wir stürmen sollen oder nicht? das wäre der Zeitpunkt und das wäre der fette Schießerei und wir gingen noch niemals lebend raus wo war ja äh schwer ja außer wir haben irgendwie eine Geisel und können uns da reindrücken lassen wenn wir von außen irgendwo zwei Varianten da hätte ich gerne die Meinung von der gesamten Familie Variante 1 wir versuchen sowohl den Marshall auszuklinken auf dem auf der East Zufahrt sowie auf der West Zufahrt und diese als Geisel zu nehmen sollten diese natürlich direkt schießen müssen wir zurückschießen geht nicht anders und dann müssten wir stürmen bin ich dafür Option 2 wir passen noch für euch nieder was sich zu weg war Option 2 darf ich dazu was sagen? ja wir hatten doch gestern das Problem dass jemand den wir als Geisel nehmen beziehungsweise Hops nehmen wollten direkt Panic drückt dann wissen die anderen sofort Bescheid dann bringt auch n Schuss nix mehr dann bringt auch n Schuss nix mehr dann bringt auch n Schuss nix mehr mit der Panic Button gedrückt also ja das hören dann alle ja mhm es geht eigentlich nur darum dass wir versuchen vor allem ich will da eigentlich nicht hinfahren und den Druckfaktor unterhand haben sondern eigentlich das mit so wenig Feuerkopf wie möglich machen ja das ist eigentlich wenn wir einfach reinfahren mit dem Auto und einfach die Barrieren durchbrechen aber vielleicht wenn wir die da liegen wenn wir stürmen sofort auf die Bewerber los zu gehen die stehen da direkt um die Ecke und vor allem wenn sie vor die Fahrzeuge stehen da wird es schwer mit durchbrechen aber schau mal den wir suchen dann muss der hier irgendwann mal rauskommen oder ich hab halt die Vermutung dass wenn wir an den Eingegen eingefahren kommen und aussteigen nur aus dem V-Renten gebonzert im Flug rausholen die Schnecke ja stimmt auch ja das ist schwer den da rauszukriegen alter wie soll man das machen ja deswegen müssen wir halt gucken dass wir vielleicht ähm ich weiß halt nicht wie es da vorne aufgebaut ist das ist echt schon leis vielleicht könnte er durchrasen indirekt und äh zu den Bewerbern direkt die als Geisel nehmen das Problem ist sobald wir das durchbrechen erstens hat noch das erste Fahrzeug oder beide Fahrzeuge vier platte Reifen und das zweite sobald wir das durchfahren löst der einen Panic das macht gleichfalls wie wenn wir sie auf den Kopf nehmen dann naja das ist richtig aber sobald ihr den Bewerber dann als Geisel habt dann glaub ich nicht dass sie weiter schießen folgender Vorschlag wie wäre es denn wir uns dem Westheimer Tor zu Fuß nähern über die Büsche so leichtes Ziel vielleicht noch mehr ohne Deckung ja aber auf Befehlens weg damit aber das leichtere Ziel ihr habt nämlich keine Rückendeckung vom Berg runter snipen mit der mit der großen Waffe da hier haben wir wieder das Problem dass wir sie dann direkt unten jetzt will die auch nicht ja das ist auch blöd ich weiß ja aber wenn wir die Zielperson wollen dann dann wollen sie ja verhören und quälen ja das ist halt scheiße ne wie wirst du denn rauskriegen das ist halt hm das ist ja gerade das Problem wie wirst du da nicht lebend rauskriegen ey sag mal können wir nicht irgendwie wen einschleusen von außen das ist hier das Problem ist die werden alle komplett durchsucht am Reinfahren Autos und Personen können wir nicht irgendwie was reinschmuggeln ja es gibt nur ja wenn in die Police Academy gibt es nur die zwei Einfahrten oder wir haben keine andere Nein beim Zaugen doch 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 es gibt eine Mauer wenn du ein Fahrzeug da hinstellst kommst du drüber aber dann kommst du zu Fuß dahin stimmt stimmt hinten ich weiß wo das ist das könnten wir uns treffen ja aber dann können wir zu Fuß dort hin und dann versuchen unsere Nein der soll dort hingehen der soll dort hingehen und wir wir geben ihm eine Waffe das fällt auf der steht mit den ganzen Bewerber da der kommt so klar nicht zu weit entfernen das ist das andere ich bin nicht das heißt wir können wir können nicht mal zu ner zu ner zu ner Ding fahren zu ner Mauer und er kann da weg ne ne eben wir können zwar rein alle aber das haben halt ohne Fahrzeug drin boah das ist schwer alter das ist richtig schwer eben für dieses Next Level was wir da probieren können ja Kubschrauber kannst du auch vergessen haben wir auch an der Backcup aber der wird da nicht landen ne das kannst du vergessen schießen sie den runter oder der Panic ist schon wird der nur gesehen hallo zusammen ja jetzt ist die Frage wenn wir safe machen wollen also wie wäre es also wie wäre es wenn man wenn man bei der äh hinter uns war gerade ein G65 was wie wäre es wenn wenn jemand hinfährt zur Einfahrt so tut das wie ein Bewerber aber dann alle Hops nimmt so ja das ist ja das was ich mir auch schon gedacht habe aber die Schmidtsmannen halt das dann sofort Panic betätigt wird wenn da jemand auch schon aber wie willst du sonst du kannst ja nicht ohne Panic rein ich ich schon das geht gar nicht wie willst du der Marc hat gerade gemacht mit Kommen der Sonne und anders derzeit nicht ohne Panic rein also eventuell zu die Frontdauere hin und den was da stehen hopps nehmen weil die einzige Möglichkeit wäre alle einfach umnieten aber das bringt sich genau nichts ich glaube das bringt uns so Angst also es wird zu einem Panic kommen es wird dazu kommen ja das geht gar nicht anders äh spätestens wenn er aus dem Auto zwei maskierte aussteigen hat der Panic schon gedrückt bevor du irgendwas sagst da hast du den schon fünfmal gedrückt und wenn du aus dem Auto rausrufst kein Panic dann drückst er nach dann drück den auf jeden Fall dann drück den auf jeden Fall aber du kannst schon mal hinfahren und ganz nett sagen entschuldigen sie könnten sie jetzt bitte keinen Panic drücken wenn ich aussteige danke schön mhm schauen was passiert da vorne fährt ein schwarzes Auto gehört das zu uns hinter dem Baum da vorne vorne ist ein Auto geparkt äh beim West Highway da hinter dem Baum ist ein schwarzes Auto gehört das zu uns gegen der zwei was für einer steht noch? äh ja ich glaube der fährt der fährt der fährt der fährt ja das sind wir ah ok ja weil die standen da das eine waren erst sechs das andere irgendein Supersportauto mhm also ich warte jetzt kurz auf Neumanns Status da waren noch nie so viele Leute wirst man gleich sagen dass wir es nicht schaffen mit zwanzig Leuten da reinmarschieren wir haben ja schon Hinterhalt an der Masse geschaffen und weniger ja Hinterhalt wo sie anfahren ist aber leichter als wir irgendwo rein wo sie dicht machen was auch noch auffällt die werden sich verbarrikadieren da drin eben wenn wir da reinkommen die werden den Hangar nehmen und dann alles was reinkommt niederballern ja ich weiß nicht ob das ne gescheite Idee ist das hier zu machen oder ob es ob es sogar gescheiter wäre das anders zu machen dass man sagt man wartet bis der irgendwie mit seinem Auto rausfährt blau und G-Klasse auf der East-Zeit gehört die zu uns das wäre vielleicht schlauer wenn wir einfach bis zum Ende warten blau oder blau mhm genau 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 ich glaube die Marge zahlt zwei Stunden oder wie lange das dauert haben sie keinen Bock mehr das vermute ich dann auch ne dass dann später sich das ein bisschen auflöst das ganze Theater da vorbei ist und dann hauptsächlich wenn der rausfährt wieder ich hab mir nämlich die Werbeanzeige nochmal durchgelesen da stammt irgendwie dass man sehr sehr viel Zeit und das muss halt schon was heißen das hört wie lange dauert sowas insgesamt also die Bewerbungshause lassen sie jetzt locker erstmal zwei Stunden drei Stunden mit allem eine Stunde laufen weil sie nur 10 Leute annehmen und die Grundausbildung selber die dauert zwei, drei Stunden und die kleiden ja danach noch ein beim Einkleiden dann kann man sie hofft nehmen zu welchem Kleidungsland fahrne die wenn die Einkleiden fahren die fahren direkt am Akademiegeländer hin das ist das so wunder wie spinn die ja eben was ist wenn man sie da einfach alle zu bauen äh Lorenzo mit der Frage Hilfe ja nein das ist eine gute Idee ja ja aufroder voll gedönte Scheiben irgendwo Nähe da hat's rein stimmt bringt sich nichts die ballern die ballern direkt wir haben keine Chance das Ding ist ich hab halt keinen bock jetzt hier drei Stunden zu warten oder so besser wird halt nicht die sind Ticker haben nur noch fertig jetzt jetzt haben wir break da Schmitty was ist wenn wir sie vom Einkleiden habs nehmen das machen die erst nach der Unausbildung ne ja aber da sind sie mal angreifbar so macht's ganz Sinn so weit der Meisterschießer den kriegt der niemals lebend aus naja dann machen wir das so und dann platzieren wir halt für mehrere Stunden erst am Kleidungsladen oder irgendwo anders einen Spotter hin und dann das halt das ganze Ding im Stellen ist halt auch ne Möglichkeit und balles dann halt von allen Seiten rein wenn's zu ne Schießerei kommt aber Thompson wird nicht der Beisarbeit einkleiden wir wollen halt keine Schießerei haben das ist das Ding ja das ist aber den Thompson den wollen sie lebend haben ja aber das ist die einzige Möglichkeit da irgendwas zu reißen wäre das komplette Areal zum Stellen mit 22 Leuten und wirklich von allen Ecken das geballert wird anders bringt sich das nix weil du fährst rein und wirst ungeschlossen da kriegst du 50 Pidila hinterher also Pidila maß alle kriegst hinterher 50 mindestens äh Larissa wir kommen im Dodge Ram jetzt zu euch ich glaub am Anfang sind's jetzt noch am wachsamsten und dann haben wir so zwei, drei Stunden mehr und okay passiert nichts kurz mal Funkstille die die Klauegeklasse fährt hier hin und her ja ich steh vom Autohaus mit die Völgedänten schon jup zivil ja das Kennzeichen extra mad ja ja das kann sein dass die zivile G-Klauegeklasse ist weil ich war da bei der Aktion mit der Verkehrsenhaltung und dann weiß ich wer dabei können auch sonst abhauen dabei ne weil sonst das sehr auffällig wenn wir gewisse Autos muss nur ein Korb sehen dass hier ein paar Autos stehen ja eben ja dann haben die Alarmglocken fahren wir aber weg wir ziehen jetzt mal ab mit den Autos einfach nur dass wir nicht mehr auffällig sind ich fahr jetzt nochmal und du zähst die Waffen dabei vom rücksten wieder runter am besten ja Theoretisch hätt's ja geklappt hätten sie noch die alten Sicherheitsstufen damit wurd's ja auch geplant Frage äh zu Rough West oder East Highway soll ich mich eintragen weil nachzumachen jetzt grade macht das keinen Sinn Leute das Problem ist die verbarrikadieren sich da drin sonst und es darf ja direkt geschossen werden da drin das heißt wenn wir reinfahren wird geschossen wenn wir uns außen platzieren wird geschossen es ist keine Möglichkeit da dass wir sagen wir gehen nach Stealth rein äh der Plan wäre gewesen wenn wir dem vorbei das einzige das möglich wäre dass wir weg haben dann soll ja mal bitte kurz am Gelände sammeln das sag ich wenn man wenn man sagt die die wir eingeschleust haben drin dass wir einfach sagen äh dass der vielleicht kurz auf Klo muss oder so oder nach hinten das ist das macht keinen Sinn das ist halt weit weil er müsste vom Tower bis da hinter uns zu der Tower zu den Tower schon klar aber er kann ja vielleicht ein bisschen so mit Umwegen gehen weißt du was ich meine das wäre nämlich das wäre die einzig logische Möglichkeit da irgendwas zu reißen also wenn wir das jetzt da drin reißen wollen weil dann könnte man auch zu Fuß dorthin gehen zu diesem zu diesem Zaun dort und dort probieren rüber zu springen müssen wir mal gucken aber es wäre Möglichkeit wenn er sagt er muss kurz auf Toilette oder so vom Grundprinzip her ja aber das wäre trotzdem mit einem riesen Shootout entenden naja er könnte das Geisel nehmen weißt du was ich meine er nimmt dann wie in den Schützkasten naja das schon nimmt er das Geisel und dann würden wir dazu stoßen so aber es gibt noch zwei Möglichkeiten wie es enden kann entweder die bald an uns dann nie da drinnen oder wir schaffen es uns raus zu schießen eins von beiden naja ich kann die beruhigen wenn die an Ben nicht betätigen dann mögen wir da schauen dass wir da Land gewinnen weil wenn da Einheiten nachdrücken da langen unsere 20 Leute was jetzt 24 Leute was jetzt draußen nicht aus ja eben das ist ja ja ich bedenke wenn wir das später machen mit dem umstellen die werden da 100 pro auch die ganzen Leute mitnehmen wie viel auf ist das dann am Kreisag auf und so ein bisschen wie viel Späß nicht machen Freitagabend ja so ich hab keine Ahnung wie viele Officer die jetzt noch sind in der Regel eigentlich relativ viele wie viel ist relativ viel ungefähr 15, 20 sicher nicht viel können auch mehr sein ich hab keine Ahnung ich hab mal viele gekündigt eben ja ich wollte das war danke die können halt auch mehr sein dadurch dass die jetzt mit der Police Academy da Bewerbungsfaser aber exakt die aber exakt die aber exakt die ich mein der Plan dass der eine Klopause drin macht und wir übergeben ihnen was wäre auch eine Wirklichkeit ich sag nur wie es ist haben wir irgendeine Möglichkeit dass wir unsere Personen finden irgendwas reinschmuggeln können erwarten ja ja gibt's schon über die eine Mauer die da halt ist das ist ja das Ding wir könnten schon es ist nur die Frage es darf nicht auffallen ja ja ich sag dir gleich wenn wir zu diesem äh zu diesem Laden fahren wo die sich alle umziehen wenn die so hohe Sicherheitsstufen haben wie jetzt dann werden sie sich alle den Laden umstellen und wer weiß und wer weiß schon mal die Sicherheitsstufe wird ja nur sein weil sie wissen dass wir ihn suchen dreimal darfst du raten wer sicher nicht mitfahren wird zu diesem Kleidungsladen hundertprozentig würde da nicht mitfahren hundertprozentig nicht also wenn wir da was reißen wollen sehe ich das einzige einzige Möglichkeit gerade eine Waffe reinzuschmuggeln der Typ da drinnen eine geilese Name veranstaltet und wir dann von außen rein stürmen das wäre die einzige Möglichkeit gerade ja aber wie kriegen wir da eine Waffe rein da gibt es eine Möglichkeit es gibt es gibt einen Spot wo du ein Auto entstehen kannst kannst du über die Mauer springen so eine kleine Mauer ohne ohne ähm ah wie heißt es denn ohne ohne Draht ohne ohne Zaun genau da ist einfach nur so eine Mauer hinten wo man drüber kann dann ist Olli am Gelände oder ist mal jemand außerhalb müssen wir nochmal später wollen wir vielleicht drüber reingehen dann bitte dann bitte dann bitte dann bitte dann bitte alle Azubis einmal da drüben an die Wand nebeneinander aufstellen bitte das ist einfach sehr viel dazu ach du kacke das war jetzt gerade die Hälfte es sind noch mehr es sind noch mehr oi guck mal im Tablet da siehst du wie viel wir haben ich habe es gesehen ich war erstaunt wie viele das sind ich schau mal sag mal wo habt ihr die alle aufgegriffen ich bin auf der straßen xfd xmechaniker xpd wir haben alles aufgehabt warte zeig mal alles auf wer vom pd kommt und zwei fehlen noch drei vom pd fünf fünf vom pd ah krass krass gut wer kommt vom mechaniker mechaniker alles gut exbiker haben einen besten Fahrer von ebiker der führt in die racing-listen fast überall vor rein aha wer ist das? der wird sein Nudelkopf sehr lieb so dann darfst euch einmal von links nach rechts also von da nach da mal kurz also bitte kurz vorstellen wer seid wie alt und woher kommst ja ich versuche mich euch zu merken ich kann es nicht versprechen das sind jetzt sehr viele Leute Vornamen darf ich nicht aufsprechen weil sonst kriege ich wieder einen auf den Sack also warum? ja weil ich Ryan Coleman heißt Ryan Coleman und Ryan gibt's hier noch einen genau äh ich bin 32 mhm werd jetzt 33 geboren in Texas in Texas? ja Texas ja aber eigentlich wo warst du vorher aus technisch? weiter ja wir schauen gleich weiter wir machen das schnell wir gucken ich bin Jesse Tracy Tracy Smith ich bin aktuell 17 Jahre alt und ja genau der beste Fahrer weit und breit ne? 17 bist du ey 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 ich bin 17 so weiter geht's bitte ausbilder ausbilder von gebürtiger Sachse okay jetzt haben wir die ganzen Ausbilder bei uns das ist ja lustig wir sind ja Ramirez mit vorne nochmal mit vorne nochmal Ronny Ronny Ramirez ok Ronny ich bin Lorenzo Leone komme aus New Mexico bin 33 Jahre alt und äh ehemaliger Taxifahrer Lorenzo? Lorenzo Leone genau ich ne ich ich heiße fast so wie der Biker äh ich wollte das sagen ich wollte das sagen ich dachte jetzt auch ne ne ich bin nicht bei den Bikern ich dachte ich hätte jetzt alles weil er Biker war ja das dachte ich eben auch und da hieß es ja auch er war Biker deswegen bin ich ja verrückt an ne er hat gesagt Taxifahrer Lukas Frech bin 23 bin meistens halt Einzelgänger gewesen war wohl mal bei den Biker und den Ravens so wie ich mitbekommen hab ich hatte vor zwei Monaten eine Amnesie deswegen weiß ich selbst nicht mehr genau äh ja ok Ravens ich bin der Uwe ich bin auch dabei bitte ich bin der Uwe ja ich bin Tobias Weber ich bin Ex-Mechaniker warte wie Kleber Tobias Weber Weber Tobias Weber wieder Weber nicht nicht Kleber alles gut ne ich bin 24 Jahre alt bin Ex-Mechaniker und Ex-Staffler ja klar alles klar ich werd mir die Namen sowas von nicht merken das zwei sie jetzt schon bitte die Damen ja ich bin Helmut Ritter ach dich kenn ich ja die ich kenn weiter also ich bin Ninel Bahac ich bin 44 Jahre alt bin Ex-Pizzeria-Arbeiter komme aus Bosnien und ja warte Barc Barc Bahic Vorname nochmal Richtig Minel Minel Ninel mit N Ninel 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 Bahic Falls es zu schwer ist zu merken kann ich mich auch gerne Nino 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 sagt mir hier was Nino ja das ist in Italien bekannt Stimmt Nino war der Arzt ne ja ja ok das ist ein anderer Nino ich werde mir das merken Nino aber auf jeden Fall mit dem Haarschnitt mit dem ganzen Gesamteindruck aussehen hätte ich jetzt auch gesagt Pizzeria also ja ich war ach so ja nicht negativ gemeint er sieht charmant aus wie ein Italiener also ich glaube du bist kein Italiener oder ne ich bin kein Italiener ich komme aus Bosnien ja aber sieht charmant aus der Herr dankeschön bitteschön riecht nur ein bisschen streng hallo ich bin Aaron xTD xUSMS ähm ja Nachname Aaron Taylor Aaron Taylor Aaron Taylor hab ich aber auch noch nie gesehen haben wir uns schon mal gesehen ja wir wir haben uns schon mal gesehen kann lang her sein ja so zwei Leute die maskiert sind wo ich keine Ahnung hab ich werde jetzt sicher grad richtig verarscht ne ich bin die Ulrike Gottes Will oh mein Gott nehmen wir mal die Maske runter wer ist das jetzt ja ich will mal sehen wer das ist vielleicht kenn ich ja die beiden Schmittis ah ja jetzt ich hab euch grad nicht erkannt mit der wunderschönen Brille ich hab euch grad wirklich ernsthaft nicht erkannt mit eurer Brille das war Sinn und Zweck ja ja danke also ich find ähm hier äh scheiße dein Name nochmal Helmut ja scheiße Helmut danke ja Helmut und ähm und Schmitti sind sich sehr ähnlich wir haben gesagt das ist der Vater das ist der Vater das ist meine Tochter ganz kurz wir sollten das wurde gestern beschlossen ganz kurz äh wir sollten vielleicht den Vorgang jetzt besprechen weil Neumann da immer noch drin ist und mit Thompson grad spricht das ist richtig ach stimmt da war ja was also Neumann ist da noch drin und er spricht auch grade mit Thompson Thompson ist wohl vor dem Tower und es gibt hinter also es ist wir haben mit allem gerechnet aber nicht mit solchen Maßnahmen gerade dass da auch eine G-Klasse und so weiter und wenn es dann rumfährt wir haben mit allem gerechnet aber nicht damit deshalb die also jetzt mal die Idee wäre jetzt die Idee wäre jetzt gewesen die einzig logische Idee wenn wir da rein wollen in dieses Ding eben eine Waffe in die anzudrücken und das äh probieren so gut wie möglich unauffällig zu machen weil alles andere was jetzt versuchen würden von außen rein zu kommen wäre Selbstmord bin ich der Meinung aber vielleicht habt ihr eine bessere Lösung und dann soll er Thompson als Geyser nehmen oder was? ja das wäre die einzige du das wäre die einzige Lösung ihn da raus zu kriegen lebend anders ich sag dir wie es ist alles andere was wir machen ist Selbstmord oder es endet in einer Schießerei und wir kriegen ihn nicht raus also wo du Leben haben willst ja ja Schmitte ähm man bekommt da easy Personen und easy Waffen äh rein ohne Fahrzeug und ohne Haupteingang es gibt hinter boah warten wo ist das wo wir angebaut haben hinterm FB ne naja das hat uns der Mark schon gesagt dass es so einen Spot gibt wo du mit dem Auto drüber kommst genau aber da brauchst du ein Auto für ja von außen halt ja von innen nicht ja von innen nicht das heißt wenn man sich von innen ja theoretisch das ihr habt recht das wäre eine gute Idee wenn er von innen dort raus geht aber dann müssen wir ein Auto wieder reinstellen dass er wieder reinkommt ne das ist halt das Ding wenn man kommt von innen ähm also man kommt von innen nach außen ohne Fahrzeug raus und von außen nach innen mit Fahrzeug ok und das Fahrzeug könnt ihr danach direkt sich verziehen am besten und wer geht rein das ist egal Hauptsache es geht jemand rein und bringt ihm das und vor allem und vor allem wichtig ist nur dass wir es sehr unauffällig machen am besten wir könnten es probieren am besten wäre wenn wir eine Enduro nehmen ich weiß noch nicht ob wir da drauf klettern können ob die ausreicht ähm weil die Enduro so klein die merkst du nicht es geht nämlich darum wenn die da umkreisen mit irgendwas die sehen das ja direkt wenn wir da eine Enduro hinstellen du kletterst über die Enduro über das Ding drüber gehst rein bringst ihm die Waffe und gehst zurück und haust dir mit der Enduro ab keiner wird es merken wenn wir da jetzt mit einem großen dann würde ich auf die Enduro steigen ja ist halt die Frage ob es geht ne ich glaube nämlich nicht dass es geht müssen wir mal probieren geht nicht geht nicht gut dann brauchen wir irgendwas was sehr unauffällig ist das Fahrzeug Cybertruck nein weißt was geil war wie wärst du mit der 7G Klasse 6.6 hätte ich einen weißt warum wir die 7G Klasse nehmen wenn jemand durch funkt wer fährt da mit einer 7G Klasse kann er sagen ja das bin ich verstehst du was ich meine ja ja was aber mit der G Klasse kostet 100 Brot drüber in Schmidi will was sagen bitte was haltet ihr davon wenn nicht gerade wenig da reingehen unauffällig und wenn wir dann jemand als Geisel haben kommen alle anderen mit den Fahrzeugen rein und dann kommt noch zusätzlich der Heli und in den Heli setzen wir die Geisel rein und fahren weg Fliegen 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 In der Variante, ja. Schmitty, weißt du ganz genau, wo das steht? Ja. Vor dem Tower, dann gönnt ihr euch hinten lang, weil wenn ihr ihr auf den Dings rangeht, oberst Rollfett hinten lang an der Academy ran. Da gönnt ihr von zwei Seiten aus. Einmal rechts rum, einmal links rum. Einer sagt, ich nur kurz einschmeiße. Wir machen das als Nachtaktion. Das machen wir nicht am Tag. Das machen wir da Nacht. Sobald dunkel ist, will ich loslegen. Damit es keiner sieht. Okay, da rauche ich jetzt mal schnell fix einen. Oh, ich auch. Immer wieder rauchen. Ebenfalls. Oh, ja, okay. Ihr wisst schon, wir müssen uns vorbereiten, ne? Das geht ja nicht so einfach zickzack. Bis dahin ist schon wieder Nacht, Leute. Das können wir auch mitbrauchen. Das soll doch schon wieder weg los. Und denkt daran, dass er nicht lange Thompson da drinnen aufhalten kann. Wir müssen, sobald die erste Nacht anschlägt, auf jeden Fall da rein. Jo. Weil der ist jetzt schon in Gespräch mit ihm. Das ist bald. Dann bräuchten wir jetzt halt ne G-Klasse am besten am Sprechen. Silberne G-Klasse, ja. Soll es weiter gehen am Gelände? Ja. Ja, sonst könnte ich auch schnell gehen. Dann fahr ich, warte, soll ich dich da hinfahren, Lukas? Oh, es ist so ungelapartig. Es wird so gut gehen. Das ist so silberne Farben, ne G-Klasse. Ja, es fährt eine rum dort, die zivil anscheinend ist. Ist aber so, der Clou dahinter ist ja, wenn wir ne Silberne G-Klasse fahren, dass die vielleicht im Funk fragen, ob die dazugehört, dann sagt er vielleicht ja im Funk, weil er sich gecheckt hat, dass das unsere ist. Damit haben wir vielleicht so 50-50 Chance, dass wir nicht auffallen. Das ist ne gute Idee. Von allen Fahrzeugen, das ist die kreaste Idee. Cybertruck ist ein E-Alto, das hört man nicht. Ja, aber man sieht's. Das ist egal, das Ding ist trotzdem groß. Jeder sieht's. Das ist groß, sieht man. Ich glaube, die G-Klasse ist schon ordentlich so laut, dass man die über die ganze Insel hört. Ja, aber die hört man nicht ebzweit. Ich wäre eigentlich für ein X-Team, aber den sieht man halt leider zu schnell. Was ist mit dem? Was ist auch noch geben, Worte? Was wäre es, wenn wir alle über diese Wand gehen würden? Weil dann sind wir ja einfach alle drin und dann können sie auch nicht... Ja, kann ich dir sagen, was passiert? Ja, wir können maximal vier Leute reinbringen. Dann sind wir alle da drin, das ist nicht gut. So, was sagt Leute, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt so einen Notfall habe in der Luft und mit meinem Wasserflieger ganz im Notfall da drin landen muss. Dann wird ja alles zu mir kommen wahrscheinlich. Ablängertion, ja. Also wenn ich da mit meinem Wasserflugzeug reinfliege, dann glaube ich, die fahren alle zu mir her. Zwei gegen eins. Auf die Hoffnung, dass die am Kontrollern weggehen. Naja, da fahren die auch nicht zu mir her wahrscheinlich. Also eh noch, was auf jeden Fall da bleibt. Erkennen Sie, wir haben den Motorschadenkapp runter müssen, sorry. Soll ich abstürzen. Naja. Ich meine, da würde ja ohne Waffen und alles landen, aber ja, Motorschadenkapp, sorry. Das begibt sogar noch ein Jahr, so ein stürzt mich ab. Ja, wirklich. Dann müssen wir nur sagen, wir werden mir das so machen, ohne meinen Wasserflieger, weil dann werden CVP vom Eingang und alle da hinten zu dem Flieger hin melden. Ja, du müsstest, du müsstest, äh, also du meinst, dass die alle hinten Richtung Feuerwehr gehen. Ja, aber wenn ich da lande, dann werden jetzt nicht alle zu mir zum Flieger hingehen. Aber das ist doch, das ist doch eine schlechte Idee, weil wir wollen ja, dass es nicht auffällt, dass hinten wer ist. Ja, dann könnt ihr aber die Haupteingänge rein mit dem D da abziehen und zu mir hin zurückfahren. Darf ich ganz kurz was sagen? Es wird langsam Nacht, ne? Also es wird dunkel langsam. Ja, wir sollten loslegen. Lukas, wie weit bist du mit deiner AG-Klasse? Alter, die Raucher, ne? Ich glaube, wenn ich gerade da bei der Versicherung steht, ich glaube, wenn ich da mit dem Flieger reinfängt, dann auch wirklich bei allen Sordern. Ja, ich gebe das Volk an den Sordern. Ja. Was ist das egal? Wir meditieren zur Beruhigung. Mir ist das egal, hauptsächlich kriegt ihr den da raus. Nein, ob die abrücken werden oder nicht an den Highway an dem Eingang. Die sind doof, das ist natürlich, ja, die abrücken. Okay, dann fahr ich jetzt runter zum Flughafen exakt. Ja, mach aber schnell, 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 schnell. Pronto, pronto jetzt. Es wird sonst gleich dunkel. Ja, ich fahr aufs Handy. Also Neumann ist jetzt im Bewerbungsgespräch. Wir sollten uns jetzt beeilen. Jetzt. Los geht's. Ja, ich fahr selber. Sonst haben wir bald nächsten Belieber. So, wo fahr ich jetzt mit? Du kannst bei uns mitfahren, wenn du willst. Ähm, wo ist das? Kann ich jetzt mitfahren? Hier vorne. Ähm, Raptor, yes. Sollen wir da nicht durchfucken? Das ist ein wenig, das ist nicht mehr. Mark, falscher Raptor. Ah. Ist das nicht deiner? Das ist richtig. Außer du willst mal jemand anders mitfahren. Ja, mir würde gesagt, falscher Raptor. Soll ich bei dir einsteigen jetzt? Ist mir egal, keine Ahnung. Ja, ich werde mich da eingestiegen stellen. Auf die Schnelle. Ja, ganz aufgeregt. Das kommt bei den Audi. In den Audi, wahrscheinlich in den Audi. Mir ist egal, wo. Alter, ja. Jetzt, Chase, mach doch die Karte auf. Ja, jetzt. Sonst nehmen wir ihn mit, oder? Warte, soll ich mit dir mitfahren? Äh, der ist nur einzeln besetzt, der Raptor hinter uns. Nein, ich bin jetzt alleine mit dem Raptor. Ja, Mark, dann stecke ich am besten da hin. Wir sind jetzt bei uns drin. Nein. Dann fahre ich mit dir mit, damit du nicht allein bist. Okay, war gut. Ja, hoffentlich stecken wir mal. Pup, pup. Da müsstest du schon fahren, Leute. Das steht jetzt bei mir drin. Nee. Oh. Das wäre jetzt eine Nacht- und Nibel-Aktion. Ich hoffe so sehr, dass es klappt, ne? Ich schau so sehr, dass es hinhaut, Leute. Drückt uns die Daumen, dass es jetzt hinhaut, ne? Maxi, Enders, ein Dank für 2 Euro, Freunde. Da Gunther mit 1 Euro. Dankeschön, Lucifer, x3, 72, Moin. Aktiv, Dankeschön, Lucifer, 5 Euro mit Fies von der Stunde. Rafi, Rani ist auch dabei mit 5,90. Vielen Dank. Anna, du bist 26, oder? Wieso steht bei deiner Insta-Bio 25? Ich habe vergessen, umzuhändern auf dem Geburtstag. Sorry. Das ist ja auch schon passiert. Muss ich umändern. Lara, steigt da für 1,27 Euro. Raffi, Radinova mit 42, vielen Dank. Wir haben hier am Süden einen grauen BMW mit dem Kennzeichen M5er. Ach, ich hasse die Zapfsäule. Ja, dauert ein bisschen, ne? Bis es immer warm wird. Verteilt euch zwischen die Haupteingänge, sodass wir auf jeden Fall reinkommen, wenn einer verlassen wird. So, Alina, B1,27, wie geht's dir? Sehr gut. Ich hoffe, dir auch Dankeschön, Alina. Kann 0, B0, Dankeschön, ich kann schon dort schicken. Gamer Mix TV, Moin, kennst du mich noch? Alles Gute, nachträglich. Oh, ist das schön. Felix, Dank für 240. Carsten Wunderkurt, ich bekomme ein künstliches Bein aus Karbon. Heute wollte ich eigentlich das Wochenende in Graz verbringen und im M1 was essen. Im M1 was essen? Ist M1 nicht, äh, ist das nicht in der Innenstadt, diese eine Tower da, M1? Ich glaube, ich kenne das. Ist oben eine Bar, ne, M1. Kann man auch essen? Also wenn das diese Bar ist, ich denke, es ist. Ja, Dankeschön, Carsten Wunderkurt, Alter, alles, alles gut in deinem Bein, aber du kriegst ein Karbon-Bein, das ist heftig. Ja, ich, ich dachte schon, ey, letztes Mal wurde mir geschrieben, das ist ein neues Bein, Bruder. Ja, das Ding ist bei mir, ich war vorher bei gar keinem Punkt, weil ich, äh, der Erspieler dazukommt. Ich glaube, im M1 kann man auch essen. Ihr kennt euch einfach so, dass ihr den Eingang ablissen habt. Da war ich vor Jahren mal, da war ich 14 oder so, was ich das letzte Mal doof. Das gibt's schon so lange. Also wenn's das ist, was ich denke, was es ist. Das ist der Tower oben, oder was heißt der Tower? Das höheres, außen und oben ist, glaube ich, Glas und so. Dom, der Schwabe, danke für 25 Euro mit viel Liebe, Alter, das ist eben so vorgelesen, ne? Dom, der Schwabe, der ist auch immer am Start. So, äh, Alexander, Friesen, Wolf 87, Demasked Wolf und Miggy E-Gaming, ne, fürs CP werden. Was hab ich erst vorgelesen unten, yes! Äh, ich geb euch nen Tipp, jetzt noch nicht zu nah an dem, äh, an der Airbase aufhalten, sonst wittern die schon was, also ein bisschen mit Abstand. Und warten, bis der Weg dunkel wird und bis wir das durchziehen. Also Abstand von der Airbase, irgendwo anders hinfahren dabei. Das ist aber ganz schön brutal, ne? Ich? Ganz schön brutal. Ja, hab ich von der Angst, da geh ich von der Angstzustände. Alles gut, ich bin guter Fahrer. Lass mal kurz gucken, ob ich von da oben mal sehen kann. Ich glaub nicht, ne? Ist so weit weg. Ja, das ist schwierig. Ist der Eingang, ist ist heibel, ne? Also den Eingang könnte man vielleicht sehen, aber weiter glaub ich auch nicht. Ne, nicht mal den Eingang sieht man hier, aber das ist auch gut so. Ich will eben genau nicht, dass die uns sehen können. Ja, guck mal, da unten steht auch einer. Jetzt ist es gleich dunkel und dann denk mal los. Ich bin auf dem Weg, aber ich muss langsam machen, ich werde gerade verfolgt von dem Kopf. Also keine Verfolgung, wie gesagt, der fährt mir nur hinterher. Sag mal, weiß der Typ drin, dass wir ihm die Sachen bringen? Ja, ich schreib mit dem. Ja, aber er muss dorthin, ne? Er muss irgendwie probiert abzulenken. Wir bringen es ihm ja jetzt nicht, oder? Ich lenke es jetzt mit dem Flieger auf, damit ich jetzt reinfahren kann. Hä? Wer war es jetzt? Ja, das hab ich auch nicht verstanden. Nein, wir versuchen mit dem Heli oder mit dem Flugzeug da drin zu landen, sodass die Außenposten, die draußen absichern, weggehen. Und gegebenenfalls zu ihm, sodass wir draufkommen auf dieses Gelände. Also ich dachte, wir übergeben ihm das jetzt hinten am Zaun, wo wir drüber können. Ich dachte, deshalb haben wir auch die 7e G-Klasse jetzt geholt. Wir können aber abwarten, ob das... Das wär's der Plan B, wenn mein Flugzeug nicht funktioniert. Okay, machen wir das so. Dann machen wir Plan A, Flugzeug landen. Plan B ist dann die G-Klasse hinten. Schau aber, dass du mit dem Flugzeug... Oh, ich suche die G-Klasse nur an Standort, wo genau ich hin muss. Äh, ja, das ist problematisch. Ich kann's dir grad nicht sagen. Ist das hinter diesen zwei großen Silos, ne? Ist das doch dort, oder? Ja, genau dort. Und da ist so eine Mauer, so eine weiße Mauer müsste das sein. Und da kannst du dich hinstellen und da kannst du drüber springen. Da ist nämlich kein Drahtzaun. So wie wir es sehen, ist vom West-Tile-Ravail die Einfahrt komplett frei. Bedenkt halt, dass es schusserlaubend ist, wenn wir da jetzt einfach rein stürmen. Das... Das Problem, was ich gerade sehe, ist, wenn wir jetzt da alle rein stürmen, auch wenn das, äh, landen sollte, haben wir noch immer keine Geisel. Nicht, dass die nämlich direkt aufs Flugzeug oder Heli schießen. Das meine ich gerade, ja. Ganz kurze Frage, ist die selber eine G-Klasse, die grad, äh, am Strand am West-Tile-Ravail runtergefahren ist von uns? Äh, nein, ich fahr gerade Richtung Waffenwelle, da wo wir vorhin waren. Okay, dann wurden wir gespottet von deiner G-Klasse. So graue... Ja, ich hab doch gesagt, sie soll sich nicht aufhalten, sie soll wegfahren. Das ist das andere, ich bin die. Äh, die Frage ist, wollen wir, bevor wir das machen mit dem Ablenkmanöver, ne, erstmal gucken, dass er irgendwie sich hinterschleust, dass wir ihm eine Waffe geben, dass er irgendwie erstmal eine Geisel hat und sagen kann, dass sie ja nicht schießen sollen und stoppt die Geisel. Das ist ja das, was ich vorgeschlagen habe. Dass wir zuerst ihm die Waffe geben, damit er jemanden als Geisel leben kann. Damit nicht direkt geschossen wird, das war ja der Plan. Die werden den überwältigen, das ist euch klar, oder? Die, der die Geisel hat, werden sie nicht überwältigen. Wenn er den im Schwitzkasten hat, das würde er machen. Ja, aber trotzdem, wir wissen, wie es mit dem Juh immer ausklingt, die überwältigen dich dann irgendwann einfach. Ja, aber nicht, wenn wir von außen dann in dem Moment halt reinkommen. Wir sprechen das ja ab. Ja, ich hab da trotzdem Bedenken bei. Ich hab mir ja Bedenken, wenn wir da mit dem Flieger reinfahren und dann von außen reinkommen und keine Geisel haben, dass die alle auf uns einfach schießen werden. Ja, das auf jeden Fall, aber wie gesagt, wenn der alleine eine Geisel hat, das muss keine paar Sekunden gehen, werden die den überwältigen, dass er die Geisel wieder weggibt. Das ist ja an der Stadt gedacht, die landen mit dem Flieger rein, damit wir sehen, wie viele da anfahren und sollten die beim Einkommen nicht abrücken, dann fahrt die es auch nicht rein. Das ist nur, wenn sie wirklich alle abrücken. Dann können die rein und die Ruki jetzt gleich das Geisel nehmen. Was ist, wenn du direkt angeschossen wirst da drin? Dann verklage ich sie alle, weil ich hab ein technisches Gebäden gehabt und hab da auslanden müssen. Trotzdem ist das Sperrgebiet. Sie können trotzdem schießen. Ja, das können sie probieren, aber wie gesagt, ich hab ein technisches Gebäden und da landen die natürlich vom nächsten Besten Flughafen. Ach, es hat so ein Problem, fang ich. Der ist so schief gehen, ja. Der Südeingang sieht frei aus, also da steht nix, so wie das hier aufliegt. Geh, Klasse, der steht an den Laden. Ja, stimmt, da unten ist sie. Ja. Ja, die steht sich hinter dem Laden, glaub ich. Fahren wir, fahren ein bisschen rückwärts, dass wir wegkommen, so dass es uns nicht sieht, hinterm Berg. Die graue G-Klasse, oder die graue G-Klasse ist vom Motorhaus. Jetzt Motorhausen, bleib so. Ich seh sie, ich seh sie, das bin nicht ich. Ja, deswegen, die Fährte sind ins Gelände hoch, jetzt seh ich sie nicht mehr. Ich seh sie noch, fährt weiter ins Gelände hoch, aber wieder Richtung Militär-Base. Das ist so, dass ich mich auch zum Motorhaus nicht zahlt. Fährt noch weiter hoch? Wer war denn gerade mit dem Ranger, äh, auf der Westside? Wo fährt sie hoch? Von dem Waffenladen, wo wir vorhin standen, gegenüber, äh, das Gelände hoch. Gerade hoch? Wenn du mal guckst, auf die andere Seite fahren die gerade hoch. Ja, weißt du, wir stehen, äh, auf der gleichen Seite am Berg oben, nicht, dass die uns dann irgendwie sehen. Seh sie jetzt nicht mehr. Ich höre auch nichts mehr. Die sieht jetzt aus mit dem, mit dem, äh, Flieger? Bist du schon dabei? Ja, ich bin jetzt rein, ne, ich brenne wirklich Post. Jawohl. Gucken wir mal, was los ist da drin, ne, ob es jetzt gleich scheppert. Ich bin gespannt, ob es scheppert oder nicht. Kann ich meinen Vater verkaufen? Ne, aber du kannst, äh, Jason panieren, wenn du willst. Habt ihr euch verteilt? Lieber, äh, Elwalsk. Positiv. Wir setzen jetzt zur Landung an. Das wird so schiefgenallt. Ich hab, ich hab, ich hab so das schlechte Gefühl bei. Weil, mein Plan wäre der gewesen. Wir geben dem hinten die Waffe, nehmen die Geisel da drin und dann geht's los. Ich glaub, das hat nicht einmal einer geschnallt, dass jeder Plan lebt, denn das gibt einmal vorne zu her. Ich glaub auch. Hättest du jetzt ne Waffe gehabt, wär lustig. Volkosami, ich stehe jetzt mitten im Rollfeld hinten. Wow. Soll ich mit der graue G-Klasse mal in die Richtung kommen? Ey, Wolf, hast du ne Waffe dabei, ne Glocke oder so? Leider nicht, ihr weiß habt, ey. Ey, komm, das gibt's doch nicht. Ich stehe wieder ne G-Klasse, die fährt jetzt ins Gelände aber wieder runter Richtung Brücke. Bleib stehen. Das ist so dumm. Er fliegt mit ne... Ich kann auf jeden Fall lieber starten, weil mein Flieger ist jetzt glücklich am Arsch. Also das, das ist ja nicht mal lustig, weißt du? Das gibt's doch nicht. Der soll die Kopse aufmerksam machen. Er fliegt rein, das ist so auffällig und keiner checkt's. Kleine Ecke sind alle am East Highway. Die haben hier ne richtige Dings, Überwachungsstation aufgebaut, mit diesem Zelt da alles aufgebaut. Ja, Hauptsache, Hauptsache, Wolfi fliegt mit nem Flugzeug direkt aufs Rollfeld. Das fühl ich. Ist der X6 von uns? Ich glaube, wir haben kein X6 hier, nein. Doch, wir haben den X6. Haben wir? Okay. Ja, ich bin ungefähr ungefähr. Kommt da jemand? Ich mach mal Tiefenschärfe aus, hast recht, das nervt. Das nervt übelst. Tiefenschärfe, wo ist sie denn? Ähm, ist, ähm... Jetzt gibt's ein Fahrzeug zu mir. Wart ihr? Zwei Fahrzeuge zu mir, drei Fahrzeuge... Handy 50 ist überfallen. Gefahr bei Kuss. Gefahr bei Kuss. Auf West Highway. Gefahr bei Kuss. Wolfi, so ein Sachs hast ne Bombe an Bord. Das ist ja lustig da drin. Oh, dann wird's richtig lustig. Ich will kurz darauf anmerken, dass mir grad geschrieben wurde, dass Thompson was vermutet. Jetzt Chasen panieren, das freut mich. Am East-Eingang steht das PD-Auto nicht mehr da, aber dafür ist die G-Klasse. Marc, wollen wir das über den Mauer versuchen? Es wär immer nur mein Plan, ja. Ach, ihr werdet verfolgen. Und nicht über die Mauer springen, solange die Kopf da mitten auf dem Rollfeld sind. G-Klasse Richtung Militärbasis. Und nicht über sein Policy diz Keith 여러분. Ich weiß wohl, wir hatten Glücksstars? Lätre? Lätre ist nein Clara? Lätre? 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 Warum sollen wir dorthin? Wegen der Mauer Achso, ich dachte wir machen das mit dieser G-Klasse Können wir auch machen, wie viele Leute sind denn bei dir dorthin? Das war ja der Grund warum wir die haben, die G-Klasse Es muss nur einer wissen, wo man hinfahren muss Aber ich würde da die G-Klasse hinfahren Und der soll da drüber steigen Ich hätte sonst vielleicht gesagt, dass wir Mehrere Personen drüber steigen Und die Fahrzeugen wieder weggefahren werden Wäre ich auch dafür, aber Wäre ich aber auch dafür, aber Die G-Klasse müssen dort hinfahren Nicht wir, aber wir sind in einem Rap da drin Aber dann müssen wir das jetzt machen Sonst gebe ich den Befehl jetzt durch, dass die die G-Klasse hinschicken sollen Ja, ja, aber da müssen da mehrere drauf Ich glaube, da muss die auf jeden Fall voll besetzt sein Die ist voll besetzt, glaube ich, oder? Ich frage mal Frage ist, ist die G-Klasse voll besetzt, diese Lüne, von euch? Er ist alleine Er ist alleine Ja, könnten sich da ein paar Leute reinsetzen Weil wir würden das jetzt durchziehen, dass die G-Klasse dort zu diesem Spot hinfährt Wo soll ich jemanden holen? Die G-Klasse ist, wie vom Gelände wegfährt, ist die von uns? Von welchem Gelände? Die G-Klasse soll bitte unter dem West Highway des Feldes Wo, äh, wie ist der Name, wenn ich den mitkriege? Gegg-Klasse fährt Richtung West Highway Wie ist der Name? Lukas, Frech Bei uns ist die G-Klasse von Pediba, weil die verfolgt uns Ich glaube, wer am East-Eingang ist Ja, positiv, wir sind noch am East-Eingang Ob ein Pedila noch da ist Nochmal Ob ein Pedila noch am East Highway ist Weil am East-Highway-Eingang war vor allem nur die G-Klasse, wo wir geguckt haben Ja, es ist derzeit nichts, weil G-Klasse ist wieder weg Was ist mit Wolfi? Ich glaube, wir haben sie eingepackt, gut Ja, natürlich werden sie ihn erstmal festnehmen, weil er auf Sperrgebiet ist Ja Habt ihr das mitbekommen, dass die West Highway sagt, nee, East, West East Highway East, 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 clear, keiner mehr da? Momentan keiner sichtbar, nein Auf dem West Highway ist auch niemand sichtbar Wollen wir mal riskieren? Einfahrzeug mal vorführen? Ich guck mal Ich bin Dreier besetzt, deswegen Versuch mal da jemanden als Geisel zu nehmen, wir versuchen auch mal von der West-Terror-Seite Ja, positiv, wir gucken Mit East Highway meinen die doch, wo wir jetzt stehen von der Seite, ne? East-Terror, ja, unsere Seite Mit East-Terror meint ihr die südliche Seite, den südlichen Eingang, ne? Ja, positiv Ja, genau, genau Okay, wir müssen so sehen Und die Hände, dass in der Wrapped-Up ist Das ist irgendwie, wie wir die ganze Zeit sagen, die East-Terror-Seite, bloß Ja, die meinen halt, die Seite, East-Terror ist ja ganz drüben eigentlich, also ich meine, diesen Ich würde sagen, nördlicher und südlicher Eingang, hätte ich gesagt Hier rein? Ja, genau Ja, positiv, wir gucken Ja, hier stehen ganz viele Marshals Ja, dann bitte schnell den Plan durchziehen jetzt mit der G-Klasse Ich bin auf Anfahrt Weil das jetzt, das müssen wir jetzt schnell machen, bevor es hell wird, weil sonst fällt es ziemlich auf Jetzt zwei Uhr ist glücklich, es wird bald wieder hell Eben, das ist das Ding Das Problem ist, dass ich ganz außen rum muss, weil die unter der Brücke sind Das sollte ich ein bisschen schnell machen, Alter Jetzt kommen wir da nicht rein Ich verstehe auch nicht, wir hatten so einen guten Plan mit der G-Klasse Wie man jetzt auf die D gekommen ist Verstehen? G-Klasse, bleib mal stehen, wir sind hinter dir Das jetzt so zu machen, ich finde das echt übrigens doof Ich dachte, Plan B wäre gewesen, dass er nochmal ablenkt Aber Plan A hätte ich genommen hier die G-Klasse rein und fertig Weil das ist das Unauffälligste von allen Und wir wollen das ja stealth machen, wir wollen ja keinen Aufstand machen Die Marshalls am Israel fahren, aber ist weg Also ein Auto zumindest Ein Auto vom südlichen Eingang von den Marshalls weggefahren Vergesst es, vergesst es Ich bin natürlich gelandet, da sind drei BMWs gekommen Vier Mann besetzt, voll bewaffnet Sie haben mich zum Südorfer rausgebracht Da stehen drei Durangos, jeweils vier Mann besetzt, voll bewaffnet Deshalb die einzige Möglichkeit wäre jetzt da drin eine Geiselnahme zu starten Das könnte funktionieren Das könnte funktionieren, ja Eben, wenn wir da jetzt reinkommen Warte, ruhig weiter, sorry Das ist die einzige Möglichkeit, hab ich euch gesagt, also Wie lange braucht jetzt noch die G-Klasse, bis sie dort ist am Spot mit Leuten Wir sind gleich da Dann will ich mir sagen, dass vier Leute reingehen Wir gehen jetzt zu dritt rein und die G-Klasse holt weitere drei Leute Und es ist halt wichtig, dass die Person, die da drin ist Die verdeckt ist, die eine Waffe bekommt Dort irgendwie hinkommt und dann nochmal rüber geht Und den als Geisel nimmt Eben, eine Glock 17 bräuchten wir dafür Hat irgendjemand in der G-Klasse eine Glock 17, die er dann abgeben kann? Hallo? Leute Wir stehen gerade an der, äh, an der Mauer Bitte Ich brauche einen Standort für die nächsten drei Was los? Ich habe ein kleines Problem Wir haben uns eventuell überschlagen Ich hatte einen Blackout Ich muss jetzt aber ganz dringend los Ja, dann soll ich das nicht uns erzählen Ich brauche einen Standort für die nächsten drei Personen Sind jetzt schon drin Äh, Deiner West Highway Schick mir den Standort, bitte Ja, warte Ist die G-Klasse jetzt weg vom Eingang dort Von dieser Ja, und hab drei Stück schon reingebracht Okay, hat irgendwer von den drei Stück jetzt der Glock 17 dabei? Ja Ich hab eine dabei Okay, dann geht es jetzt darum, dass wir diese Person, die da eingeschleust ist Dass die jetzt rüber geht zu euch Diese Waffe abholt und wieder zurückgeht Dass der eine Klopause macht Der muss da irgendwie weg Jetzt hat er die Möglichkeit, vielleicht irgendwie rüber zu gehen Weil der muss dann die Geiselnahme veranstalten Und dann kommen wir Dann kommen wir von allen Seiten angefahren Klasse unterwegs Hallo, Jason und Aaron gehen jetzt online Einer hat sich wieder überschlagen, super Schmetz, wo seid ihr? Auf dem Dach Dumpenwolf und Ivan sind Backup Ich glaub, die Katze muss raus Wartet mal ganz kurz Stuhl, da können wir ja kommen Wo steht ihr hier? Ich bin die G-Klasse bei euch Komm mal, hinter das Haus Anderen Stücken gehen Ich hab den Neumann jetzt geschrieben Der soll versuchen jetzt hier hinzukommen Ansonsten sind jetzt drei Leute auf dem Geländer Auf dem Dach Jetzt wird's wieder hell Ja, das ist eben das Ding Ich hätte von Anfang an das mit dem AMG durchgezogen Mit der G-Klasse Ja, deswegen das Ich hab mir schon fast gedacht Dass das mit dem Flugzeug auf jeden Fall nicht klappen wird Dass die nicht alle hinkommen Nee, ich hab gedacht Flugzeug dann eher als Plan B Als Ablenkaktion für die G-Klasse Die da hinten steht Das dacht ich Ja Aber nicht, dass wir dem Flugzeug Das bringt sich doch nichts Was wir denn machen da drin Ja, das Wir werden ja nicht abziehen Das ist ja nicht dumm Nee, die machen ja nicht alle eingängefrei Weil wir wollen den Flugzeug Bei der Einfahrt Richtung Südenraustau Bei der Brücke Weil hier nur auf dem Abbruch Ist die Silberne G-Klasse von uns Wo? Auf dem Berg Nein Welchen Berg denn? 20 Ich glaub dem Gegenüber von uns Ah, so Sehen kann's ja hier niemand Nein, theoretisch Also zumindest nur von hinten Nur von vorne nicht Geht es die Person schon rüber Die Waffe holen Oder wie sieht's aus? Die nächsten drei Schaden sind mit rein Aber wie sieht's aus Mit der Person Die gerade eingeschleust ist Kann die rüber Oder kann sie nicht rüber? Ich hab ihm gerade geschrieben Der hat mir noch nicht geantwortet Weil das ist wichtig Dass er rüber geht Schmidt Ja? Noch jemanden abholen? Ich hab jetzt noch mal drei Stück Bei mir oder nicht? Ich weiß er nicht Nein, ich will nicht damit rein Dann nicht dann Einzelne Dann soll noch abholen Kleine Info Ich bin jetzt alleine Auf die G63 gewechselt Weil ich nie eine Erflachen gehen muss Ja, ich will mit reingehen Zu für sollten Mit rein Wichtig ist Dass die was drin sein Eine Geisel bekommen Und der Rest Ich sehe es Selbstleufe dann Korrekt Bitte schickt hier niemanden Mehr rein Ich hab selber eine Glock 17 Da muss neue herkommen Es soll keiner mehr rein Nein, es reichen Die hier jetzt drin sind Keiner Nicht mehr auffällig bleiben Alles weg Alle vom Umkreis weg Nur beobachten Und schauen Dass jetzt erstmal die Waffe Von der Person Die eingeschleust ist Übergeben wird Und er dann wieder Zurück gehen kann Und dort eine Geisel nimmt Und dann können wir Durchstarten Dann geht das Nee, fahr am besten weg Ich will nicht, dass das Zu auffällig ist Jetzt ist nämlich wieder Tag Weil jetzt ist nicht mehr dunkel Um das geht es mir gerade Ich bin schon weg Ja Wir sind so Wir haben jetzt zwei G-Klassen auf dem Berg Ja, das sind nicht unsere Die da oben sind Sind die am Berg Nördlich am Berg Ähm, die sind Nördlich am Berg Wir lenken die gerade ein bisschen ab Sind die am Berg Überhalb der Academies Ja, siehst du direkt Gegenüber der Berg von uns Ja, sie runter geht Ach, da sind sie drauf Da sind sie drauf Ach so Dort schauen sie und beobachten Ich dachte, ich meine In unsere Richtung Einen Berg Nein, nein, nein Genau gegenüber Wenn du den Berg Ganz nach hinten guckst Der hinterste Der der Horizont ist Da stehen sie drauf Und gucken runter Haben wir schon vorhin gesehen Dass da welche sind Ja, okay Und da ist auch diese Silberne G-Klasse Und die guckt von oben Okay, okay, gut Sind es anscheinend schon zwei Wir haben eine dritte Ja Dass sie das so hart bewachen Das wundert mich ja Eigentlich auch irgendwie Positiv Ich bin der auffälligste Unauffälligste Spot da Ach, schau Wir sind drin Und sie haben sich gemerkt Weil sie an dem Spot Nicht geguckt haben Folgendes Ja, aber sie ist wahrscheinlich Gegenruf hatten Dass Zaubermann da rüber kann Wahrscheinlich Außen ums Bedingungs Polizacademy Geländerung Durango Ja, wir gucken gleich Dass wir einmal Durango als Geisel nehmen Weil der meint Uns ein bisschen abzunerven Weiß ich kann nicht Unterstützen zum Mg Und wir kriegen das Alleinewissenszutritt besetzt Mit denen als Geisel nehmen Das wird Da wird mindestens Ein Panic vor Ja, das Das ist Das würde ich ebenfalls Nicht machen, weil sonst Wären sie sich alle drin Verschanzen Und das wollen wir nicht Wir wollen, dass sich Keiner verschanzt Bis zur Geiselnahme Ja, bist du das, oder? Ja, ja, ich muss tanken Wollen wir jetzt einen Durango noch Als Geisel nehmen Und dann geht der Panic Habt ihr Ne, habt ihr bitte gehört Nicht als Geisel nehmen Sonst verschanzen die sich drin Der wird einen Panic drücken Und dann gibt es da drin Keine Geisel Was sich alle verschanzen werden Ja, die versuchen uns Jetzt anzuhalten Wir hatten jetzt Drei Autos hinter uns Ja, dann lenken sie ab Dann fahr weg von dort Einfach wegfahren Wir lenken ab Äh, wo seid ihr denn gerade? Seid ihr gerade im Umkreis Vom, vom, äh Ding? Auf dem Berg oben Aber jetzt wieder Richtung Äh, Sandy Ja, sonst lenkt ihr einfach ab Ich würde nämlich nichts machen Sonst drücken die Panic Und dann verschanzen sie sich Alle drin Das ist ganz schlecht Wir haben extra gelenkt Mit hier zwei Wannen Ich verscheide dich auch wieder nicht Ne, ne Mothrock bin ich gar nicht so scheiße Ja Das waren ihre letzten Worte Äh, gibt's ein Update Von der geschleusten Person? Der meldet sich nicht mehr Ja, das ist schlecht Ich hab ihn jetzt Ich rufe ihn jetzt dauerhaft an Und ich guck mal Ich denk mal Der wird wieder In seinem Gespräch vertiefst Damit das nicht auffällt Dass er die ganze Das Handy rausholt Äh, hast du vielleicht Ein bisschen Essen für mich? Äh, ich hab Warte Ich hab keines mehr Oh nein Ich hab äh Gar nichts Das Essen Scheiße Ich hab nämlich auch Ich hab Milch Also gar nichts mehr Protein Shake Hab ich dabei Ertrinken hab ich Ich hab aber auch Ich muss aber auch Lange so was essen Sonst gehen wir schon Was essen holen Warte, wo ist denn das nächste? Ja Ich hab eine Proteinregel Hätte ich noch vier Stück Äh, sonst fahr mal dahin Äh, fahr hinten runter In den Berg Fahr mal dahin Aber pass auf Dass er sich überschlägt Weil ein Team Hat sich schon überschlagen Ja, aber ist gut Er geht nämlich Mit dem Raptor Sehr schnell Also mir passiert Sehr geehrte Raptor Ja, schauen wir mal Cindy, einen schönen Abend Und viel Spaß beim streamen Dankeschön, Cindy Ja Das sind unsere sicher Ich verfolge können Ja, ja Aber ich will die nicht Überdingt da reinfahren Sag ich mal Ich hör die auch nur Ich seh die gar nicht Da rechts, guck Da fahren sie grad hoch Ich fahre da grad hoch Mit der Siebenergie-Cluster Hast du das gesehen? Warten Ist grad ein Police-Auto Mit, äh Blaulich durchgefahren und gerät Ja, wir haben drei Offroader Hinten bei uns So, die zwei Gehkassen von uns Den hinter dem Waffen- und Kleidungsladen Zier Offroader bei uns So, mach schnell Dass die das nicht sehen Dass wir hier einkaufen Ich hab kein Geld Ja, warte Ich hab Ich hab schon gekauft Ich kann dir auch geben dann Du scheiß aufs Geld Komm, steig ein Ich lass die vorbeikommen und unsere Waffen sehen Ach, ich flüster Mein Gott Klar ist ein bisschen shirt Äh, unser Bourbon kommt auch zu euch, glaub ich Wir bräuchten so langsam Unterstützung Wir haben mittlerweile sechs Einheiten bei uns Ja, aber das bringt sich jetzt nichts Ja, aber das bringt sich jetzt nichts Ja, aber das bringt sich jetzt nichts Ja, ich seh's Ja, fahr rechts ran, Tusa Das hätten wir mit sich jetzt nichts zu tun Ihr zwei Gehklassen haben noch nichts zwischen gerade Ihr seid aber grad die perfekte Ablenkung Wenn ihr das durchhaltet, wäre super Da sind die ganzen Gehklassen hinten dran Ja, das Tank ist nur halb leer Ja, scheiß drauf, halb leer ist, ist doch noch gut Aber ihr seid doch grad die perfekte Ablenkung, ist doch so Ja, das wäre mal positiv Nee, heißt nicht halb leer, ist halb voll Ja, da war mal ne Verfolgungsfakt mit 80 kmh Also ich sage ihm, läuft super Die Gehklassen ist bei uns Ich würde die genau jetzt nicht abbrechen Weil grad sehr Ablenkung ist Weil die ganzen Gehklassen da Äh, gerade mitfahren Die haben grad 6, 7 Autos hinten dran Der meldet sich gerade nicht Aber sie kennen jetzt drei Leute von uns auf dem Gelände Wir könnten jetzt theoretisch gesehen zumindest versuchen Push zu push an die Bewerber ranzukommen Ich würde schauen, dass die vielleicht irgendwie reingehen Äh, und das Alter Der Raptor, der Unfallgraf, das wäre der Sohn Ist alles gut bei ihnen Ja, die Frage stelle ich ihnen Wir sind auf unserer Spur gewesen Ja, deswegen, sie fahren auf unserer Spur, deswegen Ja Gut, wenn ihnen nichts passiert ist, dann weiter mal Ja, alles gut Ciao, ciao Ja, das ist die G-Klasse von uns so Ich weiß nicht Äh, die graue G-Klasse auf dem Berg, ist das unsere? Äh, die schwarze meinst du? So schwarz, silber, so dunkel Ja, das ist ein schwarzer BMW von den Cops am 5-Pferd, äh, Richtung Sandy Wenn du im Raptor warst und ich fahrt dich zum Rechtsmeister hier Ja Dann bin ich da gut Ich bin die Silber nur unterhalb auf der Straße Ist gut, dass wir essen wollen, weil dann haben die uns nicht hier oben stehen zu Ich wollte, dass die Gegner, die mir hinterher fährt Dann wären wir nämlich da stehen geblieben, hätte uns der gesehen So, er meldet sich jetzt drinnen nicht, ne? Im besten Fall schau auf das D3, wo sie jetzt drinnen sein, jemand sagt Das denk ich mir gerade, das wär der beste Fall Sich so untermischen, so gut wie möglich Wir können mich nicht mehr so lang hinhalten, ne? Nur so als Info Eben, das ist ja das Ding Ihr seid zu viert Was? Ja, zu dritt So weit ihr, ich hätte drei Plätze bei mir frei Als erst anwesend Ja, gut, äh, wir sind gerade beim Alten anwesend, ja Also, ich könnte die auch mit dem Helikopter rausholen Von der G-Klasse fährt mir jetzt hinterher, jetzt ist ein Umstieg schlecht Aber wenn ich da und hier hinterher falle, ist das ein bisschen positiv wegen Abdecken Ja Ja, Marc, äh, wir sind jetzt hier zu dritt drauf Das Problem ist, das Sponsor ändert sich nicht mehr Ich fahr mit der mal Richtung Entweder ist er aufgeflogen Mhm Oder er kann sich gerade nicht melden Auf, aus Grund, auf irgendeine Situation Keine Ahnung Okay Ich seh jetzt nur noch zwei Möglichkeiten Entweder wir sprechen das Ganze ab und lassen Gras drüber wachsen Mhm Oder wir drei, die hier auf dem Gelände sind, holen noch weitere dazu, die hier auf dem Gelände kommen Ja Dass wir so fünf, sechs Leute sind und versuchen, von Busch zu Busch an die Bewerber ranzukommen Das würde ich machen, ja Das ist glaube ich die beste Idee Dann klärst du das ab, das hier noch heute kommt Wir sind ja immer noch da, wo die Mauer ist Okay, passt Ich geb das durch Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg Wer ist jetzt noch außen stehen und hat Zeit dafür rein zu gehen Ich auf jeden Fall Ja Sag dann Bescheid, wenn du gelandet bist Ist ich alleine da drüben, oder? Ich bin alleine in der Gegend Das heißt, nur wir werden sitzen Oder kurz bevor du landest, bitte Aber wir drei auf jeden Fall Was sind denn die anderen? Ich weiß es nicht, also wir Ja, jetzt sind nur wir drei Und die andere Dings Wir sind einundzwanzig Ich komme jetzt von Sandy Weil ich die EKS eigentlich weglocken wollte Der Frage an den Funk Wir brauchen Leute, die reingehen Jetzt sind vier Leute drin Habe ich das richtig verstanden? Ja, drei Stück werden gleich noch reingebracht von mir Falsch, drei sind drin Drei Das ist ja informant, oder? Geh jetzt runter So, und wer kann jetzt noch alles mit reingehen? Am besten so viele wie möglich Das ist ja das Milla hat noch drei Leute bei sich Ich weiß noch nicht mehr alles Heimuth, Flo und Aaron Schick die alle rein Helikopters da Alles klar, wir sind auf dem Weg Es geht da auch rein, wenn wir zu wenig sind Weil wir müssen da rein Ja, ja, klar Weiß mal, sollen wir denn schon mal in die Richtung fahren oder nicht? Ja, ja Ich bin los Wo fahrt ihr jetzt hin? Warte, ich frag doch mal, ob der Ding schon da steht Ja Steht die G-Klasse schon am Zaun? Ich muss anfahren Ich hatte eine graue G-Klasse von dem Kopf hinter mir Okay Aber wir hätten auch noch eine G-Klasse bei uns Wo genau stehst du im alten Anwesen? Mach mal weiter Perfekt, danke dir Also hoch, rechts rum Gerade aus hinter Bei den Scheun Klar, komm Nicht da unten hin Ich bin jetzt mit der G-Klasse gleich im Verlieter Also wir könnten uns auch unsere G-Klasse hin Es geht nur darum Sind die Leute schon einsatzbereit, dass sie rein können? Nur eine Abholung Fahren jetzt rein Leute, wer jetzt alles fertig ist, wer jetzt reingeht, seid ihr alle bereit, um jetzt rein zu gehen? Die, die jetzt gesagt haben, es sind drei Leute, ne? Ja, aber einer raucht kurz Okay, weil wir müssen jetzt schauen, dass wir das gemeinsam zusammen machen, dass es nicht auffällt Ja, das ist scheiße, dass wir genau in so eine Situation rauchen gehen müssen Ja, das ist sehr schlecht Ja, einer haben sie gethasert Einer haben sie gethasert, das ist schlecht Wahrscheinlich bei dem Heli, ne? Ja, ja, bei dem Heli Ja, das ist schlecht Ja, aber Ja, das passiert halt Ich bin gleich bei dir jetzt scheißen Ja Jetzt ist gerade das Gleis am Sägewerk vorbei Ich muss da irgendwie rein, so schnell wie es geht Kurze Pause, weil ist der Witzpolter jetzt auch nicht? Wahrscheinlich Helmut Nee, ich muss das nicht Nee, ich muss das nicht Ich bin da Kurze Frage, was, wenn wir einen hochrangigen Offizier von außen stehenden Skiesel nehmen? Können wir nicht Nee Wir können keine außen stehenden Personen hochnehmen Also für eine andere Situation Die West Sidewaybrücke jetzt rüber Ich habe einen kleinen Notfall, ich muss kurz weg Ja Ich bin kurz Ich bin kurz Ja Ja, immer noch aus dem Akademie Gelände Ja, bist denn wohl mit einem anderen Wagen da? Ja, ja, Tobias Tobias, wenn ich jetzt, also Lorenzo, Mark und Tobias werden jetzt Kann ich das auch bei Tag rüberbringen? Dann wird's drei Tag, Wolfi, was ist mit euch? Gibt es doch vier oder nicht? Also ich würde reingehen Ja, dann komm Du schickst mir schon mal einen Standort, ich bring gerade drei Stück zum Zaun Ich bin unbewaffnet, in Zivilkleidung, ja, und ich bin zu Xenborn Wolfi sitzt genau da unten, ne? Wir bräuchten dann nur, wenn wir da wieder rauskommen wollen, bräuch ich mir eine Abholung für alle Leute, das ist das Ding Da händen wir den Heli dann Ja, aber da passen wir Ja, da kann er auch nicht unheimlich viel mit Xen Eben wenn wir da zu Xen 3 gehen Wenn wir jeder einen tragen eventuell Na ja, G-Klasse, du hast nur was, Lukas? Wie bitte? Kannst du was cool, Lukas? Äh, ich bin die G-Klasse, ja, ich hatte eben nur kurz Kopfschmerzen leider Die G-Klasse, ähm, westlich am Strand Ich, ich fahr gerade drei Stück zum Zaun hoch Ja, dann was ist, wenn wir da unten zum Fluss hinfahren, den, äh, die Fahrzeuge dort verstecken und dann in den G-Klasse umsteigen Ja, fahren wir mal runter Also mal runter vom Berg Woher wollt ihr fahren? Ja, runter Soll ich da runter fahren? Ja, die Bullen haben mich, äh... Ja, so war da Ja, ich wäre links oben gefahren, die, 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 die Straße runter, oben, um uns ist eine Straße Was ist sehr kompliziert Ja, das ist unsere G-Klasse hier Ich habe den Berg hochgefahren Ja, krass Das ist unsere Das ist... Ja, wir müssten sonst durch den Tunnel durchfahren und dann da hinten runter Ne, ne, nicht durch den Tunnel, da gibt's schon Schlupflöcher da vorne Gibt's schon Ey, hier hinten zum Beispiel, wenn du da drüber fährst, da gibt's irgendwo so kleine Schlupflöcher, wo du weiterkommst Ist da drei Stück eben rüber gebracht Ist da vorne direkt, ne? Bei uns, ne? Ich weiß nicht, ob da ein Schlupfloch ist Ich weiß nicht, ob da ein Schlupfloch ist Äh, Mark, glaube ich Aber es sind damit noch ein und dann starten wir Ich hab noch keinen Stand, oder was? Genauso geht alles Das Ding ist Ich muss kurz mit Kanister aufhelfen Irgendwo sind da so kleine Eingänge Warte, fahr vor, genau hier Hier ist irgendein Eingang, fahr weiter Wo ist es angefunkt? Weiter, weiter, weiter Ja, bitte? Ich bin, warte Ja, ich bin, warte Ich mag die Schraubengelände Wir sollten uns vielleicht irgendwo hinstellen, wo es Ja, da ist nämlich der Übergang Da ist nämlich der Übergang Ich stelle irgendwo, wo man es nicht sieht Ja, ist die Frage, ob man das hier sieht Sie ist nicht mehr unterwegs jetzt Ne, ne, ich fahr in so einen Busch rein Davon siehst du einen Busch? Darf er rein? So ein bisschen Da, da in den Busch direkt rein Dass man es nicht sieht, so Weil ich nicht weiß, ob wir da Ich stelle mich so lange unter einen Baum Na, sieht man uns, das ist so großes Auto Sorry, ich stelle mich da hoch hier, oder? Ich glaube, ich sehe neben einem Raptor Kann das sein? Aufgepasst, R1 fliegt Die haben eine R1 in der Luft Die haben eine R1 in der Luft Weißt du was, sonst fahren wir schnell Kann ich hier stehen bleiben? Ne, sonst fahren wir schnell zu dem Ding Ich spring rüber Ey Leute, ich Steht die G-Klasse vorne? Von einem Stand Von einem Abholpunkt Ja, das Ding ist nämlich Wir sind jetzt schon da drin In der Nähe Wo steht ihr mit eurer G-Klasse gerade? Ich stehe unter einem Baum wegen der R1 Ich kann aber hinfahren Ja, weißt du wo ich bin? Ich bin gerade unter der Brücke Unter der Brücke Unter der Brücke von der Airbase Unter der Ich komm dazu East Highway Brücke Ja, schon dazu Ja, dann Dass wir da die Abholung machen Jungs, auf dem Berg Wo wir standen Bei der Bei der Bei der Bei der Brücke Wo es in den südlichen Eingang geht Steht oben Der Grau G-Klasse bin ich Nein, der guckt mit dem Fernglass runter Komm, komm Das ist die Grau Nein, das war nirgert Bei der Brüpter Achso, ok, ok Aber die gucken Der guckt euch wahrscheinlich zu Das heißt, der sieht rein Wenn wir da drüber springen? Der steht Der steht Hinten wird euch nicht sehen Aber ihr werdet ihr Wird euch eventuell sehen Wenn ihr rumsteigt Weil der guckt im Prinzip runter Auf die Brücke und so Jungs, ich will nur mal ganz kurz durchgeben Ich habe gerade eine Air One In der Höhe Von den Hills Oder so Nur weil ich einen schwarzen Raptor Also pass auf Ich dachte wir wären Cops Mhm Ich kann euch ja jetzt nicht hochfahren Oder? Doch, doch Na warte, warte Fahr weiter, fahr weiter Fahr weiter Fahr einfach weiter Ich glaube der hat gedacht wir sind Cops Ich glaube der hat gedacht wir wären das Das ist genau die Tarnung Und jetzt fahren wir da hoch Aber wir sind halt schon dran vorbei Ja, ja, jetzt fahren wir hier hoch Und dann Wir müssen aber wieder nach links Ja, wir müssen nach links Das stimmt Jetzt fahren nach links Wir müssen uns jetzt hier oben nicht Nee, nee, aber das war perfekte Siehst du, das habe ich gesagt Das ist immer eine G-Klasse Perfekte Ablenkung Ja, eine ist mir vorhin schon hinterher gefahren Mit der wolltet eigentlich in die Stadt Da steht einer Stealer Oh Nee, das ist kopflos Das ist kopflos Was ist denn hier? Wartet, ich muss nicht anschlagen Nach hinten Ja Ich verziehe mich schon wieder Ich verziehe mich schon wieder Ich verziehe mich schon wieder Wir sind weitere zwei Personen drüben Wo seid ihr genau? Aufs Dach hoch. Legt euch hin. Wir müssen dann jetzt an die Leute, die jetzt hier sind, wir müssen dann jetzt versuchen, irgendwie von Busch zu Busch an die Bewerber ranzukommen. Den Außenring könnt ihr vergessen, dann kommt ihr am Haupteingang raus, wo die ganzen Melider stehen. Das sollte jetzt auch keiner mehr unten am Feldweg umfahren nach Seiten Suburban. Wir hatten Glück, dass der uns für den Kopf gehalten hat. Was haltet ihr davon? Zweier Teams laufen oder sollen wir alle gemeinsam laufen? Ich bin dann alle gemeinsam. Gemeinsam? Ja, gemeinsam. Okay, dann los. Geht vor. Geht nicht vor. Geht nicht vor. Über ne G-Klasse steht jetzt südlich von dem Tor und hat nen perfekten Blick auf die Brocke. Ja, hier war's. Der sitzt, der steht genau hinter mir am Berg oben. Okay, ich würde sagen, wir helfen uns zu Busch. Genau, die meint ich. Genau, die meint ich. Das ist so dumm. Das geht so in die Hose. Alter, wir werden so festgenommen worden. Lauf, da sind ein Außenring. Nein, da stehen die doch alle. Das ist schlecht. Das ist zu behindert. Das ist noch ein Zwischenausgang. Da sehen die uns garantiert nicht. Ein Nicht-Außenring. Stimmt. Guck mal, da hinten. Da, da. Ja, kann ihr mich mit? Ich weiß es denn, Mann. Es gibt noch nach vorne einen Ausgang. Gern. 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 Ja, na eben. Lass uns doch jetzt hier durchlaufen. Gern. Hier gucken die nicht zwischen. Safe nicht. Ey, bitte. Alle rechts an der Mauer gehen, dass man es nicht zieht. Alle rechts an die Mauer. Alle rechts an die Mauer laufen. Gern. Wollen wir das Geld mal fangen? Nein, das hört man. Ich habe keine Ausnahme, Jungs. Halt. Sorry. Zieh, du dicker Mann. Ja, das schiebt ihn ja so. Sorry, ich dachte, du willst eine Abholung. Der Erste guckt und dann rein nach. Da geht es von uns eben? Ja, ne? Wohin? Geradeaus weiter. Warte, warte, warte. Ey, Leute. Von wo schaut der auf die Brücke runter? Von einem Silo oder was? Nein, nein, nein. Der sieht euch nicht. Der sieht euch nicht. Ne, aber von wo schaut der runter? Weil wir gehen gerade den Außenring um. Ja, ich glaube, ich stand mit dir, mit der G-Klasse, mit dem Raptor auf einem Berg, ne? Der steht, äh, der TG-Klasse, außer von der Brücke mal, steht genau von der Space aus, wo die Brücke ist, gerade aus auf dem Balkon. Der Heli ist da. Renn, 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 renn weiter. Nein, 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 da ist der Heli. Ja, ja, warte, 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 dann, 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 chill da. Wir können zunächst einen Zwischenausgang. Wir können zunächst... Stimmt, da ist der Heli. Wir dürfen jetzt auf jeden Fall... Na, jetzt ist grad schlecht. Es gibt einen Zwischenausgang vorne beim Hamburger Hangar. Ich wollte das gesagt haben. Da müssten wir raus. Also jetzt beide... Jetzt aber nicht laufen. Wenn der rüber guckt, ist der immer mal. Ja. Vielleicht könnten die draußen was anzetteln, um die R1 wieder wegzulocken. Das wär sehr gut. Oh, hat wer von euch nen Heli? Ey, Leute. Ich versuche die R1 mit ne Heli wegzuholen. Wir brauchen ein Heli, um die R1 da wegzuholen, ja. Aufpassen, R1 fehlt zu uns in diese Richtung. Woher ist die gerade aktuell? Die ist der Barton. Nee, die fliegt zu uns. Larissa, willst du im Heli bleiben, oder soll die? Nein, sie ist uns safe jetzt gleich. Äh, ich bleib im Heli. Scheiße. Das ist dumm, es zieht sie uns nicht. Dann kriegt's jemand in dem Ram. Die sieht uns so, oder? Also hat Elena getroffen, oder? Ja, leider. Ja, die kann uns nun gesehen haben. Pssst! Die sieht uns nicht, glaub mir. Die sieht uns nicht. Alle chillen, okay? Die hat's nicht gesehen, siehst du? Die hat's nicht gesehen. Das ist, das ist Masche. So, weiter, 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 komm, Jungs. Aufrücken, aufrücken, aufrücken. Das müssen wir jetzt aber. Jetzt nicht gesehen. Let's go. Haltet euch von außen, bitte bereich. Wir vermuten, dass die R1 uns gesehen hat. Holt bitte ganz schnell den Heli. Oh, meine Cam, sorry Leute, ich kann grad nicht. Wir gucken nur, wo die R1 ist. Wir gucken nur, wo die R1 ist. Ach, ich bin wieder fit. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht raustappen, weil ich grad rennen muss. Wenn wir in irgendeinem sind, als wir in irgendeinem fahren, dann sind wir tot. Wollen wir die hochnehmen, wenn die hier reinfahren? Die drücken dann keine Krise. Oh, Leute. Bitte alle, die grad rennen auf der Seite, alle flüstern und nur über den Funk reden, damit die uns nicht hören können. So, nächste Zwischentor, langsam, langsam. Der echte Zwischentor. Wollt ihr, Weidel, Moody, G-Klasse in Gefahr? Da kommt die, Achtung, 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 Achtung. Wo kommt da ein scheiß LKW her? Das ist ja der Ernst. Wollen wir den hopsen? Das wär auch zur Chance. Das wär die Chance, ja. Das wär die Chance, ja. Ne, scheiße, bleibt außen stehen nochmal. Kommt, weiter rein, 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 rein. Wenn du auf der Seite vom Dingladen fliegst, wo wir vorhin standen. Auf der Seite ist sie geflogen, aber ich seh sie gerade nicht. Wir haben Fläche. Wir wollen. Leute, seitlich gehen, seitlich gehen. Ihr geht viel zu mittig, der sieht uns sonst. Der sieht uns sonst. Ihr geht viel zu mittig. Das ist ein LKW. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der uns gesehen hat, weil ihr jetzt viel zu mittig gegangen seid. Ihr müsst wirklich seitlich am Rand gehen. Kann sein, dass ihr jetzt gespottet wurde, weil der LKW da kurz angehalten hat. Ne, ich glaub der hat nur abgehängt, so wie das aussieht. Ja, das Ding war wahrscheinlich auch der Kopf da. Wollen wir uns hier vorne in den Bischen verteilen? Ne, ich würd, ich würd weiter rennen, ich würd weiter rennen. Ich glaub nicht, dass er uns gesehen hat. Wir sind bei R1 richten Palito hoch. Die R1, das hab ich nicht gesehen. Würd ich sagen, gehen wir an der anderen Seite dann rüben, ne? Ey Leute, bitte rechts halten. Rechts halten bitte, danke. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir von hinten, hinterm PA Tower, das soll auch Thompson stehen und so, da werden wir hundertprozentig ein Zelt aufgebaut haben. Wenn wir schnell genug sind, können wir Turtel die Geißel nehmen. Wir müssen nur noch ein Tor weiter. Wir brauchen dringend einen Standort von der R1, die momentan rumfliegt. Das wissen wir selber, Palito hoch. Ja, die Versicherung der R1 Palito hoch. Leute, jetzt würd ich die andere Mauer nehmen, dass sie nicht vom Berg sehen können, dass wir da rennen. Andere Mauer. Den nächsten Ausgang müssen wir nehmen, sonst sehen die uns. Ryan, da musst du ein bisschen vorfahren bitte. Ja, der nächste Ausgang ist, verstehe ich. Warte mal auf uns. Ich würd dann auch langsam gehen, dass die Steps nicht hören. Sieht die Schuhe aus. Sieht die Schuhe aus. Ach stimmt, Schuhe ausziehen. Ich höre am Highway Sirenen. Der fährt Richtung West Highway. Also fährt über den Highway, über die Brücke rüber. Ein Tau. Ihr müsst jetzt den Ausgang nehmen. Wir müssen jetzt hier raus. Wir müssen ganz kurz nur das Gebäude vor. Vorsicht. Vorbeigefahren. Nein, da vorne ist noch einer. Wir müssen um die Kurve, Leute. Das ist so gefährlich hier. Wir müssen um die Kurve. Jetzt. Wir müssen den Ausgang nehmen. Sonst sind wir vorne am Tor. Nein, es geht nur darum, dass wir immer sicher sind. Weil von beiden Seiten wir uns jetzt gesehen hätten können. Okay, jetzt sind wir safe. Hm. Wir müssen irgendwie hinter das Gebäude dort. Und von dort aus könnten wir uns verteilen. Da müssen wir links rum uns links halten. War aber ein Fahrzeug auf mir hier fiel. Ja, aber warum wir denn nicht warten bis Nacht ist? Weil dann sieht man uns schlechter. Ja, wir warten bis Nacht. Jetzt legen wir uns hin. Es ist schon Dämmerung. Wenn wir uns jetzt alle hinlegen. Kann ich noch irgendwo unterstützen? Wir sind schon so knapp dran, Leute. Wir sind so knapp dran, ey. Zu dir. Das war auf East Highway. Auch vor der West Highway runter Richtung Akademie. Er ist vorbei. Der ist Richtung Palito. Wir warten bis Nacht wird. Dann sind wir richtig gut. Das war nicht schon mal gekannt. Hab uns so Jungs. Aber ich scheiße. Wir sind gerade richtig in die Hose. Ich fahre zur Tankstelle im West Highway. Tankstatt auch mal. Und stehe dann mit einem Ford Raptor auch zur Abholung bereit. Bis jetzt haben wir es gut gemacht. Hat sich der Typ eigentlich schon gemeldet bei dir, Niklas? Ja, der ist raus. Der ist raus? Ja, wir haben sie lange gebaut. Ja, Neumann sitzt jetzt bei mir in der G-Klasse drin. Ich wurde rausgeschmesselt. Ich habe gelingt vor dem Video. Leider ja. Ah, das ist aber ganz schade. Okay, es ist gleich dunkel. Dann legen wir los. Da steht einer. Wo steht einer? Wo steht einer? Direkt vor. Ich bewegen, ich bewegen, ich bewegen. Das ist schlecht. Ich glaube, der ist ein Winkel. Wir müssen versuchen, in den Tower reinzukommen und den erstmal zu stürmen. Dass wir eine Sicherheit haben. Ja, aber meinst du nicht, dass im Tower mindestens einer rein wird? Aber den können wir dann genau als Geisel nehmen. Das ist doch der Fun-Fact dabei. Achso, ja gut. Ja gut, der zählt dann. Na gut. Die haben vor dem Tower unprozentig erkannt ein Zelt. Der weiß ja, was dort von einem Office anstehen wird. Aber vom Tower aus können wir kämpfen. Und wenn ihr kämpft, sollen wir dann von draußen rein fahren. Safe. Auf jeden Fall. Wenn wir schießen, kommt auf jeden Fall rein. Nein, wir kämpfen hier nicht alleine drinnen. Da müsst ihr schon nachziehen. Und wir fliegen rein. Genau. Wir kämpfen und die fahren alle heim. Ich glaube, ich habe die GG-Klasse gerade gehört. Geht nach, sehe ich das richtig? Ja, sehr gut. Wir warten, bis es komplett dunkel ist. Noch ein zweiter Plan. Wie wäre es denn? Habt ihr LKWs? Dann könntet ihr euch in Palito einen Anhänger holen. Und dann fahrt ihr einfach von links, von East und West, jeweils mit einem LKW mit Anhänger rein. Und sagt, ihr habt angeblich eine Lieferung. Das sehen die ja eh nicht. Ich würde die ein bisschen ablenken, bevor wir das starten. Das war jetzt zu auffällig und eventuell doch so. Ich wollte gerade sagen, dass sie maskiert werden. Dann müssten sie mindestens die Maske abziehen. Und vor allem dauert das zu lang. Bis die SCO... Es geht ja nur ums Ablenken. Dass wir hier nicht so viele Leute haben. Dass viele Officer rumstehen. Ey, sag mal, flüstern wir jetzt gerade alle? Ja, ne? Ja. Wenn mich auch alle hören, sind wir weit genug zu sein? Ja. Ich finde... Die sollten jetzt Randale an den Toren machen. Und wir sollten... Das wäre das Beste... Das wäre das Beste... Das wäre das Beste... Das Beste... Das Beste... Das Beste... Oh, passt auf, da fährt ein Pedila den Berg hoch. Ähm... Der Sandweg hinten... Rund um die Militärbasis, wo ich euch vorhin abgesetzt habe... Ist immer noch bewacht. Das Beste... Das Beste... Das Beste... Hatte schon mal jemanden kauft... Dass wir bei der Tankstelle nicht tanken können? Nein. Beziehungsweise doch, wenn du zu weit weg stehst mit dem Auto. Ich hoffe, dass es jetzt gleich nacht wird, wir müssen da rein, wir müssen da rein. Es ist so Puls auf over 9000, dass wir das hier gerade durchziehen. So wie ist jetzt, es wird dunkel, also schnell dunkel jetzt. Ja, bei mir ist noch nicht ganz dunkel. Ja, es ist noch nicht ganz dunkel. Ja, es ist noch nicht ganz dunkel. Da ist noch Blaulicht am Power, ne? Ich lege jemanden im Stuhl. Aber dabei ist unser Vorteil, um zu wissen, wo die alle sind. Ja. Haben wir gleich Schussfreigabe, sobald was ist? Ja, die haben auf dem Gelände eine generelle Schussfreigabe auf jeden. Soweit ich das weiß, oder nicht? Also schießen wir auch sobald was. Ja, die dürfen uns direkt, sobald die uns als Bedrohung sehen, schießen. Ich hoffe, ihr habt alle Westen an. Wir haben alle hoffentlich Westen an. Der hat uns gesehen. Der hat uns gesehen. Der hat uns gesehen. Der hat uns gesehen. Ich glaube, sie müssen abhauen. Der hat uns gesehen. Wir wurden entdeckt. Wir brauchen Hilfe. Meinst du, dass wir uns entdeckt haben? Ja, 100 pro. Hast du mal gesehen, wie der hier lang gefahren ist? Ja, aber... Jetzt am Tor, am Tor, am Schleichen hier. Okay. Geht mir nach, Leute. Geht mir nach, geht mir nach. Geht mir nach, geht mir nach. Ah, das steht da hinten. Wir ziehen das jetzt durch, wir ziehen das durch, Jungs. Da ist ein Terho und ein anderer Polizeiwagen gerade zu der Tanke am West Highway gefahren. Die tanken gerade nach. Sind vier Mann besetzt und scheinen dann wieder zuach zu schossen. Wir fangen jetzt an, wir fangen jetzt an. Wir müssen in den Tower rein. Wir greifen an, jetzt. Wir müssen in den Tower rein. Wollen die Außenteams jetzt auch einfach reinfahren? Ja. Die kommen, die kommen, die kommen. Wir kommen hier rein, wir kommen hier vorne rein, wir kommen hier vorne rein. Die zwei, die gerade an der Sankstelle waren, kommen wir über West Highway rein. Wir müssen in den Tower, ne? Wir müssen weit. In den Tower, Jungs, in den Tower. Rein, 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 rein. Dorthin, 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 dorthin. Hier geht's rein in den Tower, oder? Lauf, 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 lauf. Oh fuck. Achtet auf Crossfire. Ich weiß aber nicht, ob ich von hinten jetzt ge-cross-fired wurde. Scheiße, ey. Diese Drecksanimation wieder. Oh, Jungs. Ja, das ist... Ich hatte schon einmal solche Action, Alter. Oh, es wird so problematisch. Ey, Bruder, Bruder, versteck dich doch hinter dem Ding. Nicht rein, nein. Nicht rein, nein. Jungs. Boah, wie gern bin ich jetzt mit... Oh, F in den Chat. Ich weiß aber nicht, hab ich von hinten bekommen? Ich weiß nicht, ob ich von vorne, aber ich hab einen weggenutzt auf jeden Fall. Ihr habt nicht gesehen, ob ich von vorne oder von hinten gescheppert wurde. Ich glaube, ich wurde ge-cross-fired von hinten, weil ich vorne war. Weil da war der Kollege. Ich glaube, ich wurde von hinten ge-cross-fired. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich wurde... Dann hab ich hier... Nee, nee, ich hab einen Headshot... Ich hab einen Headshot von links kassiert. Nee, das war der Cop. Ich wurde vom Cop umgenatzt. Ich hab einen Headshot kassiert, Alter. Oh! Hätte ich meinen Helm dabei gehabt, Jungs. Och, nee. Hätte ich meinen Helm dabei gehabt. Scheiße. Aber, ey, die nehmen einen, die nehmen einen. Ich bin so traurig, ey. Ich wär so gern da noch mitgekommen. Ah! Er ist allein im Tor, wenn sie den jetzt holen, ne? Es geht nur darum, das Ziel zu holen. Und nichts anderes. Das ist eine schlechte Pose. Das ist eine ganz schlechte Pose. Das ist so eine schlechte Pose, wo er grad ist. Genau deshalb, ja. Das meine ich. Er muss weg. Er muss links. Jetzt ist er dauernd. Jetzt ist er dauernd. Wir sind so nah. Habt ihr gesehen, wie viele Cops da waren, wo ich vorgegangen bin? Ich dachte, ey, ich glaub, es war meine Schuld, ne? Ich bin den falschen Weg gelaufen. Ich glaub nämlich, die Cops hätten sich gemerkt, wenn wir hinten lang. Ich bin aber vorne lang gegangen. Und, Alter! Bruder! Alle, die da drin sind, kommt da oben da hinten raus. Ihr habt keine Chance. Christoph! Wer da umstellt, kommt raus. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Da haut jemand! Den 500 Euro! Einblenden Dings raus! Christoph! Schott! Meine lieben Damen und Herren! Der spinnt! Alter! Weißt du, das ist... Ey, das ist ein epischer Abgang hier. Ein Headshot vom PD kassieren, aber dann ein heftiger Abgang, Bruder. Christoph Schott mit 500 Euro Donation, Alter! Ich bin seit drei Jahren ein stiller Zuschauer. Denk, danke, warte, denke über eine kleine Spende. Freust du dich? Eine kleine Spende! Alter! Der Christoph haut 500 Euro aus! Ey, aber jetzt... Jetzt ganz ehrlich, das war... Das war nochmal geil. Ich krieg ein Headshot. Und da kommt so eine geile Einblende mit... Von Christoph Schott. Der guckt seit drei Jahren zu. Und haut heute einfach mal 500 raus. Oh ja, es sind so viele Cops im Dienst. Unnötig, Alter. Ich glaub, wenn wir jetzt mitzählen würden, da wären... Gibt euch das. Da sind schon sieben Leute drin oder so. Um... Wie viel waren wir? Sechs Leute waren wir jetzt drin. Und da kommen doch welche. Ach, das ist... Hier spricht das LAPD-SWAT. Kommen Sie mit da oben den Händen raus! Oder wir kommen rein! Ich glaub, da liegt keiner bei den Händen da oben. Es liegen alle. Alter Christoph Schott! Ich weiß nicht, was ich sagen soll! Alle oben in Power. Ey, ich war seit drei Jahren schon hier zuschauen. Vielfältigen Reizdarm. Bruder! Ja gut, wir haben grad eh nichts zu tun, ne? Hauen wir mal rein hier. Wir haben sonst nichts zu tun, Leute. Wir liegen ja egal am Boden. Auf geht die Luzi! Ihr kennt es! Ein bisschen an Sport jetzt. Von links nach rechts. Also einmal links, ne? Und dann rechts. Das dauert jetzt nicht eh, bis wir fertig sind. Also los geht's, Leute. Aufstehen jetzt alle. Auf Christoph seinen Nacken, Alter. Hau mal raus hier. Oh, es hat mitgenommen! Ja! Jetzt müssen wir es, Leute! Auf geht's! Von links nach rechts! Ok! Normal, jetzt aber. Ah, das muss jetzt mal sein. Das hat jetzt mal sein müssen, seit langer Zeit mal wieder. Eine links-rechts-Einblende. Oh, die haben mich aber rausgeholt. Ey, Bruder, aber es ist so viel PD da. Ich hab mir so die Hosen geschissen, als ich da hingeguckt hab am Zelt da, ne? Und ich glaub, es war meine Schuld, dass wir entdeckt wurden, weil ich dachte, ich muss außen rum gehen. Ich wusste nicht, dass ich hinten rein kann. Und als ich dann gesehen hab, dass es so viel PD steht, hab ich direkt wieder nach hinten gelaufen, Alter. Und hab gehofft, die haben mich gesehen. Aber die haben mich gesehen. Ich glaub, es war meine Schuld heute. Es war meine Schuld, ey. Aber ich wusste halt nicht, dass die da alle so extrem viel stehen, ne? Ich dachte, ich komm dort rein. Ich hab mich verlaufen, Alter. Du verläufst dich einmal und dann kriegst du voll auf die... Ich glaub, der hat sich gesehen, der mit dem S-President. Auch wenn's so aussah, dann muss ich mir jetzt wieder einklinken. Warte. Ah, ich freu mich auf die Strafakte. Das wird, das wird schön. Mit all meinen illegalen Sachen. Aber ey, ist egal. Ich hab... Leute, wisst ihr, was das Schöne ist? Ich hab eh keinen Waffenschein. Ich hab keinen Führerschein. Wir können sie nichts abnehmen. Das ist das Schöne dran, oder? Ich glaube, ich werde niemals mal wieder den Waffenschein beantragen. Auf Real-Life-Online. Niemals mal wieder. Geht einfach hier erst mal... Freiheit, Frieden. Das war gescriptet. Ja, das war richtig hart gescriptet, Bruder. Aus dem Grund bin ich reingekommen. Ich wusste von nichts, Bruder. Wir, äh... Also, wir auf RLO machen no-scripted RP. Also, ich weiß auch nicht, wie die Leute draufkommen, wenn's scripted wäre. Weil, Leute, wenn's scripted wäre, dann würde ich ja... Würde ich ja das richtig geil ausbauen. Dann würde ich den mitnehmen. Dann können wir den befragen. Aber es ging ja alles schief. Und die wussten von nichts. Also, die standen ja rum. Wir haben ja wirklich Stress gehabt, Alter. Und bei uns gibt's kein scripted RP. Das ist auf RLO strengstes verboten. Das müssen wir jetzt alle wegbannen, die hier mitgespielt haben. Es gibt aber sehr viele Server, die leider scripted RP machen. Bitte, es gibt sehr viele YouTuber, die das machen. Die das aber verkaufen was echtes RP. Und dann siehst du halt richtig krasse Sachen. Und dann, ja... Aber wir machen kein scripted. Machen wir nicht. Aber ich find's krass, dass die Leute denken, wir machen scripted. Ich hab's eh schon mal gesagt, das zeigt eigentlich die RP-Qualität, die dahinter steckt. Aber wir machen ganz stinknormales RP und keiner weiß von etwas. Das ist das Schöne. Nee, aber Leute, wär das scripted, ganz ehrlich, dann würde ich das so machen, dass wir die hier umstellt hätten, dann hätten wir mitgenommen, dann hätten wir ein richtig geiles RP gehabt. Die schönste Situation wäre natürlich gewesen, wenn man mitgenommen hätte. Ja, aber... Ja. Dann erkennt man, dass es eben kein scripted ist, weil es geht meistens leider schief. Weil ich sag mal so, scripted RP-YouTuber, die machen ja alles so, dass alles auf sie zugeschnitten wird. Also sagen wir mal jetzt mal, du scriptest ja dir den Tag schon. Du sagst, ja, dann nehmen wir den mit, den setzt man dann da oben aus und dann funktioniert alles. Bei scripted RP-YouTubern funktioniert immer alles, reibungslos, ne? Da ist egal, wo du bist, du gewinnst immer. Und ihr seht bei uns sehr oft, dass wir leider einstecken müssen. Weil da habt ihr jetzt nichts davon. Ich werde jetzt da sicher, äh, 30 Minuten Krankenhaus RP machen. Mindestens. Und das will ja keiner sehen an sich, ne? Also wäre es scripted, dann hätten wir jetzt eingepackt, dann irgendwo hingefahren und, äh, ja. Aber gut. Ah, das ist schade. Aber der Plan war, der, der, der Plan war mega, aber es waren zu viele Cops. Aber ich hab gewusst, ich hab gewusst entweder, wir schaffen es, da drin eine Geiselnahme zu machen. Entweder das, oder wir werden alle erschossen. eins von beiden. Aber das war der Geiselnahme nicht funktioniert, weil die mich gesehen haben, glaube ich. Das hat leider nicht funktioniert. Ja, ich hoffe, die holen mich ab, ne? Ich hab noch 15 Minuten zum Respawn. Ne, ich hab dann, ich hab, glaub ich, eh eine Stunde Zeit. Aber ich find das immer krass, dass Leute glauben, dass wir scripted machen, ne? Das find ich richtig krass, weil wir sind so, nur eine, eine der wenigen YouTuber, die das halt nicht machen. Also wir machen wirklich nichts, wirklich gar nichts. Das Einzige, was halt mal ist, ist, dass wir zum Beispiel einen Bankraub wochenlang planen und dann gibt's im Discord unter dem IC-Chat, da haben wir auch einen IC-Chat, gibt's dann eine Aufforderung, ja, wer ist heute alles dabei? Heute startet der Bankraub. Aber das haben wir dann schon im RP alles gehabt, ne? Und dann gibt's halt, da wissen wir an dem Tag, gibt's einen Bankraub, ne? Sowas gibt's. Wie gesagt, vor dem Spiel haben wir noch 50-50 überlegt, ob ich Karl-Heinz mach oder Marc Rumpel, ne? Ich stoß auch manchmal dazu, wenn's mal Action gibt, ne? Aber manchmal stoßt er dazu und jetzt so Gespräch ist auch langweilig. Hat schon heute einfach mal Glück gehabt. Ich hab nur was gehört, also ich stand nur was dabei, die wollten eine Asservatenkammer machen. Wusstet auch nicht warum. Mehr wusste ich nicht. Da fahren Riesmann, natürlich, aber dann ist halt, dann musst du halt alles neuer lernen, ne? Dann bist du halt zack, zack und weg. Obwohl man alle Polizisten, Militär, das ist bei uns nicht nur Militär, das ist bei uns die Akademie, die Polizeiakademie. Deshalb chillen die da gerade alle. Und wir wollten da einfach rein stürmen und den Typen mitnehmen, aber es hat nicht funktioniert. Du bist ja komplett falsch gelaufen, ich weiß, ja. Ich dachte, ich komm nur vorne rein. Ich wusste nicht, dass du hinten an diesem Zaun dort reinkommst und dass ich dann gesehen hab, dass da so viele Standen euch wie je versteckt, aber das hat nichts mehr gebracht. Ich bin nicht so oft in der Military Base, dass ich auswendig weiß, wo der Eingang ist. Das ist halt Kacke, ne? Aber ey, die Cops haben das relativ gut gehandhabt, muss ich sagen. Die waren echt, huiuiui. Er ist auf die Schmitz gehört. Nein, ich wollte nicht abziehen, Alter. Ich wollte heute mal was erleben. Ich finde es immer so langweilig, dann abzuziehen. Wir müssen auch mal was durchdrücken. Ich finde es lustiger, im RP, wenn wir wirklich was riskieren, dafür voll auf die Schnauze fallen, aber dafür es riskiert haben, als nichts zu machen. Bin ich ehrlich. Also ich mag lieber dann 30 Minuten Krankenhaus-RP machen, als dass ich dann sage, nee, ich ziehe einen Schwanz an, ich mache heute gar nichts. Ich glaube, das ist ja auch der Sinn hinter der RP, dass du halt einmal ein bisschen Spaß hast. Ich sage mal so, Spaß steht ja an erster Stelle und den Spaß, den ich heute hatte mit dem ganzen hin und her und wir müssen uns verstecken, Stealth und so, war schon geil. Haben wir bis jetzt echt nicht so häufig gehabt. Müssen wir wiederholen. Aber irgendwann klappt es ja, irgendwann kriegen wir den Typen, irgendwann holen wir uns den. Also mitbekommen, dass euer ganzer Server geleakt wurde. Das, was du bekommst als Leaks, sind alles Fake-Servers. Das sind keine Scripts von uns. Ich habe bis dato keinen einzigen Leak gesehen, der von unserem Server gestammt hat. Keine einzigen. Da gibt auch Leute, die sagen, sie verkaufen Server-Files von uns und dann kriegen sie Nachbauscripts oder Nachbau-MLOs, die nicht mal von uns sind und dann siehst du es ja auch im Script, dass es nicht von uns ist. Ich finde es aber lustig, dass dann die Leute einfallen, dafür 50 Euro ausgeben, oder sagen, ja, sie wurden hart gescammt, aber das sage ich mal selber schuld. Ja, das habe ich gesehen nicht. Weil wir encrypten unsere Scripts. Also wenn du unsere Scripts runterlädst, kannst du ja mit X anfangen. Also es bringt ja gar nichts, das zu dumpen oder so. Oh, nichts, bringt sich das. Ne, aber ich finde, man muss im HP ja Spaß haben, Leute. Das ist Nummer 1 und auch wenn wir da jetzt was riskiert haben und dann am Ende auf die Schnauze geflogen sind, der Spaß war da und das ist das Wichtige. Da scheiße ich auf die 30 Minuten Krankenhose-RP, wo ich dann reingeflogen werde. Es geht ja um den Spaß im RP, nicht mal Schwanz einziehen. Aber ja, Leute, lasst euch nicht von diesen Server-Leaks immer beeinflussen und sagt, also das ist alles, wir müssen mal reingucken, das sind alles so Sachen von, wie hießen diese Server damals? Real Life, ne, Nice Life Online. Das ist meistens eine Kopie von diesem Nice Life Online Server, der dann gereuploadet wird, wo dann einfach so Nachbauscripts drin sind, wo dann halt alles irgendwie ist, ne. Aber ich glaube, ich glaube, selbst wenn irgendwas geleakt wäre von 2.0, wenn mir das sowas von scheißegal, weil 3.0, 3.0 ja kommt und 3.0 alles auf die, auf die Kacke haut, ne. Aber lasst euch nicht abzocken. Wobei ich das irgendwie ganz lustig finde, wenn Leute abgezockt werden, weil sie von einem Server-Dump von RLO denken, sie kaufen was und dann kriegen sie so einen Nice Life Online-Dump, den du überall bekommst von GitHub oder so, den ist halt richtig abgezogen, ne. Jo. Eins. Ganz ehrlich, so was ist, alles was passiert ist, kann man sich vorher nicht ausdenken. Das passiert einfach so. Das ist es, ja. Es ist halt random. Aber ganz ehrlich, ich verstehe nicht Leute, die Scripted RP machen, was daran so lustig ist. Das einzig coole bei Scripted RP ist, wenn du live streamst, dass alles richtig und korrekt funktioniert nach deiner Schnauze, ne. Du hast halt richtig geilen Content. Aber ich fühle das nicht. Ich finde echt das RP so viel lustiger, weil du halt nie weißt, was passiert. Immer. Du bist immer drauf, nicht vorbereitet, kann man sagen. Also macht ihr heute noch die Kammer oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas gelesen, die wollten eigentlich die Asservatenkammer machen. Deshalb habe ich auch vorhin gefragt, was mit der Asservatenkammer ist, aber die machen ja, die haben ja diese Stürmung hier gemacht und ich weiß nicht, ob das damit in, ob das verbunden war mit dem. Ich weiß es nicht. Muss ich fragen. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt mal auf ganz entspannt Krankenhäuserpil mitspielen und dann gucken, was wir angehen, Leute. Aber ich habe, du, wir sind erst seit zwei Stunden aktiv, du, der Stream geht hier wieder sechs Stunden, sage ich dir. Das wird heute noch richtig abgehen. Espresso Depresso, gönnen Sie sich einen exquisiten Tasse Kaffee? Oh ja. Nee, ich habe, Cola habe ich da. Ja. Der sind wir eigentlich in einem Fluch. Ein Cola habe ich bei mir, Alter, 50 Euro. Für 50 Euro kriege ich diesen Kaffee von diesen Katzen da. Die auskacken, die Böhnchen. Danke an Espresso Depresso. Schmerzer geht raus, meine Lieber. Alex Zero 1 YouTube, danke für den Euro auch und fürs VIP werden. Andri Z14, hey, hast du meine letzte Nachricht gelesen? Habe eine Frage, was macht ihr? Bin erst später gekommen. Man kann zurückspulen, Bruder. Wir haben gerade die Akademie gestürmt, aber es hat nicht so funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben. Aber es war so 50-50, muss ich sagen. Also ich hatte schon Bauchkrummeln, als das passieren wird. Paul Panzer, BLN, danke für einen Euro 7 Cent. Aber wisst ihr, was ich sagen muss? Wir sind nicht aufgeflogen. Ich glaube auch, dass dieser gepanzerte Suburban, der vorbeigefahren ist, was nicht gesehen hat. Wir waren richtig stealth. Wir waren richtig gut unterwegs, muss ich sagen. Wirklich gut unterwegs. Ich habe leider dann hingeschissen, weil ich die falsche Abfahrt genommen habe. Alex01 YouTube, danke für den Euro und Alex01 YouTube, für das VIP werden. Genau, vielen Dank. Haben wir vorgelesen. Christoph Schott, bin seit drei Jahren zu... Das habe ich vorgelesen. 500 Euro. Alter, der spinnt doch. Tommy BF ist geliefert. Christoph Schott haut auch einen Sub raus. Vielen Dank. War nicht erschreckend, nicht kopp los, dann schieße ich. Da hat er mich in M4. Oh, was ist mit meinen Füßen los, Alter? Schöße am Gelände, kurz negativ. Huch. Was ist denn mit meinen Füßen los? Ich glaube, ich brauche eine Fuß-OP. Die sehen irgendwie aus wie... Ihr müsst die auf die Kopf hoch. Alter. Simon, rein ins Gebäude. Alter. 8, 7, Bruder. Der spinnt. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Damit wir ein bisschen... Das Timing passt perfekt, die Spaß mit dem Geld, gönn dir was. Gruß aus der Schweiz. Der Schweizer Bré haut gerade 1000 Euro im Livestream raus, Bruder. Wir haben mal Pulsatmung. Das ist unser Robert. Der Schweizer Robert ist da. Christoph, du heißt doch eigentlich Robert, sind wir zwar ehrlich, oder? Panic geht weiter übrigens. Der spinnt, Alter. Bruder. Teilweise Fahrzeuge verfolgt, die beteiligten... 1000 Euro aus der Schweiz. Wir haben auch zwei Bewusstlose außerhalb. Hören Sie uns? Alter, ich werde nicht machen. Nimm mal die Maske auf einmal. Und der Firefighter haut gleich mal hinterher, Bruder. Ich sterbe hier. Wollt ihr, dass ich heute ein Herzkasper kriege? Ja, moin, lassen alle ein Like und ein Abo da. Ich bin vor kurzem Onkel geworden. Herzlichen Glückwunsch zum Onkel werden. Und der haut auch immer 1 zu 7 raus. Wir müssen da öfters Krankenhaus-RP machen. Das ist unglaublich. Warum hauen die Leute bei Krankenhaus-RP so viel raus? Das ist ja nicht so normal. Oh Gott, das will ich. Ja, natürlich. Ja gut, aber Zeit. Das Wort für die ist immerhin etwas. Perfektes Teil. Alter, Bruder, Christoph, ich schwöre. Ich hoffe, du bist... Ey, Bruder, ich hoffe, du bist... ... ein stinkreicher Schweizer, der dir sowas leisten kann. Ich würde mich sonst echt scheiße fühlen. Du hast gerade 1000 Euro reingeballert. Ja, schön. Bruder, ich hoffe einfach, du hast... ... die schönste Villa in der Schweiz auf irgendeinem richtig schönen Berg... ... und kannst dir sowas leisten, Bruder. Das ist heftig viel Geld, was du hier mal reingespielt hast. Also 1000 Euro, Bruder. Ich hoffe, der weiß, wie viel Geld das ist. Da, neben dem Chief. Oh, es klappt. 1000 Euro aus der Schweiz. Ich hoffe, der Bré hat die schönste Villa oben auf... ... und der kann sich das leisten. Ich hoffe es streamen. Ich hoffe es, Alter. Man hier hoch. Bruder. Ne, das ist nicht alltäglich, du. Und der Firefight auch mit einem 7 hinterher. Vielen, vielen Dank auch an dich und ey, freut mich, dass du Euro geworden bist. Legen sie immer hier hin. Kuss geht raus. Ey, ich habe absoluter Kuss geht raus. Oh, schau, wie der lag. Das ist der Herr Leggy. Ich frag mich, wenn die mich mitnehmen. Ich bin ja auch verflügt. Ich habe 5 Minuten Respawn verfügen, weil dann kann ich mich nämlich New Life hier machen. Ey, was ist denn hier los? Der hat doch, Philipp hat doch auch schon. Das war so Stealth wie mein 80 Kubik Setup. Naja, du kannst ein 88 Kubik Setup schon Stealth machen, wenn du einen Starrauspuff dran lässt. Oder einen Auspuff schwarz lackierst. Und komplett original machst. Das ist schon Stealth 80 Kubik fahren, 88 Kubik. Alter Bruder. Philipp, vielen Dank, Alter, das ist zu viel. Aber den ganzen Tag 1 zu 7. 2x500 Euro oder sonst nochmal 2x500 Euro, ey, ich spinne doch, ey, Bruder, aus den anderen. Schalt, bin ich nicht nur unsprichbar? Nein, ich glaube nicht. Ich muss nur, ich muss nur aufpassen, ich muss jetzt gleich wieder mal AP machen, aber ihr macht mich heute komplett fertig hier. Das sollte sofort wirken, ja? Ich komme nicht mehr darauf klar jetzt. Wenn was ist, dann bitte kurz schreien, ja? Ah! Atmung vorhanden hier, oder? Das werde ich nämlich gleich revived, dann muss ich wieder AP machen. Ich muss wieder zusammenreißen, ich muss damit klarkommen. Ich muss eben hier einmal. Ah! Der revivet gerade meine Füße. Ich weiß nicht, warum schaut mein Hund immer so weit nach unten? Ich gucke doch nicht nach unten. Ah, 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 ah. Übernehme ich einmal, auf 3. 1, 2, 3. Und zum nächsten. Werde ich jetzt nur live bekommen, oder wie sieht's aus? Der APnet auch nicht. Hallo, ich erschecke die Rettung. Hören Sie mich? Ich nehme mir die Maske einmal ab. Ich nehme mir die Maske einmal ab. Können Sie mich hören? So, wie ist der Name? Können wir den sagen, Emma? Ich brauche meinen Namen, dann kriegen Sie ein Schmerzmittel von mir direkt, Emma. Jetzt hören Sie mich, oder? Hallo, ja. Wie ist Ihr Name? Das ist Mike Lotzkowski. Geben Sie mal kurz aus, oder mal bitte? Entzähl, ausweisende Taschen. Okay, da. Ich habe ihn schon. Dankeschön. Das ist der Herr Rumpe. Sieht man auch. Meine Beine. Aua. Sieht nicht gut aus, Herr Rumpe. Ha. Herr Rumpe, ich weiß nicht. Die sieht man, oder? Die tragen. Aber wie sieht man, ne? Die gelben sind, hoffe ich. Die gelben? Siehst du? Ich habe sie mir. Ja, ich sehe die. Ja, ja, ich sehe die. Gibst du mir ein Schmerzmittel, dann mache ich weiter. Ja, warte. Einmal kurz auf die Trage. Ich habe mal rüber. Ja, eins, zwei, drei. Wax. Genau. Gut, einmal hier nochmal den Herrn. Ich weiß gar nicht. Schau mal, ich blute wirklich. Guck mal. Hä? Ach so, das sind meine Blutspuren davon. Ich habe ja keine Schuhe an, deshalb. Ich sehe keinen Zaun. Gehen Sie rum, Herr Rumpe. Da zauern wir da rum. Die guckt das an. Ja. Ey, Brees, guckt euch die Autos an, wie viele Cops da sind. Ich will es nicht wissen. Dir gerne mal kurz den Zugang einmal. Ich will nicht, dass es 100 Pro 30, 40 Cops hier sind. Ehe sogar 50. Was ist hier, Wörter? So ein halbes Sommerer-Polizei. Alter, halbes Sommerer-Cops, Bruder. Ich mache gleich einen Verband um die Füße. Oh, ja, bitte. Ja. Nehmen Sie mal das Patsche-Wändchen her, damit ich den langen Früggang machen kann. Wunderbar. Ich will nehmen wir mal. Oha. Aua. Ich steche das mal ganz viel Alande durch die Handschuhe. Wie nehmen wir mal? Na, was? Oh, weitermachen bitte. Können Sie die Handschuhe ausziehen, oder? Handschuhe, ja. Kann ich Ihnen helfen. Kann ich mir die Schuhe anziehen. Machen wir. Mir ist richtig... Aua. Ja, aber vorher war ich ein Verband rum. Ich kriege meine Handschuhe nicht aus. Ja, alles gut. Ich habe durchgestochen. Okay. Meine Schuhe, mir ist kalt an den Füßen. So, jetzt übernehme ich hier. Ich mache erst mal ein Verband rum, dann ziehen wir die Schüschen an. Okay, ne, machen wir es dann. Ne, wachsamer. Oh, ich habe Ihnen was übergeben. Oh, nicht machen. Ne. Was stinkt denn da so? Oh, so ist der Diesel da hinter uns. Das kann rein, ja. Ja, weil der Motor ist an, er schwenkt über der alte Diesel. Hallo, jetzt ziehen wir die Schüschen an. Rettung. Warten Sie mich? Mit der Rumpel. Schmerzmittel haben Sie, ne? Dann. Ah, ja. Ist Ihr Name? Kurze Frage. Oh, was? Und weiter? Niklas. Ich nehme kurz die Maske einmal ab. Da, Schmidi. Ja. Schmidi, willkommen zurück. Schmidi zurück auf der Akademie. Schmidi fühlt sich gut an, wieder hier zu sein, oder? Ich muss ja erst mal hier die Lage unter Kontrolle nehmen. Klar, das war fast. Ich bin in den Umständen. Was brauchst du jetzt? Brauchst du noch was von uns? Nee, alles gut erst mal. He's back. Komm, wir mal die Seite halten. Du hast noch eine Trage, ne, Simon? Ja. Das Schmidi ist wieder zurück. Schmidi is back. 30 bis 50 Sekunden, aber eben nicht immer wirken. Ich liebe es, Kaka-Asa-Pitzen. Schmerz, wie haben Sie jetzt bekommen? Mein Bein. Aua. Ich helfe Ihnen einmal rüber auf die Trage. Oh, mein Schädel. Schmerz, wie soll es sofort dirken? In Kakuszeit hat er noch hier gegeben, oder? Ja. Niklas? Oh. Oh. Ja. Oh. 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 Ja, Helmut. Oh. 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 Oh, Mark, alles gut? Ja, mein Kopf. Können wir die alle verklagen? Das sind Gestöhne, Alter. Herr Ritter, welche Versicherungsnummer haben Sie? Zwei, drei, na. Nöch mal bitte. Kann ich ernst sein, das sieht nicht. Ich hab mich nicht verstanden, jetzt nochmal bitte. Oh, 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 oh. Ich kann nicht beantworten. Mein Kopf, mein Kopf, Peck, da habe ich schon. Ich geh förmlich. Ja, aber jetzt bitte einmal die Versicherungsnummer bitte. Oh, oh, oh. Karumpel, die Versicherungsnummer bitte einmal. Ich kann nicht, das ist so dumm. Karumpel, haben Sie Ihre Versicherungsnummer? Ja, ich hab' da gefließt. Kuck mal, ich hab' da gefließt. Ich hab' da gefließt. Das ist so dumm. Du guck' hier. Ja. HÖ, alter! Was? Bitte was? Simon Glück haut 449 99 Superchat Bitte was? Wollt ihr nicht verarschen? Was ist heute los? Das ist nicht normal Und Simon Glück haut nicht mal irgendwas dazu Er schreibt nix Er haut hier einfach Das wird heute ein ganzes Film eingeblendet Ich seh's schon Bruder Alter Wo ist Markus? Ey Leute ich kann heute nicht mehr Ich rick heute Herz-Kasper Simon Glück Noch mal Ich weiß nicht was ich dazu sagen soll Ich bin gerade einfach nur schockiert auch mal wieder Okay ich übernehme Emma auf 3 Die spinnen heute Helmut hör auf auf mein Alter da hab ich jetzt aber irgendwas rauskommen Auf meinen Füßen zu lecken Ich weiß nicht warum jetzt ein herzregendes Todes raus oder? Oh da wisst ihr was wir machen? Scheiß drauf komm wir hauen raus Einen Hype in den Chat Ich glaub ich hab auch nicht so viel Eibletz gehabt für heute Ich glaub ich hab auch nicht so viel Eibletz gehabt für heute Aber hey kranken außer P ein bisschen erschwiegen Oh Stutz und Weißen Kann ich nicht was ist denn also Oh Oh Ey wie ist so Oh Oh So Aua Wie ist der Name? Ey Brezi ich kann nicht mehr also Simon Glück hier Das ist so viel Ich hoffe du weißt was du hier gemacht hast Ach da hinten hat mein Ausweis genommen Ich hoffe ich hoffe so sehr dass Simon weißt was er gemacht hat Aber ich lass ich hab halb da gelassen Ich hab das probiert was geht alter Von links nach rechts von oben nach unten von oben nach unten Von links nach unten von links nach unten von links nach rechts Und von oben nach unten Also ich würde sie gerne in eine Patentenliste eintragen Damit ich hier einen Überblick bekomme Wenn man danach natürlich durch falsche Angaben oder sonstige Sachen Irgendwas nicht richtig haben und hier einer stirbt Dann ist es nicht meine Schuld Oh 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 Ich bin immer freundlich Schmittlauch Haben sie meine Schuhe gesehen? Auf eine Butterbrot Sie haben meine Schuhe geklappt Schnittlauch Wo ist das Schnittlauch Eure Pinguiner Olivenöl Da sind Pinguine Margarita Pizza Kiwisacke Heifischbraten mit Schnellicht Ich hab übelste Brechungen Es ist Tierfutter Sonnenfinsternis am Tag Argentinische Fischeier Eier Eier von schwangeren Fischen Fisch Schlangeneier Schlangeneifische Schlangen die Fische sind die Eier Schlangenfischer die Eier Fischende Fischer die Fischen Schlangenfischer die Eier legen mit Fischen Fischers Fritz 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 Aua Eierlegende Wollten mich Abgelaufene Eier beim nächsten Dönerstand Aua 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 Abgelaufene Margaroni Pizza mit Garnelen und Hunde Augen mit Tintake von Tintenfisch Eier und Aua 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 Schimmelkäse Pizza mit all die Schocken Aua 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 Weeeh Aua Spät Aua He Schocken Arsch Schocken Zwei Jahre alt ist Tiramisu aus dem Müll. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich heb ihn. Bring's raus. Ey, mir ist so schlecht, ey. Ich glaub, ich muss gleich kotzen. Ich hab so Kopfschmerzen. Aua! Der Zaun. Seht ihr auch den Zaun? Ja, der Zaun dreht durch. Der Zaun will was Böses. Da ist Böses im Zaun. Der Zaun ist böse. Lauf doch selber, du faules Stück. Was machen denn hier die Gehbehinderten? Ich dachte, wir machen heute Ausbildung. Der Zaun ist böse. Wir wollten doch nur mit Ausbildung machen. Ich dachte heute, es schießt. Ja. Ihr habt gesagt. Ey, Aaron. Wenn er was geht. Wer war denn mit dem Schießtraining hier, oder? Hä, was wollt ihr denn? Wo ist denn das Schießtraining jetzt? Aua. Ich wusste, dass das Schießtraining dadurch entsteht, dass man sich gegenseitig ins Bein schießt. Dreht sich bei euch das Tor auch? Ja, und das Tor hat vorhin mit dem Medic getanzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich lege mich gleich. Mann, der ist so übel, ne? Oh Gott, Niklas, der kommt auf dich. Oh ne, muss furzen. Ich bin da leergestiegen, Mittel. Ich habe Schmerzen. Ich habe Schmerzmittel bekommen. Das hilft nicht. Ich kriege Durchfälle vom Schmerzmittel. Ich spreche auch. Mein Cholesterin ist wieder ganz weit oben, ich spüre das. Wir haben so ein Spuck-Tierchen, dann können sie da rein spucken. Oh, zu spät. Spuck-Tierchen. Dankeschön. Das, was auf dem Boden gelandet ist. Ob der da hinten sitzt, da. Von nach. Feuerwehrmann. Ich habe Bauchkrämpfe. Mir ist schlecht. Irgendwas vertrage ich nicht. Mir ist ganz übel. Wir haben Reizdarm herum bekannt sein. Ja, das ist auch diagnostiziert worden. In so Fällen wie diesen bin ich sehr aufgeregt und dann geht man da mit mir durch. Ja, das muss ich nicht. Niklas. Ja. Es ist ein bisschen so speiübel. Mein Herz. Mein Bauch tut halt krummeln und weh. Du hast keine Herzen. Nehmen Sie mal, nehmen Sie mal das hier. Das hilft gegen Übelkeit. Nehmen Sie es mal ein. Vielleicht, dass ich wieder einen Einlauf machen muss ja runter. Nein, bitte nicht. Nicht heute. Das sind die anderen, die sagen, wir sollen zum Schießtraining kommen. Ich weiß es nicht. Wir haben doch uns gesagt, wir sollen hierher kommen. Ja, aber du siehst, das war doch kein richtiges Schießtraining. Das war ein Anschießtraining, aber kein Schießtraining. Niklas. Meine Bewerbungsunterlagen sind weg. Ich habe noch meine. Ich habe noch meine. Die sind mit einer Hosen-After-Tasche. After-Tasche. Hosen-After-Taschen? Franz. Ja? Einmal ganz dringend. Kannst du noch kurz zu kommen? Wer hat eine After-Tasche? Er hat eine großen After-Tasche. Ich kenne nur die Schokolade After-Aid, aber das ist auch so eine Tasche mit was drin. Oh. Ja? Ja? Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich werde nur noch zum Bescheid weiß. Das ist so dumm, Alter. Ich frage mich, wann wir wegkommen, Alter. Der Bomber. Danke für 1,07 Euro. Floppy also 7-Ziele-Fan. Echt. Wieder ein Megastream. Danke schön dir. Jetzt erstmal hier ein bisschen Furz-RP. Der Altenpfleger konnte eine Weile nicht spenden, da ich privat zu tun hatte, aber habe jeden das Teams nachträglich geschaut. Danke für alles, dein Altenpfleger. Oh, danke schön, der Altenpfleger. Vielen Dank. Ciao. Hey bitte. Tschö. Vielen herzlichen Weißdarm. Simon Glück, danke fürs VIP-Wand. Alter, der haut hier 449 Euro aus und wird auch noch VIP. Was ist das denn so ein Name? Ich kann es nicht sagen. So. Wollte mehr machen, aber das rächt auch für die erste Spende. Du bist auch aus dem wunderschönen Müllviertel. Dankeschön, ey Bruder. Du wolltest noch mehr machen. Was ist denn mit dir los? Ne, es war nur eine kleine Spende. Alter, Simon, vielen Dank und danke fürs Schüttwerden. Ja wirklich, Kuss. An Simon Glückchen nochmal. Küsschen. Der hinter uns gehört in die Pups. Pikachu, 28, 74, danke für 24, auch Philipp Seidel ist auch der Praxion. Dieses Gehirn stonks. Oh nein, wüsste ich wieder drehen da? Ich habe immer, ich habe immer einen Kopf, wie viel steuer ich da war, für total. Karl! Das heißt nicht mehr, der mit dem Wolf tanzt, das heißt, der mit dem Gitter tanzt. Ich bin einfach geflasht, dass sowas überhaupt, dass das Leute machen, ist einfach heftig. Deiner auch. Ja, ist krank. Kannst du doch mal einparken und dann wieder hierher kommen. Ich bin nicht Raucher. Oh, oh. Ja, wer, wo, wer schreit? Hier. Warum stehen die so neben uns? Dich auch. Oh, es ist schon wieder der, der mit dem Gitter tanzt. Oh Gott, da ist ein Vogel. Da ist ein Vogel. Guck mal, der Vogel, siehst du den? Das ist ein Tiefflieger. Das ist ein Tiefflieger. Der, ja, der fliegt wie eine Drohne. Ein Drohnenflieger. Ein Drohnenvogel. Das ist aber schön. Geheimnisprojekt der Area 51. Oha. 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 Ich will ja weg. Ich hab schon Sonnenbrand im Gesicht. Ich wurde nicht eingeschmiert. Warte, ist das jetzt schon mit dem Schießtraining? Können wir jetzt endlich wieder zu Mama? Ich glaube, wir können aufstehen gehen. Ja. Oh Gott. Ja, ja, hinter mir hat gesagt, wir dürfen aufstehen gehen. Ja, siehst du, er geht auch gerade. Hilfst du mir beim Aufstehen? Der schlimmste Geruch. Er riecht nach eingeschlafenen Füßen. Alles gut. Gepaart mit Kotze. Da sollten sie sich auf dem Karussell gehen. Und Waschbärenkacke. Oh, die muss noch dringend aufs Klo. Vorsicht mal. Der greift dich an. Aua. Der greift dich an. Da ist diese Drohne, diese Schreckliche. Ah, nimm sie weg. Ah, nimm sie weg. Oh Gott, die totale Überwachung. Oh. Da brauche ich nicht so lange. Ich bin das Krankenhaus mir schlecht. Ich habe eine Schusswunde im Schädel, Alter. Ich wurde noch nicht behandelt. Aua. Ah. Ich wurde noch nicht behandelt. Ach, bitte hör auf jetzt. Er hat von euch geschissen da drüben. Helmut. Helmut. Schon seit 10 Jahren hat er das nicht mehr am Griff. Ah, scheiße. Lufayfu. Wie geht's an der Katze? Dankeschön. Schon besser. Die letzten Tage gut aufgekommen. Ich hoffe das bleibt so jetzt erstmal. Ich glaub Niklas hat sein ganzes Krankenhaus. Oliver Ball, guten Abend. Mein bester. Auf einen schönen Stream. Dankeschön Oliver. Immer am Start. Matze. Mega RP. Danke. Ich spüre meinen großen Zeh nicht mehr. 20 euer Matze. Nee. Kannst du mir meine Füße massieren? Also Sieb Boss Kurt, die Hexion. Ich glaube du hast mal nicht überlesen wegen dem LCRD, ob du das zeigen kannst. Was ist das LCRD? Marschall. Marschall. Herr Marschall. Marschmello. Was ist das LCRD? Bossmello, Mann. Geht bei mir nicht. Ich weiß nicht was du meinst. Also Sieb Boss Kurt, aber Dankeschön. Christoph Schott. Keine Sorge ich kann es mir leisten. Ich spende jedes Jahr jemanden etwas Kleines an. Jedes Jahr kommst du um die Uhr. Kommst du einfach. Dann ausreisen oder was. Dann kriegst du aber auch herzlichen Reiz da. Wirklich. So dann einmal Patschenchen hoch. Wer ist in der Lage zu sitzen? Ich kann sitzen. Herr Ritter? Sie kann sitzen? Mir ist grad schlecht. Okay, denn Herr Ritter kannst du immer noch, Herr Rumpe? Ja. Gibst du ihn gleich noch mal. Ich hab ein Reiz, aber mir geht es halt nicht gut. Ja. Ich weiß nicht, ob das Problem ist. Es spricht halt nicht so viel drauf an. Das Einzige was ist, man kann es unterdrücken, dass ich nicht zum Beispiel im Modium akut, dass ich keinen Durchfall kriege oder so. Also ich möchte eins sagen, Herr Rumpel. Wenn Sie mir die Trage vollkacken, dann mach ich auch so. Nee, ich kack die nicht voll. Aber mir ist halt jetzt doch grad schlecht. Guck, Ritter mal. Ritter seinen Trager. Nee, aber mir kippst die mal einmal im Modium. Nein. Im Auto geb ich ihn gleich. Deine ist voll ge... Geh schiss. Okay. Wir könnten aber auf dem Damenrohr legen. Der alte Mann ist inkontinent, der hat alles voll geschissen. Also Herr Ruppel, Herr Ritter und? Ja, ich such grad. Wer kann noch sitzen? Alles klar. Kennen Sie Ihre Rechte? Gänchen hoch oder sein? Warum was hab ich denn gemacht? Alle Damenprobleme hier. Wir sind die Damen... Die Damen 07 sind wir. Nein, ich bin meine Stimme zu lassen. Ich frage mich grad, was jetzt passiert. Ich schau aber. Oh, Lent, Max. Ich werd Sie einmal kurz abtasten. Haben Sie irgendwelche scharfen oder scharfen Gegenstände bei sich? Nicht außer, dass auf meinem Rücken... Ich bin scharf und spitz. Das ist nicht scharf und spitz. Das ist nicht scharf und spitz. Das ist nicht scharf und spitz. Wenn Sie was scharf und spitz suchen, ich lieg hier. Ich kann spritzen. Ich bin heiß. Ich bin heiß. Ich bin heiß. Beides. Ich kann beides sitzen und spritzen. Wenn die durchsucht sind, kannst du gleich, wie sagte Herr Rumpel liegend, einmal sitzend und Herr Ritter sitzend. Jawohl. Ja. Du brauchst den Fahrer? Da drinnen. Eure Kollegen, die sind soweit alle sitzen. Mein an linken Hosentasche. Das wäre nett, wenn die zum Ausschuss zu machen. Die 0. Die 0. Die 0. Die 0. Die 0. Meck Moveke. Halblewchen kriegen. Meck Moveke, einen wunderschönen guten Abend. Ich gucke dich seit 2000! Es ist einfach der Rest und den. Was du nimmstens zu lachen. Meck Mückeみ ne bye. Vielen Dank für 30 Minuten. Danke schön. Hallo. depositausch depends стьet. DAVIDORT Pikachu, die Grüße aus dem Minden, bitte grüß mich ich grüße Pikachu 28V74 Osage klar, vielen Dank Ya Catchyبacke müssen auch erst soils haben Ich habe mich nicht geschossen. Ich habe gar nichts gemacht. Ja doch, der ist positiv. Alles klären wir nachher in Behandlung. Okay. Kannst du, ich glaube, ich kann es ganz gut auf die Linie, du möchtest du sie erst wegbringen? Ja. Die 2-4-6. Okay. So, der Herr. Die kennen auch ihre Rechte? Ich kenn meine Linke. Okay, sehr lustig. Ich werde sie einmal kurz abtasten. Haben Sie irgendwelche scharfen oder spissen Gegenstände bei sich, woran ich mich verletzen könnte? Was scharfes und spitzes liegt hinter Ihnen. Ich weiß nicht mal, was ich hier mache. Aber ich glaube, der Markus da drüben ist scharf und spitz. Dann einmal zurück. Ja, das habe ich schon mit. Das ist der Sound, der für Spende. Wo ist ich? Ich bin der Kraft, ich. Mein Hammer, wie soll ich jetzt mein Gartenzaun bauen? Ne. Okay. Ist der, ist der, sind die für alle schon fertig? Mein Gartenzaun bauen. Hallo? Schmitten und Morschen traut Zaun in the morning. Und jetzt bei Stromausfall sind die... Okay, nix mehr. Ja. All day long. Sie sind schon? Ist der Versorgung worden von der Polizei? Evening. Morschen traut Zaun. Ja, genau sie. Ja. Ich bin nicht versichert. Ich bin nicht versichert. Ich habe auch Ihre Schuhe, es tut mir leid. Das ist mein Schild. Das ist die Pflicht. Können Sie laufen oder können Sie zum Haus ausgehen? Ich kann laufen. Es ist so ein Chaos. Nein, ich bin nicht versichert. Nein, ich bin nicht versichert. Ich habe einen Hammer in der Hose und ich werde ihn einsetzen. Ich werde beim Zaunbau helfen, wo du gesagt hast, dann Hammer ist weg. Hattest du Rumpa durchsucht? Ja. Ah, ne, der sucht nicht. Der sucht noch nicht. Der wurde voll durchsucht. Warte ich. Und... Ich glaube ich. Okay. Boah, haben wir so schlecht gerade, ey. Das ist echt schrecklich. Haben Sie noch Ausweis von dem Herrn? Fahren Sie Volvo nach Falz? Und die Tür abschließen? Kannst du doch nicht auf mein Gesicht kotzen? Ich nehme mal kurz die ganze Waffung ab. Sie haben doch vorn meinen Ausweis genommen. Nee, das war der Kollege, wenn dann. Also ich habe dir ja auch keinen Ausweis eingesammelt. Gebe ich zurück. Gebe ich. Ah, aua. Der liegt hier auf die Frage. Fragen Sie mal den mit dem weißen Helm. Dann... Einer von denen muss das... Ja, dann... Ja. So, jetzt können wir los, ne? Mein Zeh ist dreckig. Unter meinem Fuß, deswegen ist es so kalt. Da wollten wir die Schuhe anziehen. Der hat jemand geklaut. Okay. Meine Schuhe... Ich glaube, ich habe deine Schuhe an. Herr Ritter, können Sie mir bitte folgen? Ja, aber meine Schuhe sind auch... Ja, ich habe von denen in die Schuhe genommen. Tut mir leid, die sind zu klein. Ich kann mir nicht... Ah... Herr Ritter, alles gut? Sie haben... 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 Sie werden sich anzeigen. Was hat er am Bein gestellt? Ja... Ich habe es genau gesehen. Das ist ein Problem. So... In Europa... Die Regeln im... RTV kennen Sie? Ja... Telefonieren, rauchen und... Telefonieren... Ja... Alles auf einmal am besten gar nicht. Ja... Nichts machen davon. Herr Ritter... Können Sie einmal bitte... Die Kaffee kann man hier rein... Hinten reinsteigen? Ja... Ist das ein Problem oder was? Hä? Äh... Was hab ich? Gibt es ein Problem? Nee... Gibt es ein Problem bei Ihnen oder was? So wie Sie sich gerade beschwert haben... Dass es Ihnen so scheiße geht... Da sind wir gerade noch aufs Auto... Hast du drei jetzt drinne? Scheiße... Nee... Zwei... Alles klar... Boah... Der regt sich aber aus... Also dafür, dass er sich am Bein gestellt hat... Der war eine ganz schön große Klappe... Ja... Ich hab mich am Bein gestellt... Gehen Sie weiter... Oh... Machen Sie Ihre Arbeit genauso blöd wie immer... Weißt du... Einen alten Manns Bein stellen... Wo ist der Respekt hin? Ja... Bissen Sie Herr Rumpel... Ich gebühr den Leuten nur so viel Respekt... Wie sie mir Respekt gebühren... Und das macht er hier in dem Fall absolut nicht... Was hat er denn gemacht? Auf ihr Auto gekotzt... Ja genau... Er hat auf mein Auto drauf gekotzt... Ja der kotzt schon die ganze Zeit da hinten... Obwohl ich mit ihm nichts zu tun gehabt habe... Nichts... Die hätten den Kotzkübel hin tun müssen... Der kotzt schon die ganze Zeit da hinten... Der kann doch nicht dafür... Der alte Mann... Ich hab eine Kotzhüte aber lieber auf Pol... Was soll ich denn machen? Soll ich mir in die Hände brechen oder was? Der bricht die Augen... Ja ne stimmt... Das ist ein Kotster auf mein Auto... Das ist eine super Idee gewesen Herr Ritter... Haben Sie gut gemacht... Herzlichen Glückwunsch... Applaus Applaus... Das ist doch ein alter Mann... Der kann doch nicht sagen... Der kann nichts dafür... Ja was... Was will er denn jetzt? Irgendwann eingestuhlt hast du dich ja auch noch... Ja... Davon weißt du doch gar nichts... Weißt du... Alte Menschen muss man ja respektieren... Wenn die mehr... Daneben machen... Ja aber das tut der nicht... Der versteht das nicht... Der versteht das nicht... Dass du schon etwas älter bist... Vom Baujahr her... Was wollen sie denn jetzt? Ich dachte... Mensch ich rede doch gar nicht mit ihnen... Jetzt gehen sie mir doch mal nicht auf den Schiff... Warum fahren sie halt rückwärts? Sie fahren rückwärts? Ich hab ne Frage an sie... Ja... Und an einer Skala von 1 bis 10... Wie sehr hat sie das gerade angepisst? Weil der Herr hat... Auch sich eingeschissen vorhin... Jo... Nur dass sie wissen... Ein bisschen Respekt gegenüber den alten Menschen... Und dann auch ein Bein stellen... Das ist unglaublich... So hier ist alles gut... Bitte? Ja ne... Der regt sich grad auf... Weil der ihm das Bein gestellt hat... Ja... Das ist nicht so schlimm... Wir fahren jetzt weg... Ja... Tschüss... Der hätte sich auch was brechen können... Der Arme... Endsmed... Ich find das aber geil... Das ist aber ein gespieltes Endsmed... Das ist kein... Das ist kein OUC-Med... Das ist ein RP-Med... Das feier ich... Wenn mehr Leute so werden... Ich find das lustig... Ambulance 3... 1076... Er hat mein Auto gekotzt... Zwei Mal Red Tag... Die doch nicht... Ich wollte, ob du respektiert wärst... Warum... Wenn der Gegensatz trimmt... Der Respekt kommt... Der Respekt... Wie geil, dass ich... Ah... Was sind sie auf der Erde? Hier kommt ein Schuss... Der Erde... Bitte... Ich hab was in den Kopf bekommen... Ich glaub mir geht's nicht so gut... Ja... Alles gut bei dir... Irgendwas steckt in meinem Kopf... Ich hab das Gefühl... Magst du da nicht mal schauen? Na... Guck bitte nicht rein... Mit einem Volk-Patienten... So infizier ich mich nur... Achso... Stimmt ja... Ich will nicht wissen... Was für Krankheiten du mit deinem Alter hast... Die riechen ganz komisch... Was? Die riechen? Nein... Nein... Die riechen... So nach... Ketze so... Achso... Die Finger riechen... Ja... Ja... Ihr habt mir gedacht... Das ist die Krankheit... Die Riechen heißt... Achso... Grieselkretze... Achso... Grieselkretze... Ja... Die stinkende Griesel... Furchtbarer Kratzel... Ja... Grieselkretze hast du oder? Ja... Ja... Ja ist die von Harry Potter... Die gibt's gar nicht... Du Lügner... Nein... Ich hab die... Ich hab auch ne Narbe an meinem Kopf... Die hat mir der Kollege da gerade... Als er mir das Bein gestellt hat... Erwischt... Achso... Ich hab' ich jetzt die Narbe... Und die wird zur Anzeige bringen... Ja... Aber ich... Ich weiß doch nicht wer er ist... Ja... Weiß ich auch nicht... Ist das einfach Polizist mit... Oh... Anzeige gegen Unbekannt... Anzeige gegen Polizisten... Der mal öfters Deo verwenden sollte... Ich glaub das ist ne gute Idee... Ich glaub dann... Wie findet man den einen schon draus? Ein bisschen respektvoller mit Leuten umgehen... Die gar nix gemacht haben... Genau... Polizist... Der nicht so respektvoll mit alten Menschen umgehen kann... Ja... Wenn das ein oder andere mal... Bestuhlt wird... Oder... Erbrochen wird... Sand... Dann kommt der Sandmann immer welche Uhrzeit? 20 Uhr... Ah ok... Ich musste damals als ich... Kind... Aua... Als ich damals ein Kind war... Immer... 20 Uhr nach dem Sandmann schlafen gehen... Dann war der Fernseher immer aus... Ja... Ich auch... Amber... Amber... 3 10 97... Oh... Wie alt sind sie denn? Du hast ja als Kind schon Sandmann gesehen gehört... Ist denn das? Ne... Ich schau ihn noch immer... Aber... Achso... Ich schau noch... Sie müssen immer noch 20 Uhr... Wenn die Mama da... Achso... Du hast ja gerade keine Mama mehr... Nein... Ich hab keine Mama mehr... Aber ich hab einen Sohnemann... Der... Sagt immer... Papa... Schauen wir jetzt Sandmann... Und ich sag so ihm... Ja... Komm... Wir schauen Sandmann zusammen... Und trinken dabei ein Bier... Ja... Oh... Ne... Ich stell mir grad so vor... Wie so ein uralter... Mann... Da sitzt... Sandmann sieht... Und um 20 Uhr schlafen gehen muss... Ja... Ich bin halt ein Rentner... Ja... Die gehen eher einmal früh schlafen... Und stehen früh auf... Ja... Vorsichtig... Herr Ritter... Kannste 2 aufmachen bitte... Hier ist schon wieder so die Kasse hinten... Die dürfen nochmal... Genau... Aber... Aber... Aua... So... Du kannst ja aus meinem Schritt rausnehmen... Ja... 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 Oh... Das ist ein Pass im Schritt... Lass dich noch einmal kurz... Einmal noch kurz von... Werter untersuchen... Ja... Muss ich aber runter... Ne... Ich... Glaube... Ja... Ey... Hast du mir grad auf den Bauch gekutzt? Nein... Oh... Herr Ritter... Geht nicht... Ja... Hab ich eben gerade auch schon erfahren... Ach... Die ist nicht stark... Leg mal hin... Ja... Ja... Franz... Ah... Schwester Bertha... Ja... Schwester Bertha... Ja... Wenn man im Kopf macht das... Ja... Sollen wir einfach rufen auf... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d... Oh... Ich will eine rauchen... Was haben sie jetzt gemacht? Ah... Bist du schnell... Oh... Ding... Ding... Danke an... für 90 Cent... Floppy also sieben gesündet... Danke für den Euro... Sieben und Glück haben wir vorgelesen... Pikachu immer nochmal... Ah Pikachu bist der Beste... Vielen Dank für zwei Mal nochmal Donaten Pikachu... Der Lauer zieht aber auch ganz anders... Von Philipp Seil vorhin... Der Lauer Auspuff... Achso... Schau... 88 Kubik aber dann Lauer... Alles gut Herr Rumpel... Sie sind da still... Ja... Es geht... Uuuuh... 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 Herr Ritter geht's mit laufen... Kennt dich schon mein... Kampschrei... Bitte nicht im Krankenhaus Herr Ritter... Der Andi... Andi 318... Danke für zwei Euro... Guten Abend wünsche ich dir jedenfalls... Chaser Sadiq... Vielen Dank für 90 Cent... Philipp Seil... Das war so... Stell... Das war vorgelesen... Genau... Kukurrrr... Mike... Also nochmal... Martin Berger auf die 1... Sorry... So... Aua... Hier runter... Ich seh nämlich nix... Herr Rumpel sind sie noch da? Ja... Ich seh nix... Warten sie mal... Warte... Jetzt seh ich wieder was... Ja... Perfekt... Ich... Ich helf ihn einmal hier auf das Bett rüber... Ja... Oh... Schönes Bild... Können wir hier hinlegen? Ja... Okay... Es wird gleich noch mal jemand auf dich zukommen... Dann geht das weiter... Ja... Danke... Ich wünsche dir schon mal alles Gute... Wünsche ihn ebenfalls... Ach... Herr Ritter... Ah... Jetzt können wir das Bett hier neben nehmen... Ach ne bitte nicht... Ich zieh alles nach Stuhl... Er sollte sich vielleicht mal links rein... Ach egal... Ach du... Bevor ich's vergessen... Sekunde... Desinfektionsmittel... Er hat jetzt eine Windel raus... Ich weiß nicht was er jetzt macht... Wird es sein... Gibt es demnächst auch eine neue Bewegungsphase für den Zuber? Ich denke schon... Ich hab hier noch einmal die Modium Akut für Sie... Für Ihren Reizdarm... Oh... Danke... Das ist halt gegen Durchfall... Das ist mir nicht ein Scheiß... Danke... Wenn Sie... Wenn Sie Windeln brauchen oder sonst irgendwas sagen Sie... Nee... Nee... So schlimm ist es nicht... Aber es geht nur da... Wenn Sie einen Durchfall haben... Ja... Okay... Perfekt... Ein Stück mal runter... So... Herr Ritter... Sie dürfen einmal... Was soll ich machen? Ja... Die habe ich hier... Die lege ich hier hin... Wo kamen die Gestimme gerade? Ja... Ja... Moinan... Ich lese sehr viele... Aber halt nicht alle... Weil es halt unmöglich ist... Alle durchzulesen... Und zu antworten sowieso nicht... Aber ich... Versuch's... Moment... Hund... Muss ich mal schauen... Äh... Das Problem ist halt... Insta ist sehr unübersichtlich bei mir... Weil halt sehr viele... Ich kann mal gucken... Als Insta rein schau... Ich habe... Heute... Wieder genügend anfangen... Wie komme ich das durch so... Ach du Scheiße... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 19... 11... 12... 13... 15... 16... 19... 30... 31... 40... 41... 47... 43... 44 Nachrichten... Als ich heute... Und jetzt stellen wir vor... Jeden Tag... Manchmal auch mehr... Zwischen 40... Und je nachdem... Ob ich mal was poste... Dann sind es wieder mehr... So... Ich will das mit der Katze... Weil ich glaube... Da habe ich... 300... 400 Nachrichten bekommen... Das war krank... So... Pikachu... Auch danke mal fürs Hüpferden... 420... Danke für einen Euro... Ähm... Paul Panzer... BLN... Danke für einen Euro... 7 Cent... Elvin Zürich... K9... Danke für das Ries haben... Espresso... Das war schon... Die exquisite Tasse Kaffee... Ich habe schon vorgelesen... Alex 01... Danke für einen Euro... Und fürs VIP werden... André Z14... Erstmal die letzte Nachricht... Gelesen... Haben eine Frage... Was macht... Was später gekommen... Das war auch vorgelesen... Glaube ich... Yes... Tommy BF... Christoph Scott... Das war auch vorgelesen... MelekTV... Haut ne Euro... Und Cindy mit dem 10er... Einen schönen guten Abend... Und viel Spaß... Vielen Dank an Cindy... MelekTV... Ist nochmal VIP gewonnen... Haut ne Euro... Dankeschön... ItzEistee... Ist auch VIP gewonnen... Hey... ItzEistee... Kenne ich den nochmal... War der nicht mal... Minecraft Server... Jemanden da... Was der ItzEistee hieß... Ich weiß nicht... Ob der das ist... Danke für 2 Euro... Herzlich Willkommen... Also Sieben Boss... Kurti... Haben wir gleich vorgelesen... Mit dem LCRD... Ich weiß nicht... Was er genau meint... Oder meint er 1CRD... Meint er das hier... Vielleicht denkt er... LCRD... Aber es steht 1CRD... Ne... Dieses Tablet da... Wird aber ersetzt... Auf 3... Oder 25 Leute... Ne... Mazzan Berlin... Stefan Schneider... Einen wunderschönen guten Abend... Wünsche ich dir... Ich war bei Bouti drin... Im Live... Bouti streamt auch... Was ist rot... Und steht am... Kopierer... Die... Paprikantin... Sooo... Kann aber auch gelb sein... Der Herr... Und der Herr Ritter... Ja genau... Was macht der da? Besser... Ich muss sie nicht kacken... Besser... Hm... Das ist gut... Dabei sind die... Ich hab nur Schmerzen... Ja... Wo denn? Ja halt... Ich hab nur Schmerzen... Ja wo denn? Ja... Am... Am... Am Knie... Knie... Okay... Einmal freimachen... Herr Humbe bitte... Ja... Brauchen Sie Hilfe? Äh... Anschluss... Ich hab auch noch ein bisschen... Ich hab irgendwie... Überall ein bisschen was abbekommen... Muss ich sagen... Das ist ganz komisch... Ja... Aber... Am Kopf hab ich am meisten grad... Schmerzi... Im Kopf macht's grad Schmerzi... Mach's doch ein Auer... Er hat immer ein Auerbubo... Am Kopf... Ich gucke das mal... Ich krieg jetzt heute... Kein Einlauf dafür, oder? Nicht wenn's nicht sein muss... Okay... Wieso, dass ich darauf... Erpicht bin... Ja... Vielleicht gibt's ja so... Einlauf in Kopfschmerzen... Falsche Richtung... Mhm... Denk ich mir halt auch... Also im Kopfschmerz... Mach mal einen Einlauf... Da... Da... Willi jetzt schon gesagt... Oh... Kopfschmerzen... Da machen wir mal einen Einlauf... Das war ich nicht... Ja... Oh... Um's Kopfschmerzen... Da machen wir einen Einlauf... Ja... Und da... Verreicht wir mal ab... Für Mittel... Das wird da... Das wird da... Herr Ritter, ich bin gleich bei Ihnen... Geht's Ihnen soweit gut, Herr Ritter? Ja... Mir geht's gut... Außer... Wenn der Herr Ritter Sport macht... Das ist dann Rittersport? Ja... Definitiv... Jo... Du... Mein Kopfschmerzen... Du kriegst aber einen Zapfen... Das ist schon missig... Das RP mit... Mit der Stunde... Willi ist das Lustigste... Jo... Warum haben wir dich nicht... Einen freien Tag genommen? Ja... Ich? Ne... Der Herr Ritter... Also... Na... Weil er heute Freitag war... Jo... Na... Ja... Ja... Aber dieser Willi... Ich... Ich weiß noch... Als hat jemand... Unser Zapferl verpasst hat... Weil rumgefahren ist... Für einen Krankenwagen... Ja... Und Leute zur gesunden Untersuchung mitgenommen... Hat er gesagt... So... Jetzt mach mal mal Zapferl... Ich hab nicht mal Schmerzen... Jo... Schick mal mal Zapferlin rein... Da hat es mich so aus der Bahn geschmissen... Ich schwöre dir... Willi... Ja... Ja... Jo... 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 Passt schon... Ich krieg keinen Verdienst... Ich krieg immer... Muss mal schauen... Ich glaub... Ich weiß nicht ob er das gestreamt hat... Aber wenn muss ich ihm das so mal anschauen... Hat am Mindestlohn... Da war ich kurz vorm Wegbrechen... Ja... 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 Im... Im Hospital... So... Ähm... Video wieder gelb... Momentär... Kann man sich auf Freelive Online... Bewerben wir mal auf der Play... Spiel... Nein nur PC... Riesenwolf... Ja... 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 Und Black Rose... Ein Euro... Ja... Ich spinne heute komplett... Der Lost Game auch am Start... Mit... Danke... Ähm... Donnerblitz... Auch wieder da... Liebe Grüße aus dem Schwarzwald... Dankeschön... Jetzt kann ich das ja alles mal vorlesen... Ich hoffe ich komm gleich raus... Dann schau was wir da angehen... Da kann ich ihn nicht... Jetzt hab ich schon ganz schön lange Krankenhaus-RP gemacht... Seit wie lange lieg ich da nicht im Krankenhaus... Seit... Da kann ich ihn glaube ich nicht... Ich mach's seit... Ja... Na Stunde lieg ich... Und kann seit ner Stunde nix machen... Seit ner Stunde Krankenhaus-RP... Geil... Also seit ner Stunde bin ich down... Alter... Ihr müsst euch vorstellen... Seit einer Stunde... Kann ich nichts mehr machen... Also es wird gleich aufhören... Aber das find ich grad traurig... Dass ich nach ner Stunde... Sollte eigentlich schneller gehen... Die Datings auch für Rindner... Führern... Adam Lang für einen Euro 7 Cent... Vielen Dank... Wixi... 805 Euro... Philipp Seil... Nie vergießt... Na den Philippe... Nie vergießen... Philipp Seil... Helmut Schmidt... Ein Subvertruck... Der mit Benzin getankt werden muss... Das stimmt doch fast nicht oder? Das stimmt fast nicht... Nein... Definitiv nicht... Sagt er auch... Hier reicht eins... Spikes... Niklas... Simonite... Alex... Loki Nummer 52... Genau... So... Ungeht schon besser... Herr Rinder... Ich glaube jetzt habe ich unten als vorgelesen... Wir können noch vorlesen... Philipp... Der Kalender im Krankenhauszimmer macht das Video gelb... Ja ich weiß... Ich darf da eh nicht hingucken... Der macht das und sagt... Ups... Das ist ein Bild... Das ist kein Kalender... Wer guckt den Kalender kauft... Danke an die Katze für 240... Dankeschön... Wie wäre es mit einem... Portemonnaie im Shop... Was brauchen wir ein Portemonnaie... Ein Xion Portemonnaie... Oder was... Ne... Aber wir haben es anders geplant... Weißt du was geplant haben? Strandtücher... Franz Karl... Oh ja... Strandtücher... Gar keine Zeit für Rechnung heute... Achso... Dann danke... Tschüss... Ja... Geht wohl aufs Haus... Ne... Ja... Äh... Weiter... 200... Und... Ja... 2... Ich meine das ICAD... Wir haben kein ICAD... Mach dich mal frei bitte... Ah... Ne... Nicht du... Wir haben kein ICAD... Ah... Egal... Weiß ich... Ich weiß nicht ob ihr das ICAD meint... Mit 1 oder ICAD... Kein Plan... Wir haben kein ICAD... Euer Lump... Ich habe jetzt bei... Furbys und ein Tamagotchi... Oder... Und ne Partner auf... Ach... Was aufgezogen... Als Teenager... Ich bin schon immer sowas von verantwortungsvoll liebe Grüße... Danke Maca Lump... Ach stimmt... Wir hatten alle Furbys oder Tamagotchis... Hab ich hieß mal ein Tamagotchi... Ich glaube das Ding habe ich gar nicht mehr... Ich hab das mal weggeschmissen... Vielleicht hat's wieder irgendjemand... Das Ding... Die Batterie hält ja üben... Bislang mal so ein Tamagotchi... Ne... Jahrelang halt... Ist da drin... Ich bin auf dem Müll... Alter... Da liegt das Ding... Das arme Teil... Floppy... Jetzt ist das Ding zu... Danke für 1 Euro Simcent... Maxi Anderson... Sjuuu... Dankeschön... Der Krankenhaus-RP... Ja... Von Vincent Guse... So sieht's aus... Jenna Möller... Danke für 1 Euro Simcent... Auch Jimmy Weeks... Danke... Mitkommen... Mitkommen... Hier haben wir einmal einen... Der Bomber... Danke für 1 Euro Simcent... Carsten Wunder... Das ist echt süß Kurt... Der Schnucki... Danke... X ist gleich... X bist der Beste... War zwar lange nicht mehr da... Aber... Jetzt bin ich wieder da... Bleib wie du bist... Dankeschön... Aber... Ich höre hier ganz viele Leute... Ja... Ich höre zu viele Stimmen... Ich auch... War wirklich noch... Die sind... In unseren Augen... Hallo... Uhhh... Komm... Ich nehm den Rechten... Ach... Hallo... Ich hab keine Rechte... Hallo... Wo Sie sind? Äh... Thomas Gottschalk... Okay... So verstanden... Ich mach diese Spiel-Chance... Mit diesen... Lockigen... Langhaaren... Ich geh... Adam... Wo sind Ihre Klamotten? Äh... Die wurden mir ausgezogen... Ich wurde gegen meinen Willen... In diesem Bett ausgezogen... Möchte Anzeiger erstatten... Ne... Die sind bestimmt... In Ihrem Schrank hier... Immer nur spaßig zu mich an... Warten Sie... Ach... Oh... Da haben Sie es auch okay... So... Bekomme ich einmal bitte hier einen Ausweis? Ich kriege auch nochmal einen Ausweis von Ihnen... Ja... Ist es okay wenn Sie... Wenn Sie einfach sagen können... Ich bin Thomas Gottschalk... Einfach so... Ne... Okay... Und Sie sind wer? Kriegen Sie wieder... Danke... Wen... Wen habe ich vor mir... Wer sind Sie? Warum? Gut... Dann drehe ich ja um... Ne... Ich will mal wissen... Sind Sie... Sind Sie echter Polizist? Weil... Da können Sie sich ausweisen... Da sind Sie... Da sind Sie... Also welche... Welche Dienstnummer haben Sie? Ja... Welche Dienstnummer? Ich sehe das ja nicht... Ja... Das wollen Sie auch nicht... Ich kann Ihnen höchstens die Batchnummer geben... Ja... Aber Sie müssen sich doch irgendwo ausweisen können... Als Polizist oder? Habe ich doch... Ja... Aber als... Als Ihre Nummer... Wenn Sie jetzt einen Fehler machen... Zum Beispiel... Ich weiß ja gar nicht... Wer das begangen hat... Dann sagen Sie Ihre Nummer... Dann sage ich ja meine Batchnummer... Ja... Ihre Batchnummer bitte... Sag ich... Wenn wir im Auto sind... Hä... Was? Sag ich ihm gleich... Wenn wir im Auto sind... Ja... Müsste hier nochmal kurz durchsuchen... Ja... Ich habe eine Waffe hinten auf dem Rücken... Können Sie mir die vielleicht abnehmen... Beim Auto dann... Machen wir dann... Danke... Weil ich fühle mich damit irgendwie... Ganz komisch... Äh... Ja... Ja... Das fühlt sich falsch an... Ja... Ich nehme Ihnen die Fugen... Und so... Das kriegen Sie dann von mir wieder... Ja... Was... Mein Fugen... Gerät... Ja... Weil wir die Fugen möchten noch machen... Im Haus... Die wollen noch machen... Ach... Wir kriegen es dann gleich wieder... Danke... Später... Später, ja... Nee... Gut... Dann warten wir... Als der Kollege fertig ist... Nee... Kann ich hier raus... Ich darf noch einmal kurz... Auf Toilette gehen... Das ist echt übel... Nur ganz schnell... Wir brauchen eine Toilette... Da ist noch eine Toilette... Darf ich... Darf man im Mischen eine Rohr auch... Oh ne... Ich muss... Ich muss niesen... Ey... Ach... Das stinkt irgendwie übel... Ja... Ich gehe jetzt schnell Pipi... Wenn es okay ist... Wollen wir nicht hingucken... Ich weiß nicht... Wie sie dann... Ja... Können Sie mir... Können Sie mir vorne aufmachen... Vor allem den Schlitz aufmachen... Dann müssen Sie das Pipi rausholen... Also entweder Sie holen jetzt einen Pipi-Mann raus... Oder ich mach das... Sie machen mir kurz die Dings-Flex... Dass ich schnell auf Pipi gehen kann... Ich mach ihn dir... Anstellen kurz weg... Ja... Danke... Ich muss nur ganz schön... Ich brauch... Eine Minute... Dann bin ich gleich wieder da... Ich bin nur schön Pipi... Wirklich... Sie können auch vorne aufpassen... Oder so... Ja... Ich war nur die ganze Zeit im Bett... Weil ich gewartet habe... Wie sie abröhlt... Dankeschön... Aber nicht gucken... Ich tu nämlich mal Hose runterziehen... Mein Pipi machen... Okay... Dann... Was machen Sie in der Dusche? Oh... Ich bin gleich wieder da... Ja... Ich... 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 Nein... Bleiben Sie hier... Es wird dann besetzt... Ich... Äh... Eine Arschsalbe... Mach sein Glück habe ich eine Maske an... Ja... 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 Machst du mich noch... Oder kann ich weiterziehen? Oh Gott... Ich geh raus... Ja... Wetter ist es... Oh... Ihr Süßen... Oh... Eigentlich müsste hier Lüftung sein... Ja... Aber am besten gehen Sie erst mal vor die Tür... Also erst mal anschlinken... Oh... 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 Ja... Oh... Ja... Er tritt... Dann schon die vorwärtsbeuer Rumpel... So online... Ich... Dieses... Ich störe dir diese Katten... Er geht schon sonst ein bisschen... Er weiß genau das ist mein Platz... Suska... Herr Kamp... Oh... Ja... Ich fühle mich schon viel leichter... jetzt kann ich widerstehen und ich habe mir die auch da ist die gar nicht die habe ich noch nicht reingeschrieben gerade mal nicht mehr da tut mir leid es tut mir übelst leid oha ich bin fertig hallo sie haben ihre Hose vergessen oh oh warten sie ich bin fertig so bitte ich schließe ab danke ich bin gleich unten ich kann mich nicht zerachteln ich kann mich nicht zerachteln oh das ist zu gut ja passiert ne ich werde gerne meinen Kinder ach ich mache das habe ich im Auto das ist ich habe meinen Kinderpinguin geholt oh geil informativ informativ letzten Dispatch einmal bitte beachten informativ Dispatch abgelehnt das ist was ich nein der Herr da vor mir der hat gesagt er war schon eine Woche lang nicht duschen warum ist doch ein ungut ich juck doch sicher überall der braucht bestimmt so einen Puls irgendwie der Kreidel stinkt sicher wissen sie was ein Kreidel ist eine Kreide was ist ein Kreidel sagen sie mal sie wissen nicht was der Kreidel ist oder ja er weiß es nicht warum sind sie jetzt so leise hallo ja ein stinken wie ein Kreidel hat er zwischen Arschloch und Beidel liegt der Kreidel gut darf ich fahren ui schick warte 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 war ja 2011 ne ich wollte die Sachen noch weg tun hier die die Kaki das machen wir gleich mit Mission Row achso Mission Row warten die dann weiter hier Herr Ritter auch hier dann warten wir hier am Ständer hallo hallo ich bins die Katrin hallo Tiefgarage eine Garage die tief geht das ist nämlich eine Tiefgarage sind sie auch so tief wie die Garage in der Tiefgarage obwohl die Garage gar nicht das heißt wir gehen in die Tiefgarage ne hä so Herr Ritter bitte gehen sie warum denken sie ich bin ich weiß nicht ich glaube wir wollen ich glaube wir wollen in die Tiefgarage gehen weil es so tief ist ja die wollen in die Tiefgarage eine tiefe Garage nennt man nämlich Tiefgarage die kommt nämlich unterirdisch da kommt doch nur die da so warum heißt es eigentlich nicht warum heißt es nicht einfach unterirdisch Garage und nicht weil tief eine unterirdische Garage ist an der Tiefgarage hört sich sehr komisch an aber tief Tiefgarage ist wie wenn ich sag ein Tiefhaus warum sagt man Keller und nicht Tiefhaus ne verstehen sie was ich mein oder Tiefgarage gibt es gibt es eigentlich ein Wort für Tiefgarage was das alles in einem Begriff macht ja Ruppe wieso reden sie eigentlich so viel ja weil schau mal man sagt ja auch Haus und unten ist ja Keller das ist ein eigenes Wort warum gibt es für Tiefgarage kein eigenes Wort das verstehe ich nicht und für Keller gibt es eins und man sagt ja auch nicht Tiefhaus ich baue jetzt ein Tiefhaus keine Ahnung verstehe was ich mein ne aber es muss doch ein Wort geben für Tiefgarage was ein einmaliges Wort ist wie Keller Parkhaus ja Parkhaus kann auch oben sein oberirdisch ja oder Parkunterhaus ein Parkunterhaus mhm ja aber es dann dann auch wieder nicht wie Unterhaus guck mal da steht voll viele Stinker ah Stinker herumpunter so kann ich meine Waffe los weil die hinten dran klebt die will ich nicht mehr haben ja ich nehme ihn einmal ganz kurz bleiben sie mal ganz kurz checken ich tu dir dann da hinten rein auf die Schnelle so jetzt check passt können sie mir die Tür aufmachen ich spreche ja aber ich spreche ja aber lass den Service dann kuscheln der Präsident sitzt hinten ne also ich bin der Präsident welches ist dein Fahrzeug? bitte welches ist dein Fahrzeug? dann nimmst du die mit? ja mach ich bitte ja gehts perfekt dann einmal mit dem Kopf aufpassen ja beide in den gleichen er hat jetzt meinen Platz eingenommen ja man essen Leute bis ich im Hedilen kann ich essen gehen echt jetzt ne ich mach ja so einmal Kopf einziehen ne ja jetzt einmal herrumpuhnen so ok oh geil gut gut aber ein Kaugummi hast du das da drin gefunden und da hinten ist ein Kaugummi hm lecker nochmal äh was tut denn da die Kaugummi denn eigentlich mach das weg sonst kriegst du noch ne Vergiftung oder so ne die kannst du da runter beißen guck mal wenn du vorne warte manche Kaugummi runter beißen wirklich? hm Lecker ja schraut schraut nekas nu мне they wirklich minz kaugummi erwischt bisschen nicotin wenn du급 mich mit mhm ja warte ich schmeck noch magge raus ähm hm 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 magadamia habe ich auch noch nein es riecht stark noch die fuß aber schon nur geschluckt das hätte ich jetzt nicht gemacht richtig gerne verstopfen dann kackt man wieder so aus oder ist das nur ein mythos dass man so auskackt die man eingenommen hat aber zersetzt er sich der kaugummi ich weiß es nicht Entschuldigung Herr Officer warum sagten Sie wir sollen zur Polisakademie jedermann und also ich habe so eine Einladung bekommen und dann sagten Sie da drinnen wir sollen zum schießtraining kommen klar wir waren nicht so willkommen habe ich das Gefühl gehabt ich glaube es war ein Missverständnis ich glaube sie wollten trainieren weil wir haben gar nicht geschossen weil sie haben uns so Waffen auf den Rücken geklebt mit so Panzerband also ich wurde vom Chief höchstpersönlich eingeladen ja mich nicht weil ich kenne die nicht ich wurde von so auf geht's ins Kittchen ich kenne wirklich schon auswendig was ist denn eigentlich der PIN Code der muss man hier eingeben ne tschüss warte ich gebe Ihnen mein Kaugummi machen Sie Ihre Hand offen reinlaufen bitte wie bitte echt hallo ich bin's die Katrin ah hier geht's rein ne machen wir hier ein Foto jetzt nein Katrin ich bin schon fertig ich kenne das schon auswendig ich brauche mal ein Personal äh wo haben Sie ein Personal ach so äh rechte Hosentasche ja bitte äh ich muss doch langsam was essen ja von Ihnen haben wir sowieso schon ne ganze Bildergalerie achso wollen Sie nochmal Bilder machen weil ich bin jetzt extra eingegangen ja was soll ich bitte ja kommen Sie mal mit kommen Sie mal vielleicht frechneue Bilder so geben Sie mir bitte geben Sie mir bitte geben Sie mir bitte äh ein Kollege kann den Herrn Rumpo schon mal in die Zelle bringen ich übernehme den anderen her jawoll dann gehe ich dich mit rein hallo ich bin's die Katrin hallo Katrin wo geht's denn hier rein äh Wunsch haben Sie ein Wunsch wegen genau solchen Geschichten wegen genau solchen Dingern achso ich will mir mal hier die Diskussion anhängen bitte ne das ist kein Wunschkonzert wir gehen in die Zelle 4 ja ja hallo ich wurde gerade gefragt wo ich rein will und dann sagen Sie ist kein Wunschkonzert was ist da los ja der Herr du musst wissen der Herr ist äh ziemlich nett weil er ja gerade so einen MP5 rausholen musste weil er Niklas einen Ball hatte was denn wow er hatte also einen Ball weiß ich nicht boah endlich kann ich was essen ja genau ich habe Angst vor Bällen haben Sie auch Angst vor Benzinkanistern nehmen wir nur Spaß warum geben Sie jetzt von Frisch wieder an äh ich muss was trinken und essen einmal mit dem Kopf kann die Beine äh ich hab doch ja ja ich geh nach hinten alles gut die Hände nach oben ja wollen Sie jetzt wirklich so einen Stress machen wie ein Benzinkanister ich nehme den Kanister jetzt weg ich habe keinen Bock äh ich kann Ihnen auch einfach die Hand drücken ich kann Ihnen auch erwerken wenn Sie wollen dann stellen Sie mir den da mal hin ich nehme den dann ja ja ich stell ihn da hin das ist kein Problem hä genau machen Sie keinen Scheiß hä nein ich wollte hier aber jetzt haben Sie ihn bekommen ne ich habe ihn aber vor die Füße gelegt wirklich Sie können mich durchsuchen ich habe ihn nicht mehr ach ja gucken Sie mal gucken Sie bitte ich habe ihn nicht mehr da müssen Sie mich aber nicht anruhen ich hätte ihn da auch geben können auch ne geile Problem sind Sie mit dem falschen Fuß aufgestanden naja ist doch ein ganz krasser Guck mal dass Sie den weg ja ich hab den weg gemacht ich hab doch gesagt ich hab den da hin gesetzt aber irgendwie ich hätte ihn dann auch einfach geben können oh jetzt muss ich aber echt mal was essen sonst sterbe ich innerhalb alles gut haben Sie guten Hunger Dankeschön Helmut Ach gut das ist Hans Hallo Niklas Hallo Hallo Herr Helmut jetzt muss ich mal ganz kurz gucken Sie sind da hier rum genau ja warum dann muss man ganz kurz gucken ob ich von Ihnen schon Spucke in der Datenbank haben Spucke ja DNA achso bauen Sie nicht ja schon musst du besser sich vor Richter machen oder wie ist das bitte ist das nicht vor Gericht oder wie ist das ne ne ich müssen wir nicht der Datenbank aufwenden hier äh Kops weil man einen Ball hat eine MP5 zücken müssen und den einen auf aber warum wollen Sie von mir zu DNA haben ich verstehe es nicht wollen Sie sich da jetzt noch 20 Minuten drüber aufgallen oder wollen Sie es einfach mal sein lassen oder was ich kann mich darüber noch gerne 20 Minuten aufwenden ne hören Sie einfach auf Sie gehen mir auf den Sack boah ist der Mad hör Sie doch einfach auf damit lassen Sie es doch einfach mal bleiben jetzt ist doch irgendwann mal gut Entschuldigung ich sitze meine Stress das ist besser man kann es auch echt übertreiben ne geht es um die Ball-Thematik bitte was geht es um die Ball-Thematik gerade es geht unter anderem kann ich auch so einen Ball haben kann ich auch so einen Ball haben wir hätten die alle in verschiedene Departments springen müssen hätten wir es mal gemacht aber es wollten wir nicht ich habe mal einen nachgeschaut 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 ne die lachen sich tot und wälzen sich in der Kotze von einem Verbrecher den wir vorher hier vorhin hatten wir lachen deswegen wir kommen Tränen ja lass es dann wälzen sich dann sollen sie Spaß haben wir können wir können nachgeschaut nachgeschaut schon dass da der dromen Chunky Der sich aufregt! Oh, schön! Jetzt muss ich gerade durch. Ich brauche aber dafür mit zwei Handys. Oh, ich bekomme Kopfschmerz. Oh, da ist ein Deroge kaputt. Ja, ich glaube. Ich glaube, da geht schon ein MP5 gegen, wenn man darauf zielt. Was? Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Das ist der Raumteil? Ja. Wenn sie eine DNA-Spur von mir haben, würde ich das gerne mit einem Anwalt klären. Nein. DNA-Spur, da brauchen wir keine Anwalt für. Da brauchen wir auch keinen StreamCard dafür. Ja, aber ich hätte schon gerne meinen Anwalt, der das klärt. Ob das so rechtmäßig ist, weil ich kenne mich da jetzt zu wenig aus. Das ist mein Recht, mich da zu wenig aus, um einen Anwalt zu fragen, oder nicht? Durchaus ist das Ihr Recht. Darf ich den kurz anrufen? Ich bräuchte nur ein Handy, dann würde ich den kurz anrufen und befragen, was er dazu sagt. Wir machen was anderes, ich rufe die Anwälte kurz aus. Wer ist denn der Anwalt? Ja, das ist das Problem, ich habe jetzt mein Handy nicht. Ich habe mehrere Anwälte. Mein Handy will ganz geil jetzt, oder? Wenn ich mein Handy hätte, dann könnte ich anrufen. Ich habe ja das Recht auf einen Anruf von einem Anwalt, oder? Ne, sie haben das Recht auf einen Anwalt, nicht das Recht auf einen Anruf. Ich darf doch mal einen Anwalt kontaktieren. Ja, können wir ja machen, das ist kein Problem. Ja, aber ich habe die Handynummer, die weiß ich nicht auswendig. Die weiß ich nur, wenn ich mein Handy habe. Ist das Box mit Reichen? Ist ja logisch, oder denken Sie, ich weiß die Nummern auswendig? Ne, das ist jetzt für mich. Aber eigentlich habe ich doch einen freien Anruf. Ich darf doch, wenn ich hier bin, jemanden anrufen. Ne, das mit dem freien Anruf, das ist in Fernsehsälen vielleicht so. Aber freien Anrufen ist sowieso. Der Officer, er ist für seinen Anwalt selber zuständig. Also, wir können einen Anwalt für sich hinzufügen. Dazu haben wir auch die Möglichkeit, die Anwälte ausrufen. Niklas, ich soll in den Verhörraum. Ich soll in den Verhörraum. Kommen Sie mal mit. Wo ist das denn? Ich kann das nicht mehr. Niklas, ich kann das nicht. Ich habe keine Hilfe, Niklas. Es wird mir viel zu viel. Wenn nicht, tragen wir ihn weg. Ich kann das nicht. Hey! Was ist denn los mit euch? Darf ich mitkommen? Ich brauche meinen Sohnemann. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Nee, ich glaube nicht. Ich habe noch nicht hier gesehen. Herr Schmidt. Aaron! 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 Aaron, wo bist du? Aaron! Aaron! Ich habe schon das Recht, jemanden anzurufen, weil ich bin mir da sehr sicher. Wir haben auch das Recht, den Arschbund abzunehmen. Aber ich habe das Recht, dass ich mich anrufen darf und den verständigen darf, dass ich festgenommen wurde. Nee, nee! Ich habe nichts. Ich habe eine Haustrophobie. Ich habe eine Haustrophobie. Wie gesagt, wenn ich einen Anwalt herkriege, der kann ihn das genau erklären. Ja, schauen wir mal, ob hier ein Anwalt kommt. Ja, ich müsste ihn ja kontaktieren. Rein theoretisch dürfte ich doch. Es geht darum, ich dürfte ihn noch anrufen. Das ist doch schlechte Erfahrung. Ich kann euch das mal vorlesen. Jeder festgenommen hat die Möglichkeit, jemanden über die Festnahme zu verständigen. Die Verhaftete haben das Recht zu telefonieren. Anlässlich einer Festnahme muss der Grund für die Verhaftung und der bestehende Tatverdacht bekannt gegeben werden. Österreichisches Gesetz wird angewandt und ich darf niemanden anrufen, weil sie müsste ja wissen. Aber man darf. Das weiß ich, dass man das darf. Ja, genau. Entschuldigung? Könnten Sie bitte auch Ihre Stimme etwas senken, damit wir ein bisschen... Ich würde nur gerne meinen Anwalt anrufen und ich habe das Recht dazu, ihn zu kontaktieren. Ja, das können Sie gleich sofort machen. Wir stellen ihn gleich zum Handy zurück. Ja, mir wird der Telefonanruf nicht zur Verfügung gestellt, was mich ziemlich traurig macht gerade. Ja doch, der wird Ihnen sofort zur Verfügung gestellt. Nur einen Moment, ja? Danke. Wir brauchen kurz eine Übersicht hier, ja? Okay, die zwei Herren hier. Ja bitte. Würden Sie bitte aufhören. Ne, weil wir alles, was nicht definiert ist, ist im österreichischen Recht drin und ich weiß, du darfst doch in Österreich jemanden anrufen. Sei es ein Anwalt oder du musst ja jemanden sagen, dass du ein Krasse bist. Jetzt arbeiten Sie hier erstmal ab. Der Anwalt bringt Ihnen sowieso hier gerade nichts, sondern wenn dann vom Supreme Court. Und danach können Sie gerne... Ich darf doch jemanden anrufen. Doch, doch, das dürfen Sie gleich gerne machen. Ja, okay. Wenn wir hier fertig sind. So, aber, was wir auch dürfen, wir würden Ihnen einmal die DNA schon abnehmen. Dafür brauchen Sie ja auch keinen Anwalt. Das steht genauso, indem ich ein Gesetz buche. Versteht das? Kannst du mir den Abschnitt nur sagen, damit ich mich absichern kann? Oh, zu pech weiß ich nicht auswendig, aber ich kann Ihnen gerne mal ganz was raussuchen, wenn ich es Ihnen kriege. Bitte, ja. Nur, dass ich zu 100% sicher bin, weil Sie haben ja vorhin auch was anderes gesagt. Aber du kannst schon mal den A-Analyzer raus holen. Ja, das machen wir dann doch mal einfach. Also schauen Sie, Ruppe. Das Ding an der ganzen Sache ist ja, dass Sie sind ja kein unbeschirmtes Blatt. Wir kennen Sie ja auch nicht erst gestern. Wir wissen ja, wer Sie sind. Wir wissen dementsprechend auch, dass Sie schon relativ viele Straftaten auf der Kerbeln hatten. Und dass der Hakt auch gefällt gewesen ist, bevor der Hackangriff auf die Daten passiert ist. Ich verstehe doch gerade kaum, was wir alle sehr laut sind. Wollen wir mal kurz irgendwo Absatz hingehen? Ne, ne, wir können auch hier reden, aber es ist zwar halt cool, wenn alle ein bisschen leiser reden können. Aber man hört auch die anderen drüben. Das ist gerade ein bisschen schwierig, deswegen sage ich ja, ich würde Ihnen anbieten, wir gehen mal kurz in einen anderen Raum. Okay, gehen wir mal. Ich lege Ihnen mal kurz die Kabel nach vorne, ne? Darf ich dann jemanden anrufen? Ja, Sie dürfen auch gleich jemanden anrufen. Danke. Wenn ich rausgefunden habe wäre... Wollt ihr dasselbe nochmal mit Frau Bauer machen? Wohin? So, folgen Sie mir einfach mal? Ich mache dann die Akte fertig. Hallo Larissa! Hallo Larissa! Ich weiß nicht, DNA-Spur, ich weiß nicht ungefähr. Geh mal eben hier rein. Ja! Hallo! So. Bis wohin haben Sie mich verstanden? Ähm, relativ wenig. Irgendwas mit kein unbeschriebenes Blatt und irgendwas mit der Datenbank und ja, dann war Ende. Was machst du denn hier? Also, äh, durch unvorgesehne Umstände ist unsere Datenbank damals gelöscht worden. Da hatten wir weder DNA noch Einträge in den Strafakten von den Leuten. Aber da wir sie ja nicht erst seit gestern kennen und ich sie auch nicht erst seit gestern kenne, weiß ich definitiv, dass sie einiges auf dem Kapuz hatten. Ja, also sie hatten definitiv den einen oder anderen Akteneintrag schon mal gehabt. Ja. Äh, dementsprechend weiß ich, wer sie sind und wir hatten sicherlich auch schon mal DNA-Spuren von ihnen gehabt, da bin ich mir zu einem Millionen Prozent sicher. Das ist aber ein Vorwurf jetzt. Nein, das war inwiefern ein Vorwurf. Würde sie sagen, sie hatten meine DNA-Spuren schon? Hatten sie sie schon mal gespeichert in der Datenbank oder wie? Ich glaube, die hatten wir einmal und haben die abgenommen, ja. Genau. Einmal wurde die DNA abgenommen und die wird dann in der Datenbank gespeichert. Und durch das unvorhergesehen Ereignis, was damals passiert ist, wurde das leider alles gelöscht. Mhm. Ne, ich frag mich halt, äh, zum Beispiel die andermale, warum da nichts abgenommen wird und jetzt auf einmal so. Das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Ja, wie gesagt. Das ist ja so willkürlich. Irgendwie. Ne. Da muss ja irgendwas sein, dass sie sie abnehmen, zum Beispiel irgendeine Ermittlung oder sowas oder nicht. Äh, als Ermittlungshilfe dienen uns die DNA-Spuren. Ja, aber wird gegen mich ermittelt oder wie darf ich das verstehen? Ja. Wird gegen mich ermittelt oder wie darf ich das verstehen? Nein, nicht. Also, jetzt aktuell sind sie beschuldigt in einem Strafverfahren. Ja, das weiß ich. Aber das hat ja nichts mit einer DNA-Spur an sich zu tun, weil, äh, sie hätten mir die DNA-Spur damals auch schon abnehmen können. Warum wollen sie die genau jetzt haben? Da müsste er einen Grund geben. Observation 2. Ich rede grad mit Herrn Rompe. Jawohl. Also, ist das einfach so, je nachdem wie es grad einem geht oder? Nein, das ist nicht, je nachdem wie es einem geht, das wollte ich ihnen grad die ganze Zeit erklären. Wir sind aktuell beschuldigt in einem Strafverfahren. Ja, ist aber schon das fünfte, sechste Mal jetzt. Genau. Da sie schon mehrere Straftaten begangen haben, würden wir jetzt im Zuge dessen auch eine DNA-Spur von ihnen entnehmen. Theoretisch haben wir laut unseren Dienstverschriften und laut dem Gesetz auch das Recht, die DNA-Spuren schon bei erstmaligem Aufteilen als Straftäter zu entnehmen. Das haben wir nur bei ihm bisher, wie gesagt, nicht gemacht, beziehungsweise sind auch schon mal Spuren bei einem Angriff auf das LAPD gelöscht worden, von Zivilpersonen, die da sich in dem Computer um den Zugriff verschafft haben. Da sind schon mal Spuren abhandengekommen, das haben wir überprüft und dementsprechend würden wir jetzt einfach neue Spuren von ihnen entnehmen. Ja, ich wollte halt nur noch mal sicher gehen und werden anrufen, dass ich da auch weiß, dass das so stimmt, weil das, was sie vorhin gesagt haben, war ja auch falsch. Dass sie niemanden anrufen dürfen? Genau. Das war nur mir persönlich ein neuer Fakt, dafür möchte ich mich bei Ihnen auch entschuldigen, das war ein Missverständnis. Ja, ne, ich will mich nur absichern, dass das so ist, weil ich will ja nicht darstellen, dann heißt es, es war nicht rechtskräftig und was weiß ich. Ich will nicht in sowas vor Gericht gehen oder so. Ich will einfach nur fragen, ob das so okay ist und dann passt das. Ja, das wollte ich gar nicht. Ja eben, das wollte ich nur abfragen und dann ist es okay. Wenn so ist, dann ist das so. Ich will ja nur meinen Anwalt fragen, ob das so okay ist und dann passt das. Wir haben wie gesagt, äh, aktuell, ich habe im Mehrsprach schon einen Anwalt ausgerufen, wir hatten leider bisher keinen Anwalt ranbekommen. Äh, Sie können gleich einmal mit, ähm, wir schaffen Ihnen gleich die Telefon zur Seite. Ne, das ist wie so ein... Er muss ja gar nicht herkommen, ich kann ja auch nur anrufen und fragen, so. Lassen Sie meine Tochter hier rein. Könnten Sie machen theoretisch. Könnten Sie ja machen. Äh, wofür wollten Sie nochmal den Anwalt rufen? Lassen Sie ihn hier. Äh, aufgrund der, den Arschbob, ob das so okay ist, ob das so okay geht oder so. Also ich habe für Sie jetzt den Paragraph herausgefunden. Ja, wie gesagt... Den Anwalt können... Ja. Äh, Sie können mir gerne vieles sagen, ich will mich halt nur absichern, es geht nur um meine Sicherheit, nichts anderes. Weil ich habe jetzt auch kein Strafgesetzbuch vor mir liegen oder so, ob ich das nachgucken kann. Naja gut, aber wenn es so eben im Grundgesetzbuch steht und wir führen das eben durch und es wäre nicht rechtens, dann könnten Sie uns im Nachhinein noch anklagen, weshalb wir das erst gar nicht machen würden. Deswegen würde ich vorschlagen, dass... Das heißt, ich könnte Sie dafür anklagen, dass Sie mir ein Telefonat verweigern wollten. Wir haben Sie ihn ja nicht verweigert. Ja doch schon, ich habe 50 Mal danach gefragt, er hat es mir verweigert. Erst als ich darauf hingewiesen habe, zehnmal hat es Klick gemacht. Ne, es geht mir nur darum, ich will mich nur absichern, um das geht es mir nur um nichts anderes. Das ist nur eine Absicherung, dass ich weiß, okay es passt. Also als allererstes ist das Telefonat wird Ihnen genehmigt, nämlich direkt wenn wir hier fertig sind. Ich kann Ihnen gerne noch zusätzlich in Paragraphen vorlesen, wenn Sie das wünschen. Ja, ich hätte das gerne vom Anwalt gehört, aber ja sagen Sie mal, sonst bin ich informiert. Klaro. Also wir sind hier, Paragraph 65 Absatz 1, das Sicherheitspolizeigesetz. Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, einen Menschen, der im Verdacht steht, einen mit gerichtlicher Strafe bedrohte vorsätzliche Handlung begangen zu haben, erkennungsdienstlich zu behandeln, wenn er im Rahmen einer kriminellen Verbindung tätig wurde oder dies wegen der Art oder Ausführung der Tat oder Persönlichkeit des Betroffenen zu vorbeugen gefährlicher Angriff erforderlich scheint. Klingt jetzt erstmal kompliziert, darunter zählen aber auch DNA-Spurabnahme und Markshotbilder. Aber warte mal, das verdächtigt, ich werde nicht verdächtigt. Was sonst? Ich wurde schon beschuldigt, ich meine, das ist doch offensichtlich, oder? Ja, also wenn Sie beschuldigt werden, ist es ja wohl noch offensichtlicher. Ja eben, verstehe ich das nicht. Deshalb, ich habe ja gefragt, ob gegen mich ermittelt wird, weil dann würde ich es so verstehen. Aber es ist ja nicht ermittelt aktiv, ich wurde jetzt festgenommen, das ist ja schon weg, wissen Sie, was ich meine. Naja. Brauchen die DNA-Spur nicht für eine Ermittlung? Mir geht es so darum, Sie brauchen die DNA-Spur für eine Ermittlung, oder nicht? Wir dürfen die DNA-Spur abnehmen, wenn es ein gerichtliches Verfahren geben könnte oder sollte und Sie eben im Rahmen einer kriminellen Verbindung tätig wurden, was Sie auch wurden. Ja wie gesagt, ich würde heute gerne nochmal Rücksprache halten mit dem Anwalt und fragen, wie das ist. Ja, das können Sie gerne nach der ganzen Aktion hier machen, wenn Sie fertig sind. Dann geben wir Ihnen auch Sally zurück, Sie sind auf Kaution draußen. Ne, ich würde es halt jetzt gerne machen. Äh, solange ich hier eingesperrt bin, habe ich ja das Recht drauf. Auf dem Anruf. Oder bin ich nicht eingesperrt? Äh... Ja, solange ich in Gefangenschaft bin, habe ich doch das Recht auf dem Anruf. Wollen wir einfach mal das Handy geben? Wenn Sie keinen kontaktieren sollten, was dann? Was stellen Sie sich dann vor? Äh, da habe ich ja Pech gehabt, dann gebe ich das Handy wieder zurück. Okay, dann sind Sie bereit, DNA-Spur zu machen, weil ich komme mir gerade wirklich entgegen. Normalerweise dürfen wir das auch einfach so vollziehen. Ähm, naja, es geht aber auch darum, wenn ich halt eher eingesperrt bin, es geht ja darum, ich möchte halt nur sicher gehen, dass das ja alles rechtskräftig läuft und wollte mich halt beraten lassen. Wenn es eben so im Gesetzbuch steht und wir es so vollziehen dürfen, natürlich, wir dürfen sie auch festnehmen, wenn wir sie direkt im Schusswechsel zum Beispiel sehen, da brauchen Sie auch keinen Anwalt in diesem Moment. Den Anwalt brauchen Sie danach für die Gerichtsverhandlung. Den Anwalt kann ich auch schon hier holen, deshalb sagen Sie doch auch schon nach der Festnahme, ob ich meine Rechte kenne. Also Sie brauchen jetzt einen Anwalt zur Rechtsberatung? Ja, also ich glaube, ich wurde nicht gefragt, ob ich meine Rechte kenne, das wurde auch noch vergessen. Wurde ich nicht gefragt, also nur das Wissen, also das hat auch gefehlt. Okay, vielen Dank, das ist auf jeden Fall wichtig für uns. Ja, nur das Wissen, das wäre auch wichtig gewesen. Also, ich muss jetzt nicht, also, oder ich habe es vergessen, ne, aber, ne, mir wurde es nicht gesagt, ne. Okay, äh, ich frage gleich gerne mal im Punkt. Also, Kollegen wollen wir es machen, ich würde sagen, wir genehmigen ihm die Rechtsberatung jetzt, damit endlich mal Ruhe ist. Ja, das ist nur eine Kleinigkeit, wie gesagt, wenn er nicht drangeht, dann, dann, schau mal schon. Ich will auch, ich will auch gar nicht, ich will jetzt gar nicht in irgendwas vorenthalten, also ich will halt einfach nur anrufen und fragen. Ja, dann gib ihm einmal ein Handy und, äh, dann schau mal hier über die Seite, dass er dann nicht hier unbeguckt hat. Ach, stimmt. Äh, jetzt weiß ich wieder, wo wir alle gelegen sind, ne, jetzt weiß ich wieder, da wurde der Kollege gefragt, ob er seine Rechte kenne, da hat er gesagt, nein, seine Linke. Da habe ich noch gelacht, aber ich wurde persönlich nicht gefragt, ob ich meine Rechte kenne, so war das. Das ist der Sound auf der Spende. Äh, ich habe da manchmal eine Situation dabei, da war ein komplettes Kreuz und Quer, wo alle, ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, die Rechte wurden dreimal vorgelesen und ich weiß auch von wem. Ich habe es nicht gehört, aber wie gesagt, äh, mir persönlich wurde halt nicht gefragt, ob ich meine Rechte kenne, ich wurde beim Kollegen drum gefragt. Ja, ne, alles muss ich... Also nur, dass ich... Ich würde es gut finden, wenn Sie das vielleicht die Person auch einzeln fragen können, weil nicht, dass irgendwer die Rechte nicht kennt und dann... Ja, also ich überprüfe das, ich frage nach, schau, ob meine Bodycam dazu finden oder... Ne, ich wollte, ich wollte so sagen, nur das ist Wissen, nicht, dass ich Ihnen irgendwas vorenthalte. So. Eigentlich, ich will das ja, wissen Sie, ich will das so schnell wie möglich einfach abhaben und deshalb wollte ich nur ganz schnell anrufen, mehr wollte ich nicht. Wissen Sie, wenn er nicht rangeht, habe ich eh kein anderes, äh, kein anderes Ding. Ich wollte, ich wollte mich, wissen Sie, ich wollte mich nur sicher geben, nur sicher geben, mehr wollte ich gar nicht. Ich will das schnell schnell zack zack machen. Das ist mein Handy, mach meine SIM-Karte raus, Sie können hier reinstecken und wir schauen Ihnen über die Schulter, dass auch nichts, keine anderen Nachrichten fallen. Ja. Ja, Sie können mithören, Sie können nicht mehr stehen bleiben, ist doch Ihr Recht, können Sie machen. Sie können auch abhören, ist kein Problem. Dann haben Sie hier das... Dankeschön. Dann gucken wir mal, ob er da ist oder nicht. Ich habe nämlich zwei Anwälte. Ah? Ich rufe mal den ersten. Wie sind die Namen von der Anwältin? Vielleicht kenne ich den. Sie werden so sich finden, ich habe Ihnen das Namen Anwalt eingespeichert und ich bin meinen Namen ganz schlecht. Aber ich kann Ihnen die Nummer geben, wenn Sie die unbedingt brauchen. Dass Sie mir nicht, äh... Dass Sie mir nicht glauben sollten. Ich schaue mal, ob der abhebt oder ich glaube, der hebt nicht ab. Ja, ich höre hier mal mit, ne? Stellen Sie mal ruhig einen Lautsprecher, dass Sie es tun hören und dann, äh... Ja. Okay. Genau. Äh, wenn Sie hier am Handy rumtun, dann schaue ich da mal frecherweise mal rein. Nicht, dass Sie da irgendwas schreiben oder so. Ich, ich mach nichts. Haben Sie wirklich Angst, dass ich jemanden schreibe? Dass ich irgendwie Scheiße baue oder so? Naja, warum... Wie gesagt, also ich, ich möchte jetzt nicht vorwurfsvoll klingen, aber wir wissen, wer Sie sind. Wir wissen, wer Ihre Leute sind. Das mache ich nicht. Das ist das letzte, was ich mache. Ich will... Wenn ich sage, ich will meinen Anwalt anrufen, dann rufe ich auch nochmal einen Anwalt an, beziehungsweise einen Anwälter. So, der eine hat jetzt nicht abgehoben. Ich kann es noch den zweiten probieren. Mal schauen, ob ich... Wie ist es? Sieht schlecht aus, dass ich den eingespeichert habe. Ich habe hier nur einen gerade eingespeichert. Ah, das ist wieder komplett. Ich kann nochmal gucken. Die... Warten Sie, ich kann Nachrichten gucken. Ich gucke mir meine Nachrichten nach, ob er mir mal geschrieben hat. Ja. Er hat was genommen. Über das Ausrufen haben wir ja letztes leider keinen erreicht, ne? Also, werden wir wahrscheinlich definitiv ein Pech haben, leider. Ja, wenn nicht, dann ist auch gute Mama, dass einfach gut ist. Wie gesagt, ich will auch gar nicht jetzt hier einen Aufstand machen. Ich wollte nur mein Recht haben, dass ich halt den anrufe und frage. So, das ist auch nicht richtig. Nein. Das ist nicht richtig. Hast du was genommen? Was? Hast du es mit Helmuts mit? Äh, ich? Ne. Wobei, muss ja erst gewesen sein. Ich hatte ja erst hier diesen großen, ähm... Haben Sie vielleicht die Nummer von... Ah, wie heißt er denn? Ich bin doch egal. Ach, die war bei... Die war, äh, Psychologin. Wie heißt die denn, Nummer? Harper. Haben Sie die Nummer von Herrn Harper? Ne, leider nicht. Haben Sie nicht, ne? Leider nein. Weil ich glaube, die Nummer fehlt mir. Das ist genau die, die mir fehlt. Und ich gucke gerade durch, ob ich die hab. Welcher? Jetzt hat er goldene Haare wieder. Was war der? Herr Harper war das. Der war auch letztes Mal vor Gericht bei mir dabei. Ne, das ist auch falsch. Aber ich bin dir sehr sicher, ich hatte mein... Ah, hier, warten Sie. Ich glaube, die Nummer von Harper haben wir sogar... Die ist sowieso öffentlich, soweit ich weiß. Aber meines Wissens nach hat er seine Lizenz verloren. Stimmt. Ja, das weiß ich halt nicht, ob er die hat oder was da los ist. Ich hab keine Ahnung. Na, ich hab doch neulich mal was gelesen in Werbung oder irgendwo anders, äh, im E-Mail-Verteiler, da wurde ihm die Lizenz entzogen, hat er öffentlich gemacht. Ne, weil er hat mir die, äh, Dings gemacht, ja. Die, die letzte Verhandlung war er bei mir dabei. Also dachte ich, ich hab die Nummer vielleicht noch. Ne, dann war das schon die Nummer doch. Ach, das war, äh, Harper's Nummer hab ich eigentlich gesagt. Ah, das ist, ja, okay. Das ist die Anwaltsnummer, gut. Ne, da hab ich nichts gesagt. Boah, mein Gott. Was war denn die Nummer? Äh, warten Sie. Ich guck nochmal nach. Das war die, du, 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 du. Jetzt hab ich mich grad zugemacht. Ja. Ah, Harper, Harper, Harper. Das ist ne uralte Nummer, muss das sein. Die hab ich schon sehr lange. Ja. Ich glaub, dein Vater kriegt einen, äh, Anfall oder so. Na geht, da ist es so. Äh, die 800. 811. Ja, okay. Das bestätigt das. Ne, das ist seine Nummer. Weil ich hab jetzt geguckt, ob das wohl er war, weil ich hab jetzt die Nachrichtenverlauf geguckt. Das ist doch seine Nummer. Weil ich hab ihn immer als Anwalt eingespeichert und jetzt wusste ich nicht, ob das er war. Wir können mal ein Handy wieder haben, dann machen wir das einfach mit den Artists und Google's. Ähm, kannst ich den? Ich geb den das einfach so, bitteschön. Aber danke. Danke. Ein Versuch was wert. Wie gesagt, ich will da auch gar nicht jetzt die Ermittlungen oder so oder irgendwas stoppen oder so. Ich wollt halt nur anrufen. Mehr wollt ich gar nicht. Äh, die Kissen mit dem Analyzer steht noch drüben, oder? Ich hab keine Ahnung. Ne, ich hab ein Entnahmerechen dabei. Das analysieren machen wir eh oben im Labor. Ja, ja, ich weiß. Ich geh jetzt nur zur Entnahme. Ja, ja, ne, ich hab ein Rechen dabei. Perfekt. Alles klar. Ja. Rumpeter würde ich einfach mal so frech sein. Mhm. Haben Sie doch mal einen Corona Test gemacht? Uuuuhhhh. Lange her, ja. Ja. In den DNA Test ist es nicht ganz so schlimm. Das Stäbchen geht nicht bis in den Rachen. Da reicht uns, äh, die Backontaschen, ne? Okay. Da machen Sie mal den Mund so weit wie es geht auf. Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh. Ja, ist jetzt nur dein Mund auf. Ja, ich mein mein. Perfekt, danke schön. Ich will dich schnell umkippen. Ne, ich will auch nicht umkippen. Gut. Dann versuchen Sie sich hier rauszuholen. Vielen Dank Herr Rumpö. Gut. Dankeschön dann. Haben wir das auch erlegen und, ähm. Was ist das? genau dann bringt es aber noch mal kurz rüber ich gehe mal die spur und dann kann man so weit auch gehen auseinander also nicht funktioniert hat jetzt ja hier ist noch frei genau so sich dann aber wieder ja ich weiß schon seit ein paar monaten die gott sagen hier nicht drüben ist nämlich eins stimmt ich den kollegen hat es erwischt ja 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 stimmt der rechte vorlesen es heißt im recht ich habe jederzeit das recht auf einen anwalt zu kontaktieren und das jederzeit das recht auf dem anwalt oder es wird da zur verfügung gestellt und du kannst aber du hast theoretisch sobald du eingeknastet wirst immer ein recht auf einen anwalt alles was ich sagen kann und wird vor gericht gegen sie verwendet aber das wird der dna spur ist mir neu weil ich dachte wir müssen die mal anfordern dass wir eine dna spur jemanden abnehmen dürfen ich schau jetzt mal ich mich interessiert das gerade wirklich wie das ist in österreich habe ich keinen plan ich dachte das ist gegen hier ist eines der wichtigsten werkzeuge von kriminalisten sie hilft dabei verdächtige auszuforschen damit zukünftige straftaten zu verhindern lassen sie mich los lassen sie mich los lassen sie mich jetzt los lassen sie mich jetzt los das gelten der österreichische rechtslage erlaubt der sicherheitsbehörde die dna verarbeitung ausschließlich nach delikten mit mindestens einjähriger freiheitsstrafe bedroht sind okay darüber hinaus ist noch eine wiederholungsgefahr des täters erwartet werden es wäre daher das sicherheitsbehörden etwa rechtlich nicht erlaubt nach einer einfachen sachbeschädigung oder die diebstahl um die kriminalität analyse zu beauftragen und die daten in der national dna datenbank zu verarbeiten das verständlich werden daher derartige spuren selbst wenn sie auf lokaler ebene von der polizeibank noch gesichert werden nicht mehr weiterverarbeitung zugeführt okay das heißt wenn du halt wirklich was auf dem kehrpuls hast dann dürfen sie das wenn ich jetzt zum beispiel nur einen überfall habt dann nicht das heißt es muss schon heftiger delikt also sowas wie bei mir aber es muss schau mal hier mindestens einjährige freiheitsstaffel bedroht sind 100 pro im monatzeit ist das ausgerechnet locker flockig also dürfen sie theoretisch also das ist schon richtig sie dürfen die dna spur abnehmen wenn etwas heftiges vorgefallen ist wie jetzt aber ich frag mich halt warum sie es nicht die ganze zeit schon gemacht haben warum sie immer gesagt haben da müssen wir zuerst ich kann mich erinnern ich dachte in der regel das so ja da müssen wir erst mal mit dem gericht und so kommen ja lass mal los bitte ah ja sie dürfen anscheinend erst mal vergangen halt aber warum stöhnt er so rein warte mal kurz ich will helfen aber sie können ja auch alles erzählen wie er gesagt hat nein dürften keinen anruf entgegen ich denke mir so klar darf ich war immer so hier sicherheit hat das habe ich vorgelesen das sicherheitspolizei gesetz eine erklärte zu dass wenn betroffene verdacht steht ein strafbar landung wenn sie kooperieren dann geht es dir noch mehr für sie wenn sie jetzt schwer stellen dann läuft es immer noch länger für sie Herr Ritter Herr Ritter Herr Ritter gefährliche Angriffe gegen und dabei stoppen wir nicht mehr als der Würden sie einmal bitte kurz nach vorne kommen von wem wer ein Noobutel braucht Bilder 800 1717 Schmitt mit blonden Haaren Das heißt sie dürften alles was mit einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht wird einjährige Freiheitsstrafe dürften sie bei jedem den Arschbinder abnehmen jetzt müssen wir mal gucken weil wenn du zwölf Monate bekommst also zwölf Minuten Aufenthalt im Knast Herr Rumpö darf ich jetzt hier raus dürftest du abnehmen Ihre Telefonnummer ist auch gleich geblieben oder die ist immer gleich die erinnert sich nicht alles klar da können sie auch nach 50 Jahren nochmal anrufen okay perfekt Ihren Mailverteilernamen haben wir schon aus einer vorherigen Akte also soweit ist da erstmal alles abgearbeitet also sie werden jetzt gleich noch einmal kurz aufgeklärt worum es geht weswegen sie angeklagt werden kann ich jetzt wieder gehen ich sammle eben kurz die anderen Telefonnummern und Mailverteilernamen ein und dann komm ich nochmal auf sie zu ja ja alles klar kommst du mal ganz kurz mit ja das heißt ich gehe für zwölf Monate in den Knast dürfen sie den Arschbinder abnehmen also wenn das im Raum steht das steht ja im Raum äh fels was ist ich rauch deine ja ja kannst du machen und wenn die Gefahr besteht dass halt wiederum Sachen und das ist bei mir genau eins zu eins hauter Sinn aber nie drüber informiert ehrlich jetzt nie aber natürlich geguckt ich bin ich bin entsetzt dass die es jetzt richtig nachgucken gut dann kommen sie erstmal mit und danach so das geht auch genau sie hat mir die Tür offen gelassen äh braucht sie nur Fotos äh Herr Wumper ja Sie haben behauptet Sie Ihnen wurden die Rechte noch nicht vorgelesen oder Sie können sich nicht dran erinnern ja kann aber sein dass es nicht gehört aber ich wollte es jetzt keinem vorweisen oder sagen dass es sich nicht gehört aber ich wollte darauf hinweisen dass ich es anscheinend nicht gehört habe weiß ich ob das daran liegt dass ich halt auf einer Liege gelegen bin und übelste Schmerzen habe oder was bin ich gesagt so eins von beiden ich habe nur nochmal drauf hingewiesen um sicher zu gehen dass kein Fehler passiert ok mal anders gefragt kennen Sie denn Ihre Rechte? ja die kenne ich ok also da muss ich Ihnen die nicht immer vorlesen sonst hätte ich das jetzt noch getan weil sonst alles gut bis zu Urteils können dann kann ich das nicht noch machen Herr Ritter ja da hat es muss ich da wieder rein ja hier können Sie mir die Kabelbinde abmachen ja kommen Sie erstmal rein und ich muss wieder raus und dann kommen Sie her geht doch Herr Ritter danke für die Kurvenration ja ich bin kurz auf dem Klo ne ich muss pinkeln ja mach es aber drehen Sie sich um ne und grüßen Sie nicht hin so wie lange sind wir jetzt schon da drinnen Bruder ist Larissa da ja die ist ja auch verfolgt worden vorhin die wurden ja vorhin auch verfolgt die wurden alle verfolgt was trinke ich treff das Klo nicht das ist nicht so schlimm das macht die Putzfrau was bekommst du eigentlich ich habe keine Ahnung was ich bekomme ich habe keinen Stritzel oder sowas so mitnehmen und zum Einführen alles klar ah Stritzel ok sehr gut was bringt ich in so Knast guck mal habe ich gar keinen Bock aber ich glaube ich komme nicht in den Knast ich glaube das wird ja ja es wird ja Gerichtst wir kommen ja nicht in den Knast wir bekommen wir bekommen den Gerichtstermin Leute ich glaube zwei Stunden mit Krankenhaus-OP ja das ist das Ding wie lange pisst du ah gut das ist ein stummer Pisser Entschuldigung der Opi da hinten pisst schon seit zwei Minuten ich mache mir Sorgen in einem gewissen Alter können Inkontinenz vorkommen einfach berücksichtigen ja ich glaube der traut sich nicht das ist normal aber an bestimmten Leuten ja gut das ist ich oder wie ja sie sind Bruder boah sie haben auch eine richtig Mettchen ja das ist mal ein Woddy ziehen ja woher wollen sie wissen und eine Milch hinterher ähm klingen sehr nett erkennt sie mich etwa anhand meiner schwarzen Kleidung die sich mit jeder trägt oder erkennen sie mich etwa an meiner Brille also ich habe auch diese Kleidung da erkennen sie mich sie klingen einfach nur ich habe hier vorhin noch mindestens zwei andere Leipzig die genau dieselbe Kleidung anhaften wie ich genau dieselbe Oberte genau dieselbe Spür genau dieselbe Hose genau dieselbe Hose wie sie genau dieselbe Hörste ja dann war es eben warten wir mal ab hier Pikachu du bist der beste YouTuber der Pizzo Dankeschön Pikachu 2874 Snow2410 Moin Moin Nino hier auf einen weiteren schönen Stream und bin froh bei uns zu 7 zu sein anstatt der Nino von der Pizzeria zu 7 krass Freut mich Karsten Wunder man braucht in Österreich einen richterlichen Beschluss um den abzunehmen habe ich extra geschaut ich glaube nicht dass du einen richterlichen Beschluss brauchst das wäre natürlich heftig wenn wir das jetzt hätten wenn wir jetzt einen richterlichen Beschluss dafür brauchen aber ich würde das sowieso anwaltstechnisch es ist immer so gut ich weiß halt nicht wie das in Österreich gehandhabt wird ich glaube nämlich sie dürfen so schon Herr Ritter der ist noch immer im Pipi Haus mein Gott der hat aber eine ganz große das überflutet ja gleich brauchen Sie irgendwas Essen dringer ich brauche nix ok ich bin gerade komplett zu bei Erna Anno ist in Ordnung nehmen Sie mal einen Proteinriegel danke das ist gut für Sie trauen Sie mir wollen Sie irgendwas Essen dringer sie kriegen auch einen Proteinriegel ich glaube nicht also das ist ein richterlichen Beschluss was glaube ich nicht für den A-Spuren die du dir sichern willst sie kriegen auch einen Proteinriegel weil ich habe es jetzt durchgelesen das steht halt so drin dass die die den A-Spuren entzogen werden können wenn du halt ein einjähriges also es reicht aus wenn du wenn eine einjährige Freiheitsstrafe im Raum steht und das steht bei mir im Raum das ist das Ding österreichisches Recht aber jetzt finden wir coole Sachen wir können nochmal nachgucken ich glaube ich glaube das ist wirklich legitim hallo Aaron ich weiß nicht dass das so ist ich glaube sie dürfen einfach ich bin hier nackig haben Sie wenigstens dein restliches Ei mitgenommen dein eines nee Alter sie ist immer so rot sie sind top hast du eigentlich deine Bewerbung bestanden Aaron ich weiß nicht wir wurden ja alle zum Schießtraining eingeladen Inspektoren kommt gleich der klärt das auf das war halt schon relativ lang das geht mir gerade mehr auf den Sack wie lange wir schon warten bitte kann ich weiterhelfen ja Ritter ist denn wieder da oh ich hab das gesagt schauen Sie mich hin ja das ist ziemlich abwarte egal ähm kommen Sie einmal mit wir klären das gleich einmal mit dem Fasspuffel der ist da muss noch was geklärt haben zum zweiten S-E-R-O-X S-E-R-O-X dann einmal mit dem S-E-R-O-X S-E-R-O-X Wer sind Sie? Übrigens war von Thompson ein S-E-R-O-X 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 ist gut da hinten ist einer zusammengebrochen ne oder so jetzt irgendwo Abschnitt danke ey fülle auch einen ja dann können Sie das ist dann jetzt wie ein Eischung das ist dann jetzt wie ein Eischung ach ja also es dauert halt echt lange ne für das dass ich eigentlich eh nur vor Gericht kommen weil es ist ja also wie lange wir schon hier absitzen Bruder seit zwei Stunden das dauert halt echt alles viel zu lang ich kann mal gucken ja seit gut über zwei Stunden eine Stunde lang Krankenhaus gehabt wo ich einfach down war aber jetzt noch mal ne Stunde hier unten rum sitzen und nichts machen ja ungefähr warte ne wobei nicht ganz bisschen was über ne halbe Stunde sitzen wir jetzt da unten und warten einfach bis es weiter geht weil eigentlich könnten die das schon fertig machen können schon raus was ist ja die absetzen die absetzen da wahrscheinlich die Heslichkeit die da bekommen um ich glaube ich alle eine ganz schöne Heslichkeit Wir haben jetzt alle Daten insgesamt. Das, was Sie verbrochen haben, es wird Ihnen einmal das fahrlässige Abfall in einer Schusswaffe mit Personenschaden vorgeworfen. Das wird normalerweise mit 90 Monaten Haft bestraft. Das Ganze wird somit vor Gericht geklärt. Sie wissen, wie das vor Gericht abläuft? Ja, klar. Alles klar, perfekt, sehr schön. Die werden sich dann entweder per Mail oder per Handynummer melden, ja? Okay. Alles klar. Gut, alles Weitere können Sie dann über Ihren Anwalt Akteneinsicht beantragen und Ähnliches. Wenn Sie Fragen haben, einfach beim Sufirm-Code melden oder beim LAPD, ja? Jawohl. Perfekt, dann werden Sie jetzt schon mal von einem Kollegen herausgeführt. Jawohl, danke schön. Alles klar. Okay, doch. Ich habe schon, das dauert jetzt noch eine Stunde, bis wir fertig sind. Endlich komme ich raus, Alter. Endlich. Ach, so. Perfekt. Dankeschön. Ja, guck mal, jetzt wird er gleich sauer. Ich die Polizisten verteilen, Proteinregel, ja. Anscheinend kein Mord, ne? Das ist schon mal gut. Vielleicht schon mal sehr gut, kein Mord. Oh, Katze, bitte nicht. Ah, okay, gut. Da nach hinten, dann ist es okay. Ja, dann schwippschwappigen Tag wünsche ich Ihnen noch und dann, äh, hoffen wir, sehen wir uns nicht mehr. Vielen Dank, falls. Schönen Abend noch. Ebenfalls, tschüss. Ich bin draußen, Alter. Nach einer Stunde. Ne, nach, nach zwei Stunden, Alter. Ich war, zwei Stunden konnte ich nichts machen, außer bitte in die Kamera gucken. Also das muss halt echt schnell ablaufen. Da müssen wir echt irgendeine Regelung machen, dass es nur so und so und so und so sein darf, weil das ist echt. Oh, Alter, was ist denn hier los? Alter! Leckt mich am Zykli, Alter. Zwei Stunden! Hast du noch Funkgerät? Ja, ich habe nichts bekommen, ne. Weder Funkgerät noch Tele- Aber ich habe auch nicht gefragt, ist mir egal. Elena? Komm her, da kriegst du was? Oder hast du jetzt? Ja. Das ist Marc, dein Chef. Marc Rumper. Der was? Also arbeite ich doch fast. Oh, nee, ist dir auf den Kopf gefallen. Okay, hallo, Marc, mein Chef. Hallo, bist du auf den Kopf gefallen? Nee, Stromschlag. Das Stromschlag. Sie muss getazert werden. Ich wurde getazert und ich habe, äh, daraufhin, ähm, eine Panikattacke erlitten und habe ein paar Flashbacks durchgelebt, ja. Flashbacks? Ja, und jetzt weiß ich gerade nicht mehr so viel. Achso. Ja, wir sind die Heiligen Drei Könige und wir bringen Mürre, Weihrauch und Gold. Wir sind doch viel mehr als drei. Oh, schluss, 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 schluss. Was habe ich verloren? Den Humor oder ist der weg? Mein Humor. Sie hat auf jeden Fall noch die Schlagfertigkeit. Alter, das gibt es doch gar nicht. Vielleicht, äh, vielleicht, äh, vielleicht ein paar Erinnerungen wieder einsammeln. Dann klappt das wieder. Dann refresht sich das Gehirn. Geht sich schon erholen in einer Zeit. So wieder. Hey, ähm, haben die, war da noch wer drin mit mir hier, oder? Nee, ne? Wo hier? Die haben DNA-Spurm von mir abgenommen. Wo hier, Brin? Von eben wahrscheinlich. Nee, die haben jetzt DNA-Spurm abgenommen. Das ist, ja. Ja, das machen sie jetzt immer. Sitz einmal drinnen, indem sie DNA-Spuren. Bringt's ja nicht, wenn sie die von mir DNA finden, weil sie mich nicht kriegen mit dem Auto. Ja, man kann ja auch ab und zu mal einen Besuch abstatten und reingucken, mal andeuten und das wieder raus tun. Ach, scheiße. Da hinten läuft Gambino. Wo läuft der hin? Beim Nackt. Ich weiß nicht. Ich kam runter ins PD und da stand da nackt drin. Ich weiß es nicht. Wir sind in den Branchen gewesen. Ich hab nur drei Leute nackt gesehen. Boah, Alter. Nee, das ist also heute Chaos pur. Und ich hab jetzt zwei Stunden lang im Krankenhaus und im PD verbracht. Die haben so lange gebraucht. Dann weißt du, ich wollte einen anrufen. Sagt er mir, ich darf nicht. Hab ich gesagt, ich hab das Recht, die mal anzurufen. Ich wollte einen Anwalt kontaktieren. Er so, nee. Nee, nee, darfst du nicht. Das ist ein Irrtum. Hab ich gesagt, nee, ich hab das Recht. Oh, jetzt geht es weiter ins dann. Irgendwann hast du es gecheckt. Dann durfte ich ihn anrufen. Aber er hat mich abgehoben. Das ist doch nicht fluch. Wie ist das eigentlich? Die haben einfach seine Kleidung gemacht. Die haben den Schmauspunt-Test von mir genommen, bevor sie mir die Rechte vorgelesen haben. Da ist er auch eigentlich richtig, ne? Keine Ahnung. Also eigentlich alles, was du als Aussagen hast, das darfst ja nicht verwendet werden. Das war ja keine Aussage. Aber, ähm, ja. Wir haben sie auch nicht die Rechte zu SVO-Ges. Ich hab mich nochmal drauf hingewiesen. Also ich bin so nett und hab gesagt, ja, macht bitte eure Arbeit richtig so. Das tut denen am meisten weh. Und wer auch immer das war, da war ein sehr Meta-Cop drin. Der war richtig mad. Der hat wegen einem... Wie ist das aus? Keine Ahnung, war maskiert. Aber der hatte... Der hat anscheinend einen MP5 gezogen, weil jemand einen Ball rausgeholt hat. Und bei mir hat er einen Taser gezogen. Pass mal auf, bei mir hat er einen Taser gezogen, weil ich einen Benzinkanister hatte und ihn gefragt hab, ob er auch Angst vor Benzinkanister hat. Und ich den kurz ausgepackt hab. Für eine Sekunde hab ich da auf den Boden und er hat direkt einen Taser rausgeholt. Und dann dachte ich mir auch so, wenn der mich jetzt tasert, ne? Und der scheiß Benzinkanister ist daneben. Ja, dann, na, viel Spaß. Da geht das ganze Ding hoch. Ich muss kurz sagen. Naja. Also ganz komisch heute gewesen. Ganz komisch. Aber es hat, ich muss sagen, es war schon lustig, war schon funny. Hat Spaß gemacht. In irgendeiner Hinsicht in der Form. Ach, guck mal, der ist nicht mehr nackt. Yay. Yay. Ich dachte, da kommen noch Schwestern. Jetzt sind das schon wieder zwei Brüder. Oder sie haben sich noch nicht so identifiziert. Wie viele sind denn jetzt noch unten? Äh, so um die vier Stück. Sechs Stück. Boah, Alter. Oh, die Bräusezelle war noch voll. Also ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe Larissa euch unten gesehen auf jeden Fall. Larissa. Dann die, die zwei Schmidts sind unten. Helmut ist 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 unten. Also es sind schon, warte mal, zwei, sind drei, sind fünf, sind fünf, fünf, sechs Leute sind unten noch, ja. Boah. Da haben die ja wirklich fast die ganze Familie unten gehabt. Die haben ja ziemlich viele Leute gehabt, ja. Was tust du? Für 32 Leute Platz. Ja, okay, passt. Warum humpelt ihr so? Das wollen wir alle schwer verletzt sein. Hä, aber die sind nicht in den Knast gekommen? Ne, wir hätten Ivan und Welpe fast verloren davor. Die seien verunfallt. Oh. Und seien in einem Wasserfall drin zum Stehen kommen und bewusstlos worden. Das Problem ist, wenn wir versucht haben zum Wasserfall hinzutauchen, dann hat die Strömung Grundbegriffen. Und, ja, im Endeffekt hat er mit FD geschockt, dass man... Leuchte, was ist für Holger? Oh, hä, was ist mit deinem Hand los? Der hatte kurz pink ja, richtig, was ist für Holger? Bei mir hat er weiße. Das wollen wir so viele Leute. Das ist, weil hier so viele Leute stehen, dann tut es ein bisschen wie im Auge. Ist das geil. Wir müssen den Kreis größer machen. Das ist doch kein Kreis, Alter. Ja, das Oval, Dreieck, was auch immer. Also die Frauenquote ist immer noch mies hier. Würstchenparty. Die haben mich jetzt rausgeschmissen, weil ich da unten in den Zählen gesoffen habe. Die Zählen hoch und ist ja auch runtergekommen. Warum machen wir unten nicht einfach eine Familienpläte? Ey, die Penner haben mir mein Handy abgez... Ich kriege noch ein Handy. Ja, mir auch. Warte mal. Nee, komm her. Oh, ist ja wieder. Es dauert so lange, glaub mir. Komm her, komm her, komm her. Oh, ist ja wieder. Nee, kriegst du das ja nie nicht wieder? Nee, scheiß drauf. Mir hätte auch gesagt, ich krieg's wieder was. Hab ich nicht bekommen. Ah, Mist. Warte jetzt, bis alle fertig sind. Das wird sicher noch dauern, bis sie hier unten fertig sind mit allen Akten. Ich hätte einfach wieder gesoffen und exaktiviert mein Handy. Die brauchen übelst lange. Ich denk mir so, mach doch fertig. Ihr wisst, ihr habt doch alle Daten aufgenommen. Was, warum müssen wir da jetzt noch drin bleiben, so auf die Art und Weise? Wahrscheinlich Rentner. Irgendwann muss man da immer hocken, bis sie fertig sind mit Schreiben. Ja, aber das kannst du ja auch später machen. Ich glaub vier oder fünf Leute sind da unten. Ähm, ja. Die Cops sind mit, weil das so, die sind einfach reingearschliere worden. Ja, guck mal, wenn die dann ihre Rechtschreibbäder noch fertig machen müssen, die in jedem Text drin sind, wo jeden Text 50 Stück drin sind, dann dauert das mal. Was für jeden Text in dem Satz? Wir brauchen da extra-Chat-GPT für. Oh. Genau, schreib mir mal bitte eine Akte, eine Gerichtsakte, Chat-GPT, schreiben sie rein. Anklage versuchter Mord, bitte. Wir brauchen die M auf unserem Handy, Chat-GPT-Mobile. So, was machen wir eigentlich heute noch außen rumstehen und blöd gucken? Keine Ahnung. Wir müssen gleich noch reden. Wie die stimmen. Wie die, eher mal Datenbank austragen. Gerne. Ah, nee. Da hätt' ich mal was anderes mit. Stimmt, du wolltest reden wegen irgendwas? Naja, unter 6 Augen. Genau, unter 6 Augen, was ganz geheimes. Können wir auch jetzt machen, wenn du willst, auf die Schnelle. Jetzt dauer ich eher blöd. Nein, nein, wir fahren schnell weg. Wir können ja wegfahren. Unter 6 Augen zählen, oder? Vorhin erzählt er was von 3 Königen und jetzt was von 6 Augen. Ich sehe definitiv mehr als 6 Augen. Wir halten einfach alle Augen zu ihm dann. Ei, das ist ganz schlimm. Ich hoffe, das wird wieder. Ja, also fahren wir mal. Und drehen wir schnell. Da hat sich das. Warte, Wolf, ich nehme mir noch Sachen aus dem Koffer. Was? Auf den einen, habe ich noch ein Funkgerät. Flo, bist du da oder was? Bist du in die Statue? Und rückwärts kein Reich. Und rückwärts kein Reich. Und rückwärts kein Reich. Warten übernimm ich da. Ja, rein. Was ist hier los? Und so viel Verkehr hier? Achso, Sperrzone. Und rückwärts kein Reich. Warten übernimm ich da. Was war? Ich sagte nur, wenn es für dich okay ist, nehme ich sie mit in meinem Auto. Ja, erstmal. Ja? Passt. Das ist unser Stiefel. Alter, weißt du, was ich fühlen würde auf dem Auto? Was denn? Ihr kennt ja sicher diese Residenten Mercedes vorne mit den Flaggen. Die Flaggen, ja. Vorne 1 zu 7 Flaggen dran bauen. Das wär geil, ja. Ach, das wär ich so fühlen. Das musst du dann auf der Langen, musst du das dann machen. Auf der Langen? Ja, du hast doch die Lange. Ja, stimmt. Auf der wär's auch krass. Stimmt, ja, ja. Das wär richtig heftig. Ey, du Otto! Entschuldigung. Das ist gut. Du musst immer sagen, ich finde, du bist ein Otto, weil das ist deine eigene Meinung und keine Beleidigung. Ach, das ist so ne angenehme Stimme. Wollen wir zweimal fahren anwählen, oder wohin? Ja, ja. Oder irgendwo hin, wo wir unter... Wir können auch auf den Tower fahren, da hinten. Das lieber als mit dem Fahrstuhl hochfahren. Das ist so schön aussieht, da können wir den nächsten runterschmeißen. Was weiß ich? Oder in der City Hall, wär auch möglich. Guck mal, von runterschmeißen reden, da fahren wir gleich dann was als erstes Thema an. Ey, wie wär's, wenn wir in die City Hall gehen, so im Büro? Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich alleine sind. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich alleine sind. Die Verhandlung startet gleich, wir müssten davor uns nur noch versprechen. Schau, was da angeht, ne? Mal gucken. Leute, haut mal auf den Like-Button. Die Nacht ist noch jung. Haut mal drauf auf den Button. Auf 6000 Leute, 500 Euro ungefähr, das schaffen wir. 6000 Likes. Ja, Robert. Der ist kein Mal hin. Ah ja, ich hab noch immer keinen Führerschein, keinen Waffenschein. Ich hab auch keinen Waffenschein. Ja, aber kein Waffenschein. Aber weißt du was es ist? Ich werd den niemals wieder beantreiben. Ich bedenke, der wird mir eh mal weggenommen. Das bringt sich doch gar nichts. Es ist eh egal, ob du eine illegale Waffe dabei ist, ob du einen Waffenschein hast oder nicht. Es ist komplett egal. Die Strafe ist dieselbe. Es ist komplett egal. Und was du dazu sagst, ist das Poppes. Für ein Poppes ist das. Für ein Poppes. Für nichts. Ist das ein sehr ernstes Thema? Ja. Also das eine Thema ist wirklich nur für 6 Augen. Mhm. Die anderen sind so generelle Themen. So wirklich, dass es keiner hören kann. Genau. Okay. Ja warte, da muss ich euch kurz muten. Also ihr hört jetzt nichts. So ja, jetzt unter 6 Augen Gespräch, ich bin da. Ihr hört jetzt erstmal keinen Game Sound, Leute. Mhm. Ja. Genau. Okay. Ja gut, aber ich sag mal so, in so einem Pfandkuchen Gerät finde ich eigentlich schon schon anständig im Büro. Finde ich eine gute Sache. Mhm. Okay. Warte Bescheid. Aber das heißt, äh. Ja. Mhm. 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 Ja. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. 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 Okay. Äh. Finde ich ist ne gute Idee. Finde ich sehr super. Mhm. Ja. Nicht wundern, äh. Games sound das aus, Leute. Wird grad reingucken. Mhm. Ja, würde ich sonst fortsetzend besprechen, wie wir das machen. Ne, ist kein zwei Stunden Mute, ist gleich fertig. Okay. Aber im Büro würde ich eine Kaffeemaschine aber auch gut finden. Definitiv. Ja, okay, gut. Das ist alles. Okay, gut. Das heißt, jetzt können wir wieder normal reden. Gut. Kann ich euch wieder freischalten, Leute. Anderes Thema? Wahrscheinlich, wie du gesehen hast, sind ein paar neue dazu gekommen. Ja, die werden jetzt mehr und weniger erstmal angelernt, alle. Auch sehr viele PD-Dealer, ne? Ein paar Mi-Ressort, ob ich weiß. Auch sehr viele, die auch wieder von der Ding kommen, von der, wie heißt denn, Akademie habe ich gesehen. Akademie. Ja, dass bei uns die Leute eh nicht glücklich sein und wir brauchen uns nicht wundern, wenn es die Balker innen auf der Matte stehen. Und ja, wir werden sehen, was wir da machen. Was ist denn überhaupt mit den Balkern los in letzter Zeit? Da war doch nie Beef und auf einmal sind sie so komisch. Naja, die Balker verkaufen wir zum Übelten beim Quartell und waschen bei der Pizzeria. Ja, gut. Können sie machen. Ja, das hat er zum Balker gesagt. Ja. Ja, können sie machen. Du, ich habe eh nichts anderes erwartet, wie wir da dort waren und da geredet haben. Das war eigentlich eh von vorne hinein klar, was die machen. Ja, als die da zu uns kamen, habe ich denen schon direkt gesagt, ja, viel Spaß beim Quartell. Aber nein, wir gehen nicht zum Quartell. Ich so, ja, ja, komm. Sonst, ich habe ein bisschen die Listen verändert, dass das ein bisschen übersichtlicher ist und die Leute wollten so diese Punkte haben, dass man, ich sage mal mit dem Ja und Nein, ob man da ist allgemein und dann halt mit diesen Punkten Grün, Rot und Gelb, ob man erreichbar ist etc. Weil das habe ich schon gesehen, das ist neu. Da habe ich noch nicht gewusst, was das alles ist, aber ja. Sonst habe ich nur die Listen vom Kusch und sowas ein bisschen verändert, dass das ein bisschen übersichtlicher ist und einfacher ist. Im Prinzip, kurz erklärt die Punkte, Grün, Horst, frei, verfügbar ist, jederzeit. Gelb, Horst, du bist derzeit beschäftigt, aber im Punkt, sprich anbauen, Golf spielt irgendwas, aber du bist halt nebenbei im Punkt. Und Rot heißt für unsere Raucher, die wollen Raucherpause machen, die wollen bei dem Klo sein, die wollen es im Punkt nicht hören, die sind dann auf Status Rot. Oder wollen sie in der Besprechung sein, so wie wir jetzt. Okay. Äh, bezüglich Biker und dem ganzen Scheiß, jetzt haben wir an sich, äh, ja Gott, keinen einzigen, so wirklich, mit dem wir eine Connection noch haben, ne? Ja, was, was Gangs also betrifft. Na, gar nichts mehr. Das ist jetzt alles kommende Finikans eigentlich. Die ganzen Siebes ordentlich, die halt zu uns kommen. Und, wie gesagt, die große Einstellwelle jetzt, die war jetzt relativ gering, weil ich glaube mal, dass alle anderen, sprich Mafia, Biker und Tadell, jetzt sowieso alles über uns wissen, durch Liam und durch Ivor. Ja, ja, klar. Also, ja, ich stecke ich vor, als er zu nachdenken. Ja. Man hört dann noch Kleidung, du wolltest irgendwas da ändern. Also, dass wir das, was wir jetzt als Kleidung haben, nur noch wirklich zu so festen Gegebenheiten anziehen. Und sonst eher so lockere Sachen anhalten. Genau. Habe ich aber noch nicht geguckt, was wir jetzt genau anziehen, weil das eine habe ich gefunden, aber das sieht dann wieder kack aus, weil die anderen das anders sehen. Ähm, aber ich hätte mal gesagt, so einheitliche Kleidung mit, äh, ja, mit eher lässigem Outfit, ne? Nicht so geschleckt, wie wir jetzt sind. Oh, da ist eine Tür aufgegangen. Alles gehört? Nö. Da ist irgendwo eine Tür, wird aufgehangen. Hm. Ja, keine Ahnung. Ohne Türquietschen gehört. Jo. Ja. Gut, also sonst. Okay, alles klar. Sonst läuft eigentlich alles. Ja. Also das läuft jetzt auch gut mit dem geschäftlichen? Ja, das läuft sehr gut. Vor allem unsere Mitarbeiter und Facharbeiter haben uns auch sehr gutes Feedback gegeben, weil die finden es sehr gut, dass wir so viele eingestellt haben. Weil jetzt haben sie alle mal aufgekommen, weil wahrscheinlich früher war es so, dass ein Azubi auf fünf, sechs Mitarbeiter ist. Ja. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass auf jeden Mitarbeiterflöck so zwei Azubis fallen. Hm. Stimmt eigentlich, ja. Und jetzt sind alle eigentlich cool, weil jetzt jeder was zu tun hat. Genau, jetzt hat jeder eigentlich so seinen Jüngling zu mitnehmen. Dass jeder mal angkauft und so weiter, also das läuft jetzt echt cool, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, dass wir, sagen wir mal so die ganzen Leute links liegen lassen, die uns nichts Gutes wollen. Und uns vielleicht auf die Leute konzentrieren, die hierher kommen wollen und ihre Sachen machen wollen. Ist so, bitte, ja. Ja. Das sollen die ihr Geschäft machen, wir machen unseres. Aber finde ich schon etwas, sagen wir mal, schon etwas so Disrespect, wenn du so denkst, so gegen Bikern nie was gehabt und auf einmal so den Rücken gekehrt zu bekommen. Schon heftig. Das ist halt geil, geil halt. Ja, ja. Schon, schon heftig. Vor allem, weil wir haben ja in der Story erzählt, was passiert ist, ne? Wie ist das scheißegal. Ich dachte so, da ist so ein bisschen Zusammenhalt zwischen Biker und uns, weißt du, weil dann gab es nie Probleme. Aber dir fallen irgendwie alle einfach wegen irgendeinem Scheißgeld in den Rücken. So wie der Jesse hat zu mir gesagt, hat so viel Action und so viel Spaß, wie er die letzten zwei, drei Tage bei uns gehabt hat, hat er im letzten Jahr bei Biker nicht gehabt. Ja, so wie gesagt, sollen sie machen. Ich finde es halt, ich finde es halt, ist das eine, ich finde es halt so ein bisschen respektlos. Aber ich habe mittlerweile echt so ein bisschen mit den Leuten abgeschlossen, was den Respekt betrifft. Mir kommt vor, wenn man die Einzigen, die versucht haben, irgendwie mit Respekt gegenüber anderen anzutreten und dann die ganze Zeit, also du siehst, wo rauskommt. Die Einzigen, die halt nie gelogen haben. Aber schau, wo es rauskommt. Du bist von vorne bis hinten, bist du verarscht. Bestimmt, ja. Du darfst keinem vertrauen. Die sind alle hinterrücks, sind sie alle beschissen. Stimmt, ja. Vorne so und hinten für den Arsch. Weil es ums Geld geht. Nichts anderes. Ja. Das ist das Traurige. Also du kannst dir sagen, egal ob es Mafia ist, egal ob es Kartell ist, egal ob es jetzt die Biker sind. Alle von den dreien sind einfach nur geldgeile Bastarde, oder? Oder was sagt ihr? Stimmt, definitiv. Definitiv. Niklas hat mir gerade geschrieben, sorry für das Ausarten der Situation, das war alles so nicht geplant. Dennoch tut es mir leid, was da passiert ist gerade. Ja, kam auch von mir. Ich habe gesagt, wir machen das. Nein, muss er nicht. Du kam von mir. Ich habe gesagt, wir ziehen das jetzt durch oder nicht, aber ich wollte es durchziehen. Ich wollte nicht Schwanz einziehen. Du, ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, es hätte funktioniert. Weißt du, was mir passiert ist? Ich habe gedacht, der Eingang wäre vorne. Ich bin vorne hingegangen und da waren die ganzen Cops aufgestellt. Und dann habe ich mir gedacht, oh scheiße, der hat mich jetzt gesehen. Wäre ich da nicht vorne hingegangen, hätten wir vielleicht Stealth in dieses Gebäude reingehen können und uns da verbarrikadieren können. Hätte. Hat aber nicht funktioniert, weil ich vorne hingegangen bin. Und ich glaube, das war meine Schuld. Weil wir haben es so gut, wirklich so gut es geschafft, Stealth zu bleiben da drin. Bis ich falsch gegangen bin, glaube ich. Ich glaube, das war der Auslöser. Ja, passiert. Naja, ich merke es mal, wie es wird besser. Ey, ich schwöre dir, ich schwöre dir so sehr, diese ganzen Leute, die einem in den Rücken fallen. Am liebsten möchte ich denen das alles irgendwie auswischen, aber mal schauen. Ja, ich sage immer so schön, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Auf alle Fälle. Willigstens haben wir jetzt wieder Leute, die man vertrauen kann hier und das passt. Aber so bleibt es alles okay. Ich habe keinen Bock, dass... Ich habe gesagt, jetzt haben wir eine größere Welle gemacht mit Einschlungen. Und jetzt ist wieder mal definitiv genug mit Einschlungen. Jetzt stellen wir gar keinen mehr an die nächste Zeit. Ja. Jetzt bleibt es mal so und wir schauen, was jetzt da sich entwickelt mit unseren Jungs. Da gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Aber ich hoffe, ihr habt aktive Leute eingestellt, die sehr oft da sind. Habt ihr darauf geachtet? Also laut Aussagen von ihnen, von täglich bis vier, fünf Mal die Woche, aber die meisten täglich. Und ich muss sagen, bis jetzt bereue ich es eigentlich erst der einen, dass wir wieder eingestellt haben. Aber bei den anderen ist es eigentlich im Großen und Ganzen von Aktivität her sehr gut. Okay. Gut. Ja, Outfit auf einmal mal gucken, weil ich halte das echt schlägsätzlich mal aus. Wir brauchen mal ein richtig geiles Outfit. Irgendwas müssen wir es mal zusammenstellen. Aber weißt du, was das Problem ist? Es ist schwer lässige Outfits zu finden, die dann allen Leuten passen von der Rangaufteilung her. Weißt du, was ich meine? Ein Outfit easy. Weil wir sagen... Ich weiß nicht, ob man das einfach nach Farben sortiert oder sowas vielleicht, aber das rausspielen. Ja, dann sehen wir aus, wie ich weiß nicht. Ich finde, ein Farben finde ich schon fast stimmiger. Also schwarz einfach, schwarz-weiß, aber... Ach, wie sie doch wieder schwarz-weiß fühlen. Vielleicht, vielleicht irgendwie... Weißt du, es muss ja gar nicht das Outfit sein. Vielleicht eine Erkennung, dass du irgendwas hast, wo man es erkennt. Ich weiß ja nicht. Mal gucken. Du meinst, so wie bei gewissen Gangs, so Bandanas in einer gewissen Farbe oder so in Richtung. Ja, irgendwas. Irgendwas in die Richtung, dass du weißt, okay, der ist der, der ist der. Bandanas ist eine gute Idee eigentlich, dass mich gerade auf eine gute Idee gebracht hat. Bandanas? Ui. Würde ich fühlen. Ryan, darf ich Elena wieder in deine Output übergeben? Ja. Ich würde mich jetzt leider mal schlafen legen. Joa, ist klar. Ich glaube, ich schaue mal wegen Outfit jetzt, dass wir etwas zwischendurch mal haben, ne? Das bleibt wohl. Komm her, lass dich schon mal bitten. Ähm, alles klar. Ähm, den Rang, wolltest du da irgendwas machen oder ist einfach sachlich der Rang? Wie sachlich? Wenn du was brauchst, melde dich einfach mal. Ja, du meintest irgendwas, was war das? Ja, okay, danke dir, gute Nacht. Willst du mir den Rang morgen gibst oder so? Stimmt, wollte ich noch was machen. Ne, den will ich dir geben. Ich will dir, ich will dir wirklich einen richtigen Rang geben, aber ich hab's noch vergessen. Was ist das, was wir so machen? Guck her. Mach ich den über die Nacht vielleicht. Joa, alles gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut. Jawoll. Gute Nacht. Ciao, ciao. Ja, fahre ich jetzt im kleiner Laden und gucke, ne? Joa. Bin ich gleich wieder da, aber ihr müsst dann sagen, wie es ist. Joa. Du gehst auch? Was? Was hast du gesagt? Ich hab nur gesagt, ich kann auch zu den anderen gehen, falls ihr noch was besprechen müsst. Na, alles gut, Alter. Ich weiß nicht, was wollt ihr denn heute noch machen? Die Nacht ist nur jung. Ich hab Bock auf Käsekuchen. Käsekuchen? Finde ich eine gute Idee. Ich kann dir die Küche zeigen. Wie wär's denn bei Drive-By, beim Ding, bei Bikern? Gibt's in der Küche Käsekuchen? Ja, super geil. Ey, wie wär's denn, wenn wir vorbeifahren, wenn wir mal Drive-By zu schaffen mit irgendwelchen Autos und uns ein bisschen anziehen? Das wäre schon lustig. Einfach LKW nehmen und die ganzen Bikes umfahren. Ne, LKW hinstellen und vor die Tür stehen. Ich dachte, wir haben nur Autos. Ah, geil. Ja, so egal, ob sie eine Platten schießen oder so. Einfach so just for fun. Das wär für Polizie, ja. Dann fragen sie sich, da war doch eh mal was. Da haben sie sich gefragt, wer das war, ne? Aber das waren ja nicht wir. Das waren halt tatsächlich nicht mal wir. Aber dann können wir die richtig abfacken. Dann denken die vielleicht, dass das wieder die anderen gewesen sind. Stimmt. Das waren wir mit goldenen Autos vorbei machen. Ja, ja. Das wär's. Goldene Autos. Goldene Autos und Boyfriends-Maske. Ja, ja. Das wär's. Ich guck mal wegen Outfit. Ja. A7-Boss schnell unterwegs, ja. Heute eher langsam unterwegs, ne? Ich würd mal, ich wollt mal die Superausfahrt. Oh, jetzt muss ich mal gucken, ne? Dass die Cops mich nicht anhalten, ne? Dann ist es schlecht für mich. Dann komm ich in den Knast. Gehst du Knast, Jungs? Gehst du Knast, Jungs? Ja, ich schaue erst mal Outfit. Guck mal durch. Und dann würde ich sagen, gehen wir irgendwas an, dass wir vielleicht uns ein bisschen rächen bei ein paar Leuten. Uns anpissen. Gucken wir mal. Ich werd mich jetzt erstmal umziehen. Aber ey, äh, scheiße, dass ich da muten musste. Aber es gibt halt sehr wichtige Sachen, wo wir auch sagen, ähm, das besprechen wir lieber wirklich unter 6 Augen. Man weiß nie so ganz, ne? Man weiß nie. Ja, jetzt gucken wir mal. Also ein Outfit mit... Wo ist denn das hier mit... Wie das nicht? So, so ein richtiges Street-Outfit war schon geil. Vielleicht 1 zu 7-Shirt? So, das hier ist das normale 1 zu 7-Shirt. Haben wir das nicht hier irgendwo? Ne, das ist nicht das, ne? Mal gucken. 1 zu 7-T-Shirt. Was ist das denn? Das ist 1 zu 7-Shirt. 1 zu 7. Alter, die Katze macht sich hier aber ganz schön fett, ne? Seh ich grad. Weil ich würd mal gerne ein neues 1 zu 7-Shirt machen, aber für der Ball würde ich das normale nehmen. Oder ist das nicht wieder so obvious, ne? Wir wollten ja irgendwas haben, was nicht so obvious ist auf einmal. Aber wir haben ja auch die Westen und dann so an. Das ist ja das Ding. Das ist die Frage, ne? Wollen wir das obvious machen oder wollen wir ein normales Gang-Outfit machen? Ich schau's mir mal an. Ich schau's mir mal mit an und einmal ohne. Aber so ein neues 1 zu 7-Shirt würde ich halt fühlen. Das ist ja ne. Und dann halt gucken, je nachdem... Also das, die Idee mit dem Bandana, find ich gar nicht so schlecht, dass man sagt, man vergibt verschiedene Farben. Das würde auch Street-Gang-mäßig viel Sinn machen, das mit Bandanas zu machen. Wir wollen ja Richtung Street-Gang wieder gehen. So wie früher. Na hier habt ihr das ja genau. War ist halt die Frage, ne? Aber dann, am besten wäre ich ne Street-Wear-Hose. Irgendwas, was halt zu Street passt. Oder, oh ja, wir brauchen so Schuhe. Ich meine, das ist halt jetzt so ein Basic-Outfit. Aber ich finde mal, wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht, so ein Basic-Outfit zu machen. Weiße Sneaker finde ich cool. Ich finde halt, Weiß-Schwarz passt, finde ich, fast am besten zu 1 zu 7. Es ist halt so. Weiß und Schwarz. So ein anderer Arme. So. Und die passt. Also voll Basic, ne? Das ist richtig Basic ist 1 zu 7-Outfit gerade. Aber vielleicht ist es ja das, was gut wäre. Ich nehme mal, ich nehme mal das hier. Nein, nicht speichern. Ich nehme mal das hier und tue mal hier da vorne die Weste weg. Das ist halt so Basic. Das ist halt, ich weiß nicht, aber wenn wir jetzt ne richtige, vielleicht noch ne Cap, ne, ne Capi können wir nicht machen. Wobei doch ne 1 zu 7 Capi wäre heftig. Ne Snapback hinten. Ui, das wäre geil. Ja, und dann noch die Dings drauf. Oh ja, ich glaube, das wäre es. Ich glaube, das würde ich fühlen. Wer hat die Frage, was sagt. Oh, Alter, ich wäre gleich überfallen, dachte ich. Ah. Na, was läuft? Ah, es ist auch so Arschschmerzen wie ich. Ja, geht mittlerweile. Geht's dir nicht gut? Ne, ich glaube, ich habe ein zweites Arschloch. Schau mal, so ne Capi ist 1 zu 7 ja schon geil, ne. Oder diese, wo ist sie denn? So eine. Ich muss mich jetzt einmal, dass wir in die PD so stürmen, wie ich jetzt angezogen bin. Hä, was? Ah, oh mein Gott. Darf ich so tragen? Ist kein Abzeichen drauf, ne. Ist ja auch sowas ähnliches. So, nur mal, äh, also ich würde, ich würde das fühlen, wenn wir das nehmen. Und dann vielleicht jetzt noch ne, ne, ne Maske. Vielleicht wirklich mit Capis hinten, ne. Würde ich fühlen. Also, die Leute mit Capi so, so ein Outfit für 1 zu 7. Und dann macht man ne 1 zu 7 Capi draus. Das war ich einfach. Ich bin hier allein gelassen. Ich bin nur und ich will in Geld gegangen. Ich sollte vielleicht mal auftanken, das Teil. Ah, komm, ich war schon tanken. Ich bin noch nicht wegen Tank gegangen. Boah, ich hoffe, die haben es nicht gesehen, dass es mein Kindzeichen ist. Weil die brauchen eh ne Stunde, bis sie das abgefragt haben. Passt schon. Der Rumpel ist am Start. Und wir tanken. Vielleicht ne andere Hose oder so. Aber ich würde, ich würde, das T-Shirt würde ich cool finden, wenn wir das so ein bisschen in, mehr Street-Style haben. So ein bisschen Oversized, wisst ihr? Ryan kündigt da genau, das denke ich mir, wenn wir alle Capi tragen. Ryan kündigt. Sport, Stella, danke fürs CP-Wern. Michael Stöckel. Cool wäre auch wieder andere Gang... Rangnamen. Gang-Rangnamen? Wir machen eines dazu für Ryan. Maestro Camino, danke für 249. Danke schön, Ero 1 zu 7. Was passiert, wenn man nicht zur Gerichtsverhandlung erscheint? Dann bekommt man nochmal einen Hinweis, dass die Gerichtsverhandlung ist. Und sonst, ja, wird es problematisch bezüglich Atmen. Weil man muss irgendwann, man muss sich ein Termin ausmachen und dorthin. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen vielen Dank für den Euro auch. Pikachu, schöne Grüße aus Hofgeismar. Wo ist denn das denn, der hat noch nie gehört in meinem Leben? Vielen, vielen Dank. Ich wollte noch irgendwas nicht vorgelesen. Benne Schaugar. Danke für das Sint. Haus, Benne, auf das Sip werden. Und Yannick Demberg. Betrunken, dein Stream schon das Beste. Boah, der Bré. Nein, das ist nicht das Beste. Das ist ganz blöd. Betrunken sein ist keine gute Anhalgen. Ganz still, ganz still abgewöhnt, sowas. Ja gut, ich war in meinem ganzen Leben noch nicht einmal besoffen, Alter. Schaff das mal mit 26. Ich bin 26 mal mein ganzes Leben lang nicht einmal betrunken. Und ich bin, man muss schon sagen, man kann schon fast stolz drauf sein. Weil ich kenne, glaube ich, niemanden, der mit 26 noch nie betrunken war. Aber ich habe, ich habe, was ist das, ich habe bis jetzt, in meinem ganzen Leben, trinke ich Alkohol zum Beispiel nur, wenn höchstens Geburtstag ist. Oder wenn zum Beispiel was zu feiern ist, beispielsweise Silveste oder so. Dann trinke ich mal einen mit, aber davon wirst du ja nicht besoffen. Aus dem Grund, noch nie betrunken gewesen in meinem Leben. Noch nie. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es auch irgendwie nicht vor, weil es mich gar nicht interessiert. Aber die werden schon geil mit, die kannst du ja auch viel mehr Farben dann machen später. Mal gucken, wie viele Farben, aber das hier, das finde ich ganz geil hier. Wenn man das nähe mit weiß. Boah, Alter, ballert schon hart. Vielleicht noch eine weiße Hose, ich guck mal, wie es aussieht mit weißer Hose. Aber ich fühle das Outfit gerade voll. Mal gucken, wo ich eine Hose herkriege. Das Ding ist halt, wenn wir diese, diese, wobei Masken, ja gut, das ist das eine. Aber wenn wir diese Outfits so anhaben, sind sie so ein bisschen unauffälliger, als wenn wir mit diesem Kriegsoutfit da kommen. Ist halt auch nicht schlecht. Obwohl, wenn wir jetzt weiße Hose tragen, sieht man uns mehr. Das ist der Sound, der für Spinde. Das ist mit der... Das ist keine weiße Hose. Ah doch, hier. Gucken, Oberteil. Ich schaue nochmal, wie es aussehen würde, wenn wir so ein lästiges Oberteil an hätten. Boah, Alter, komplett white sieht halt auch heftig aus. Mit dem Pulli. Boah, der Pulli mit 1 zu 7 Design wäre heftig. Der wäre richtig heftig, oder? Mal gucken, wie das aussieht. Aber das Ding sieht zwar geil aus so, aber wenn ich damit auf die Straße gehe, Bruder, die erkennen mich überall, wenn ich im Busch sitze. Siehst du das? Wenn ich jetzt hier in den Busch reinsetze, guck mal, ob ich da rausflitze. Die Schuhe. Guck dir das an, Alter. Da sieht man auch direkt, dass man da drin sitzt. Das meine ich. Das ist halt kacke. Aber sieht cool aus. Ich finde, ich finde, all white als Outfit finde ich nice. Hat was. Hat richtig was. Aber der Pulli vielleicht mit schwarz 1 zu 7 Aufdruck vorne oder hinten? Würde ich voll fühlen, ne? Vielleicht eher hinten. Weiß nicht, hätte was. Hätte was, Pulli. Pullover hatten wir bis jetzt nicht. Aber schau mal, so ein Outfit meinte ich halt, so Street-mäßig. Aber das ist schon, ah, ist zu lang. Over-oversize ist das. Ah, das ist ein Temp, das will ich nicht anziehen. Wo ist denn hier dieses Oversized-Shirt, was ich unbedingt, äh, sowas. Oder findet ihr, das sieht schon too much aus, ne? Findet ihr das zu oversized? Ich finde das auch ein bisschen too much, aber das hier wäre halt auch nice, ne? Sowas. Das hab ich mir überlegt. Genau, das war's. Aber das ist das, wo das andere kaputt ist. Und das vielleicht in schwarz-weiß, würde ich ebenfalls fühlen. Oder so ein Mittelding. Oder wir ziehen gleich Jacken an. So richtig Schläger-Trupp-Jacken. Boah, da hätte ich gewusst, dass es so schwer ist, ein geiles Outfit zu finden. Wir brauchen unbedingt neue Kleidungssachen. Für solche Jacken, ne. Aber die Jacke wäre geil mit 1 zu 7 Aufschrift. Schaut mal. Sowas. Mit 1 zu 7. 1 zu 7. Oder die hier, so College-Jacken-mäßig. Also ich weiß nicht, College-Jacke würde sogar passen zu uns. Das wäre, das, also diese Jacke hier wäre vom Stil 1 zu 1, 1 zu 7, finde ich. Das ist, das ist so richtig so Schläger-Tropf, wisst ihr? So Türsteher, Kumpelstunde rein, so auf die Art und Weise. Ich finde, das hat was. Also wenn wir das hier nehmen würden, damit daraus so eine 1 zu 7 Jacke machen würden, wo wirklich hinten draufstehen, auch vom Design her so machen würden, so ein bisschen, würde ich so hart fühlen. Und vielleicht noch verschiedene Farben. Weil das sieht wieder zu, weiß nicht, zu sehr komisch aus. Aber die Jacke hätte mir gefallen. Muss ich mir merken. Also einmal nur mal, wenn wir vom Outfit her gucken, ne? College-Jacken. Fette College-Jacken brauchen wir. Gut, die sieht kacke aus. Das ist vom Hundekostüm, ne? Kannst du den Hund anziehen. Ein Hundekostüm bitte. Ne, also die College-Jacke finde ich geil. Ich glaube, ich ziehe die mal an und dann schauen wir uns das Ganze insgesamt an. Das Outfit, dann ziehe ich die mal drüber. So, die hier. Sogar, ich würde sie sogar offen nehmen. Dann können wir nochmal unten drunter ein Untershirt. Nehmen wir dann nochmal was geiles. Gätschels anziehen. Was da was gibt? Gibt es da nicht so Westen und so? Es gibt ja so Untershirt-Westen. Die sehen richtig heftig aus. Weiß noch nicht, ob das da drunter passt. Genau so. Die passen nicht drunter, glaube ich. Die sind so zu breit. Zu breit, Junge. Oh, ne, sowas. Guck mal. Aber das sieht zu fancy aus. Geht auch nicht. Untershirt schon lange ich mal geguckt, was es gibt. Ne. Hose, warte Arme haben wir jetzt die. Erstmal Arm gebrochen, Bruder. Äh, was ist das mit mir los? Ja, okay. Aber schau mal, solche Jacken meine ich halt, ne. So, weiß ich, so College-Style. Die passen halt viel mehr. Aber die halt umtun. Ich merke gerade, die sieht da innen ein bisschen buggy aus. Warum sieht das innen so buggy? Ach, das sieht schrecklich aus innen. Die sieht halt innen echt schrecklich aus. Aber wenn man die zutragen, sieht es halt auch nicht besser aus. Aber solche Jacken, mit hinten 1.07-Logo drauf, ähm, würd ich fühlen, so vom Stil her. Ich zeig dir mal so den Stil. Ich glaube, das, damit könnten wir uns anfreunden. So vom Stil her einfach. Fühl ich voll. Ich fahr mal hin. Bitte ohne Bandana. Ja, aber es ist wichtig. Wir brauchen als Gang, brauchen wir eine Vermummung. Und die finde ich jetzt besser, wenn wir Street Gang machen, als diese komplette Ninja-Vermummung da. Aber schau mal, ich fahr mal hin. Oh, ich hab mein Funkgerät, ja. Ich hab gar kein Funkgerät, Bruder. Ich hab auch kein Handy. Scheiße. Ich hab vergessen. Hol dich schnell ab. Hol dich von drüben. Ich denk mir, hey, wo ist der Funk? Wo ist alles so leise? Kein Handy, kein Funkgerät. Da ist das Problem. Ich denk mir, ich mach dir das jetzt immer an. Ja, nee, heute nicht. Heute vergessen. Wurde mir abgenommen. Ich hab's immer nicht. Oder hat mir wer das Funk... Hat mir nicht irgendwer ein Funkgerät zugesteckt? Ah, da doch. Stimme, hab mir jetzt. Ein Zugesteckt. Ah, ich bin so blöd. Check. Check. Ich komm jetzt vielleicht mit einer Outfit-Idee zum Anwesen, ne? Ja, wir sind gespannt. Es ist nicht... Ja, das ist nur eine Idee. Ich glaub, Ryan wird mich schlagen wegen der Käppi. Er wird mich so zusammenhauen. Er müsste... Er müsste die Käppi dann auch anziehen. Er... Anziehen. Oh mein Gott! Oh scheiße, wo kommt denn ihr jetzt her? Ich hab mich nicht gesehen wegen dem Baum da vorne. Oh nein! Och, geht's euch gut? Entschuldigung. Oh, ich schwöre dir, der Baum da hat mir die Sicht versperrt. Ich hab euch nicht da stehen sehen. Mal, du hast was leise gemacht, wie ich gestern gemacht hab. Ey, aber ganz ehrlich, der Baum hat das... Ach, es tut mir voll leid. Ich hab gestern genau das leise wie du gemacht, aber mit dem Raptor rein. Ey, pass auf, man kann den Höschen sehen. Nee, du guckst da rein, dann reißt du dir den Arsch auf. Ich guck da nicht rein. Nein, nein, ich guck da nicht rein. Und dann soll ich das Gizir, die reißen nicht mehr den Arsch auf. Es tut mir sauleid, kann ich dir aufhelfen? Ich blute. Das tut mir leid für dich. Haben wir noch Tampons? Haben wir noch Tampons im Haus? Soll ich dir fühlen, Paul? Blute! Achso, sie blute! Entschuldigung, ich dachte... Oh, Entschuldigung, ich dachte, das ist der Monat. Och nein. Ähm, ähm, soll ich nicht wohin fahren, schnell? Äh... Ey, ich hab euch... Ich hab euch legitim nicht gesehen, weil ich hier rechts abgebogen bin und der Baum mir die ganze Sicht versperrt hat. Das ist häufig auch passiert. Was ist passiert? Auch wegen dem Baum? Äh, ich weiß nicht, ob es wegen dem Baum war, aber... Ich hab's nicht gesehen. Erst als ich da war, ich's gesehen. Was passiert? Ah, nichts. Ich glaube, ich brauch'n Arzt. Ich kann dich nicht wohin bringen. Ich glaub, wir mussten es beide mitnehmen. Ja, ich... Ja, das ist schlecht mit dem Auto. Warte. Das muss ich da schnell machen. Ah, es tut mir so leid. Ich zahl das vom Firmengeld. Ja. Okay. Ey, aber was sagst du jetzt zum Outfit? Sieht scheiße aus, ne? Von mir auch. Oder... Ja, echt jetzt? Nee. Geht eigentlich. Nee, es wäre... Es wäre nur... Ey, jetzt bitte die Jacke wegdenken mit der Aufschrift. Also, nur vom Stil her jetzt. Es geht nur um den Stil der Jacke. Es sieht doch fast aus, dass es wie, was er fast trägt. Er wollte gerade sagen, es sieht nicht so ein Rhyme an. Marc, für den Spichett so lang. Also, wenn man jetzt sagt, dass es echt aussieht, wär's doch schon... Es ist alles genau nicht so, was der Rhyme an das wäre. Ich bin nicht gern. Nee, aber ich hab mir gedacht, so... Wir machen Black-White-mäßig. Schwarz-Weiß. Und je nachdem, wer welchen Drang hat, vielleicht Cappy und, äh... Ding anders. Ich will nicht, dass jeder hier ne Cappy trägt. Das hab ich mir schon fast gedacht. Das war jetzt nur... Dann sind wir wirklich irgendwann nur noch zu zweit, ihr Marc. Das war nur ne Überlegung, weil pass auf, wenn ich jetzt meine Cappy abziehe... Das ist schick. Schick. Ey, du hast da so ein Loch auf dem Kopf. Ich mein, wir könnten, wir könnten schon nur die Dings anziehen, dann hätte jeder seine Haare. Das wäre auch ne Möglichkeit, ne. Das Problem ist, wenn du irgendwo so rumstehst, dann hast du direkt 5 Pediler bei dir. Immer die Maske abziehen. Ja, so? Alter. Das wäre halt, das wäre halt die Maske, kannst du ja abziehen, ne. Aber es geht halt darum, wenn wir einfach outfit-technisch, aber dann sieht das halt so aus, ne. Das triggert mich halt auch hart. Aber so einfach Street-Gang-technisch, so, dass wir sagen, entweder wir gehen auf die, auf die Sache mit, mit, ähm, Oversize-Klamotten. Finde ich dann aber irgendwie zu komisch, sieht da irgendwie lustig aus. Oder wir gehen so in eher College-Jacken-Style, so Schläger-Truppen-mäßig. Es gibt ja neue Jacken, da kann man auch nochmal gucken. Ja, ich hab grad so ein bisschen Jacken durchgeguckt, die meistens dann scheiße aus. Ah, ich hab grad nicht probiert, die Weste drüber, ne. Ja, warte mal. Wie das aussieht, das ist, boah, ich hab keine Westen. Nur die drüber, aber die dann, ja. Müsste man sich anschauen. Tim, würdest du uns kurz fahren? Ja. Dankeschön. Wir fallen in den Ocean. Es tut mir wirklich sehr leid, ich hab euch wirklich nicht gesehen am Baum. Ich hab, sehr niedlich. Ich dachte, du hast nur Demenz und bist auch nicht blind. Nein, ich hab nichts gesehen. Es tut mir sehr leid. Das war die MDR. Bitte nicht stehen. Warte, was schau ich mir jetzt nochmal an? Ich hab die Birgit nicht gesehen, als sie sich dort war. Einmal gucken, wie ich die da reingefahren bin. Lass mal schauen. Das sah ja sicher so lustig aus, Alter. Der Baum stand halt wirklich im Weg. Ich hab den wirklich nicht gesehen. Der Baum stand im Weg. Man sieht's sogar. Aber ich gucke hier rüber. Baum stand im Weg und zack war ich drin. Das ist so eine Kacke, dieser Baum, Alter. Dieser Drecksbaum da hinten. So, ich hol mal ein Handy. Soll ich das fahren? Ja, ja, ja. Iiiiih. Iiiih. Was ist das denn? Was ist denn hier? Ah, da haben wir das Handy. Der Baum ist weg. Das ist schrecklich. Ja, aber mein Bestes sieht das, was du da anhast. Nein, nein, nein. Du siehst aus wie ein Zebra. Ich seh aus wie jemand, der irgendwo an der Bar steht und dir gleich an der Bar steht und dir gleich an der Fresse hauen will. Ja, hinter einer Highschool-Bar, ja. Nee, du siehst aus wie so ein Zebra, Alter. Da krieg ich ja Anfälle. Die Hose denkt der jetzt weg, wir gehen zum Oberteil. Die Jacke ist schrecklich. Schimmeln, Alter. Ja, die ist schrecklich, eine Schimmeljacke. Ja, das ist der Twicker-Sau. Der schimmelt von unten nach oben, guck. Ja, der Schimmelwolf geht's jetzt wieder umziehen. Buuuh, der Schimmelwolf, Alter. Ah, nee. Kannst du keinem erzählen. Ah, nee, ist das Hobby. Ich meine, ich muss halt gucken, wegen dem, ich glaube, ich mich ausziehe dann. Ah, nee, passt. Ja, es ist halt jetzt nur eine Idee gewesen, nur vom Stil her, dass wir wissen, in welche Richtung wir gehen. Ob wir halt sowas anziehen, oder es gibt ja auch diese, ich sag mal, T-Shirts, mit Longsleeve, oder wo man sagt, so Oversized-mäßig, so ein bisschen größer geschnitten. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, weil ich finde die normalen, ich hab jetzt vorhin das normale 1-7-T-Shirt angehabt, ich finde das irgendwie kacke. Vielleicht 1-7-T-Shirt, was ein bisschen größer ist, größer geschnitten. Nee, das ist ja gar nicht. Ich richtig fühlen. Da müssen wir mal gucken, ne. Hm. Jetzt kommt Wolf hier irgendwie als Sandmann raus, oder so. Ja. Jetzt kommen die gute Nachtbeschüsse. Oder als Tiger. Ist ein Bomberjagdmann heftig, ja. Ey, aber ich hörte, dieser dreckige Baum, der kommt hier weg, ich sehe hier wirklich nichts. Schau mir das nochmal an. Ja. Du fährst hier rein, und genau da, wo das Auto steht, standen die. Ah, stimmt. Und du, ich bin hier so unterm Baum durchgefahren und als ich dann hier war, war es schon zu spät mit dem Bremsen. Oha. Ja. Wir sollten hier vielleicht so einen Ort machen, wo keiner stehen darf. Naja. Hallo, Stolz. Oh, nee, doch nicht, bin ich ja. Wolfi. Hallo. Ja. Unten am Tor steht ein Adrian Shelby. Er möchte wissen, wie es mit seiner Bewerbung aussieht. Er hatte wohl schon ein Gespräch vor zwei Wochen. Oh, da gehen wir gleich mal runter. Michael, da haben wir die letzten Affen. Nehmen wir den an, nee, ne? Alter. Der ist in der Mülltonne drin bei mir. Alter, die ist aus wie... Ja, bei mir, ja. Guck mal, da ist ein Nudelguck. Darf ich ganz kurz gucken, da ist eine Mülltonne im Auto. Ja, jetzt. Gut. Guten Tag. So, so richtig. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß von nichts. Ja, nicht. Hey, warte, wer hat die Bewerbung angenommen? Also, wer hat sie aufgefasst? Es war, er hat sich bewogen, er war bei Eika und hat danach ein Gedächtnis verstudiert. Na, zum Glück. Dann habe ich Informationen wieder erhalten bekommen. Dann habe ich so einen Freund getroffen, ähm, auch bei Eika und hat mir ein bisschen was Video über mich erzählt, wo ich halt war, was ich gemacht habe. Und dann war ich, wann war das, vorletzte Woche Samstag oder so noch mal hier. Dann haben sie gesagt, sie melden sich noch mal. Das Gespräch hatte ich schon mal geführt gehabt, mit einem, ich habe mir die Namen gar nicht verraten, so eine Brille wie ich hatte, braune Haare, die gehen so nach rechts. Oh, no, Liam. Und noch einen mit anderem schwarzen Haaren, die so nach, die so nur nach, nur nach oben gehen. Ah, oh, no, Eika. Ja, die so, äh, das ist, äh, ja. Ja, das, also, das, dass da keiner weiß, wer, ja gut, weiß den Sinn. Perfekt. Die sind nicht mehr hier. Die, die leben hier nicht mehr. Bin umgezogen. Äh, ja, das ist natürlich jetzt blöd, wenn die das, äh, genommen haben. Aber hast du, hast du die Bewerbung schriftlich? Hast du die noch irgendwo? Ja, die hatte ich schriftlich, die ist aber auch wieder aus meinem Postfach raus. Ich glaube, die müsste ich dann, aber ich habe die, ähm, noch, also, habe ich auf jeden Fall noch als Dokument da. Also, das wäre, das wäre gut, wenn man die überreicht bekommt. Ich weiß nicht, wer will, dass du übernimmst. Ähm, tsch, hallo? Für die zur Info, dann haben wir, äh, geh mal, ja. Für die zur Info. Dann haben wir eigentlich gesagt, dann wollten wir sicher annehmen. Ja. Aber der Ryan war der Meinung nach seinem Gedächtnis, dass wir das erste Mal wieder und zwei Monate abhauen. Okay, warum? Ich habe keine Ahnung. So, Ryan, not yourself, but I need you to have a Gedächtnisflust aufnehmen. Was ist am Funk? Aaron. Ryan, bist du noch da? Ich hab mal jetzt. Welcher Komme? Oh, jetzt haben wir zwei Reins, stimmt, da war ja was. Sunwalker. Nee, alles gut, der ruft gerade an. Den anderen Ryan. Ja, müssen wir Ryan fragen, was mit ihm los ist. Ich meine, ich habe auch kein Problem mit dem, der sieht ganz frisch aus, also. Wird auch zu Streetgang passen. Ey, könntest du es so bitte, dieses, Alter, das ist noch schlimmer als das vorige Outfit. Das ist schlimm. Es ist halt sehr, sehr auffällig mit seinem Gesichtstatten. Also, Ryan ist schon schlafen, Mark. Für die zu Ihnen, der Ryan hat gesagt, wir nehmen ihn nicht von der Bewerbung her, weil er sehr gut war. Oh, tja. Ja, aber dann nehmen wir ihn noch einfach an, oder? Wenn es passt. Ja, keinmal. Ja. Ist nicht so schlimm. Wenn es passt, dann passt's. Wie gesagt, von der Bewerbung her, es passt. Wir wollten ihn aneimern, nur Ryan hat ihn gemeint, aufgrund vom Gedächtnis verloscht, wie er war. Warum war ich es jetzt nicht? Willst du ihn einstellen? Ja. Ja. Mach das mal. Ich weiß mal, warum ich nicht direkt wusste, wen er meint. Es gibt nur einen anderen, der diese Brille trägt. Dann los geht's. Stimmt, ja. Shelby? Achso, äh, ja. Forsch mal einmal bitte drinnen rein, weil das braucht man nicht unbedingt da rausbereiten. Bitte, danke. Was? Bitte einmal reinkommen. Einfach reinkommen. Einfach reinkommen. Dann kann ich mich einmal umziehen gehen, aber der schaut gleich ein bisschen seriöser aus, das Ganze. Ja, du schaust grad echt sehr unseriös aus. Ich mach grad was dazu. Ah, ja, okay. Du schaust grad grad viel besser aus. Ach stimmt. Wolfi, ich wollt's nicht sagen. Wo soll ich das Auto hinstellen? Hier rechts aneim. Rechts hin, ja. Tim? Oh, ich hol schon mal Waffeleisen unten raus. Ah, sieht unten mal. Da war ja was, wollte ich noch was holen. Ja, ich bin der Melinda. Bleib doch. Der ChaosBenni44, danke nochmal für das VIP, wir haben vorhin. Ähm. Yannick Damberg, danke für 2€ vor 2 Stunden. Vielen, vielen Dank. Und, äh, Floppy hat das Ding gesündet für einen Dank für 2€ auch nochmal. Und Helmut Schmidt mit zu spätem Lul. Danke an Helmut Schmidt. Der Allerechte. Kannst du mal alles vom 1-THD zeigen, wäre cool, warum. Ja. Wer hat jetzt sicher keine Infos teilen, Junge. Keine Infos teilen. Je mehr ich zeig, dass du mehr Infos haben die Leute. Außer mehr P ist schlecht. Hast du sogar Jesse gesagt? Deshalb ich zeig nur das, was ich, wenn ich grad brauche. Ja, Jesse, ich bin mit. Jesse, ja, ja. Wo bist du denn das? Seha, Reisex haben wir leider verloren. Dieses Mal wird besser. Ne, wir gehen einfach volle Reihen, volle Reihen, genau. Sollen wir jetzt den auffüllen. Ne. Ne, das war doch immer mit der Neuer. Passt schon. Vielleicht mal bei der Motorradding vorbeifahren. Also nachdem was ich da gehört habe. Schon biefi biefi hätte ich gesagt mit den Motorradleuten hier. Der Motorradclub war immer so lieb und nett, aber. Irgendwie. Als ich das jetzt gehört habe. Wollen wir mal kurz mit der Supra, wohin? Hallo? Ich verstehe nicht, ähm, wo's lebt. Ich stehe nochmal schnell ab. Aber ich will das Ding sowieso mal ausfahren. Ich wollte ja heute nicht schnell unterwegs sein, aber. Ja, hab das jetzt nicht geklappt, du. Ein Mika, Love, danke für 1 Euro. Die RLO Fanpage 1 zu 7. Bin seit heute neun Jahr dabei. Kannst du mich grüßen, grüßen die RLO Fanpage 1 zu 7? Jawohl. Eine Besprechung, oder? Äh, ich bin vorne bei der Garage. Komm doch her. Achso, ich hab's vorgesehen. Max, ich habe seit einer Minute gewusst. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Alles gut, auf jeden Fall. Ja, ja. Seit einer Minute. Ja, stimmt. Ja, dann muss Marc fragen, was jetzt anstehen. Äh, bitte? Ja, was steht denn jetzt noch an? Weil, ich hab grad gefragt, ob die, also wie schlafen können. Es steht grade wirklich gar nichts an. Also, ich hab auch gefragt, aber es weiß keiner was. Also, eigentlich steht es nichts an. Ja, alles gut. Ja, dann haue ich mich aus dem Auto heute. Hat mega Spaß gemacht. Bis heute, gerne wieder. Ich war noch mal bei Walger vorbei und frag das. Ganz entspannt. Ja, schön. Und wir hatten uns bei Google mit 5 von 5 Sterne. Okay. Oh, warte, hab ich in der Supra noch Waffen drin? Ich glaub in irgendeinem Auto hab ich sauviele Waffen drin. Ich weiß noch nicht, ob es die Supra war. Ne. Irgendwo hab ich Waffen eingelagert. Es war nicht so schlecht, mit mehr Waffen hinzufahren. Ich mach das jetzt aus, aus, aus rein Interesse raus. Und guck, ob da wer ist. Mal schauen. Ich meine, statt Mitarbeiter wieder Gangster zum Beispiel. Äh, ja, wäre möglich. Wäre möglich, stimmt eigentlich. Das haben wir ja irgendwann mal umgeändert. Würde ich auch mehr fühlen, muss ich dir sagen. Hä, hä. Ich bin aber gesagt. Ne, wir mal gucken, wie... Ich wollte schon den ganzen Tag das Auto ausfahren. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Aus Team Moon fahre ich jetzt das erste Mal richtig aus, weil mir vorkommt. Das Auto war übelst langsam. Aber mittlerweile... Ja, 277 sind drin. 28... Ja, es geht. Das ist ja schnellste Wagen, ne. Aber es reicht. Das hat voll tuned, ne. 277, 73... Hä? Na komm, ein bisschen schneller vielleicht, bitte. 271... Na komm. Na komm. Auf die 300 komm ich nicht mit der Kiste, das Gefühl. Auf die 300 will er nicht. Das mag er nicht. Oh, Alter. Ich hab eh schon vorhin einen Fleck drauf. Das ist irgendwie ein bisschen Rambazama machen vorne bei den Bikers. Ein bisschen Rambazama machen. Ein bisschen äh... der Kacke bauen und wegfahren. Da war er da. Da muss ich ganz schnell weg von dort. Oh nö, ist ja gar keiner mehr da. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Schau mal. Erst hinten parken sie vielleicht. Nee, niemand da. Das ist, das ist schade jetzt. Hätte ich schon mal gern, dass ein oder andere Auto sich da abgeknallt hat drin. Jetzt weiß ich, was ich als Nebenbeschäftigung jetzt immer machen kann. Schade, ey. Ja, das wird's geil gewesen. Hätte mich jetzt gefreut. Vielleicht, wenn sie rauskommen, hätten sie sich aufgeregt. Ja, wer ist denn das? Reco Junior. Danke für 10 Euro. Reco JR, wie auch immer. Scania V8. Wie geht es dir? Alles gut zum Geburtstag? Wann kann man sich bewerben und kennst du mich noch? Das sind alles Fragen, die halt mit einem Furz beantworten können. Vielen, vielen herzlichen Heizdarm dafür. Das war wirklich keiner mehr, ne? Ist ja offen. Nee. Warte mal, kann man reingucken, ne? Wer kann hier reingucken? Wer kann hier reingucken? Oben kannst du reingucken. Oben kannst du reingucken und nicht. Das ist fies. Mal zum Parkplatz. Vielleicht steht da einer. Hä? Ich will auf. Ich will auf. Ich schreien die auch am Parkplatz, schnell den Autos ab. Entschuldigung, aber mit voller Absicht, es tut mir voll leid. Ne, haben wir auch nicht mal ein Auto, das macht mich grad mad, alter. Oh, guck mal hier. Oh doch, hier stehen Bikes. Hier stehen ein paar Bikes, ich weiß nicht, ob die noch... Ui, hallo, was willst du denn für eins? Okay. Oh, da weiß ich nicht, ob der offen ist, ne? Warum verschlossen ist der verschlossen hinten? Der ist offen sogar, cool, aber ich kann nichts rein tun, tut mir sehr leid. Oh, ich könnte ja theoretisch... Ich lege dem ein Wasser rein. Der freut sich, wer das findet, der freut sich drüber. Weiß nicht, ob das den Balkan gehört, aber komm, ich hau jetzt mal. Komm. Dich hau ich um. Dich hau ich um. So. Reicht fürs Erste. Tschüss. Hallo, dann mal bitte kurz, dass du drunnen hörst du mir. Die muss jetzt mal bösen sein. Kommt mal vorbei, wir wollen vielleicht zurück, aber es macht mich schon sad, ey. Ich bin gerne, die scheiße Reifen zerschossen. Nächstes Mal einfach die Koppel der Straße mit Nagelbändern fett hinlegen. Einmal so ein bisschen, wir sind ja einfach so ein bisschen trollen auf die andere Weise. Einmal Nagelbänder auf die Straße, mal eben die reinfahren. Aha. X-Ven oder X, ne X-Seven. Guck mal, wie das gehört. Vorbauung verschlossen. Sehr schade. Mhm, hätte ich jetzt gerne geguckt, was da drin ist. Da stehen schon überall die Autos rum, ne? Du wirst schlafen, jetzt merkst du. Das sind alle, die Autos irgendwo stehen und dann verpissen sie sich. Auch Antidex stimmt. Ich bin ja nicht umsonst an. Also sie ist jetzt unterm Auto, das nervt mich ein bisschen, wegen dem Auspuff. Das ist ein bisschen langsam, könnte schneller sein. Ja, könnte ein bisschen, könnte ein bisschen lauter auch sein, ne? Er geht ja erst lauter, kommt mir vor. Ich würde das jetzt gar nicht. Oder? Ich würde das jetzt gar nicht. Äh, können wir mal irgendwann Anderroth einpacken? Was ist mit Anderroth einpacken? Wir gehen ja einfach mal einpacken und zur Redestellung. Wollten wir das? Genau. Ähm, Marc, wo bist du gerade? Hauptplatz, wo rum? Ach so, okay. Ähm, nee, sonst hätte ich gesagt, dass du dir mal das Anderwutze über Leute sagst von uns und mich drüber lustig machen, wenn wir einen Sprachfehler haben. Ach so. Ach so. Ach so. Äh, ist, äh, seht ihr gerade irgendwo den Anderwutze mitnehmen oder was? Nee, nee. Einfach mal irgendwann die Tage oder so. Ach so. Ja, das einpacken, irgendwann die Tage. Kann man sich nicht mehr verstehen. Ja klar, da rieb zu einer Fahrer, da muss ich mir Geld vorwett. Oh, ich habe eine richtig gute Idee. Ja, das haut hier gar nicht hin. Auf vorne haut es. Ah, nee, hier haut es auch nicht hin. Aber hier haut es hin. Hehehehe. O, wir sind fertig. 4 5 4 5 5 6 oh ja ist gut weiß nicht ob da wer drinnen war oder lustig es war sehr lustig es war sehr schön sehr schön 10 von 10 sterben ein bisschen krach machen da drinnen wahnsinnig fährt es sich ganz gut ne es ist nicht so schlecht aber es ist halt langsam für das was es ist aber jetzt habe ich zwei andere gefahren zu zeilen und finde ich ok aber das ist schon laut im komfort geht es hier erst lauter hat gar nichts mehr zu tun heute hat alles so lange gedauert diese zwei stunden nichts gemacht alter ist halt schade ne ich habe noch so viel mehr gemacht aber es ist schon wieder so spät dass keiner da ist 0 uhr was ist denn das morgen nicht vergessen aber macht spaß damit rum zu gucken fast 300 ganz kurz fast 300 ich habe gerade gesagt da unten fliegt schon wieder die tankstelle in die luft also ne ich bin damit rumgefahren ach Dieter Bohlen ist in Frust rausgelassen der 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 ein bisschen night drive gemacht also ich bin bei Biker vorbeigefahren wollte eigentlich dort ein paar Autos zu schießen aber ja ja die waren schon im Bett die waren schon im Bett leider die waren schon im Bett leider äh gotte Frage können wir uns die Tage drum um Underwood um den Völk ein bisschen bis Gott Sonjörn das ist halt sehr 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 merkwürdig aber ist egal scheiß drauf ich habe ein zweites Po-Loch da freue ich mich jetzt geht der Stuhlgang wesentlich schneller und komfortabler siehst du was Positives musst du auch sehen mit ihm ist wichtig ja immer das Positives immer das Positives aber lass mich raten das ist ähnlich von Ausgangsanderung für den Eingang oh ne ich war auch nur mit ihm im Krankenhauszimmer nein du hast dich auf mein Bett gelegen durchfallert wenn wir ehrlich hast du es getestet ist das zweite Po-Loch schon eingeweiht worden oh hallo hier sinkt das Niveau willkommen ich gehe jetzt schlafen ist das jetzt zu viel Nachti ich fahr zuhause ich wünsche dir was ich werde dann auf 3-0 bisschen was weitermachen vielleicht wenn es hinhaut ich bin aber eh nur 15 da ich habe mich gestern die Nacht wieder an 3-0 sehr viel weitergebracht ähm ey das ist so geil das neue Pflanzensystem ich schwöre euch ich habe gestern custom Pflanzen gemacht für 3-0 ne sooo schön alt das ist sooo schön ich finde scheiße dass ich es noch nicht zeigen kann aber ich glaube im Trailer werden wir ganz viele Sachen zeigen die halt neu sind und dann eben auch das es wird euch so umhauen es wird euch aus der Sockenwelt hier raus flitzen weil sag mal so Pflanzen muss man einfach schön erweitern weil auf 3-0 Pflanzen ist halt was spezielles ich habe jetzt erstmal einen Nieser gemacht perfekt danke Bruder danke für alle die Gesundheit sagen oder wenn wir uns was Besonderes einfallen lassen das sieht so geil aus ey oh 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 eyy oi ui bruder ha 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 jetzt noch etwas auf den ... auf einen Puppesau bitte ist das ein Cock super ja Ich weiß nicht, wer der Porsche da vorne ist. Danke an alle die Gesundheit schreiben. Vielen, vielen Dank. Ich habe gerade einfach so komplett random gemischt. Ich muss da nur rüber laufen. Was ist denn das für ein Fährter so komisch? Der fährt ja übelst komisch mit seinem Porsche, oder? Nur ein Elfer. So, ihr hübschen und schönen Menschen hier. Ich wünsche euch eine eingenehme Nacht. Schau, Karli. Ja, du hast die anderen wieder vergessen. Diskriminierung. Schau, wo kommst du jetzt her? Ich bin wegen der Zeit da. Ich habe sogar geschrieben. Ich habe das Gefühl, dass das ein Pediler ist, womit der fährt. Ich kann gut mithalten. Ich warte, bis es ihn überschlägt, oder so. Bis er einen Fehler macht. Er macht 100 pro gleich einen Fehler, oder so. Warum habe ich gerade so Spaß daran, dem nachzufahren? Einfach zu wissen, wer da drin sitzt. Moin. Ciao, ciao. Ich bin dran, Klee. Er kommt gar nicht weg. Supra ist da doch nicht so kacke. Oh, jetzt hat ein Unfall gebaut. Ah, der erste Unfall. Jetzt wird er langsam. Jetzt wird er langsam komisch. Jetzt, jetzt kribbelt's im Bau. Oh, jetzt kribbelt's. Jetzt wird er langsam unverantwortlich. Wir haben keinen Plan mehr vor mir fährt, aber... Ich will's wissen. Wir lieben's wissen. Wir lieben's wissen. Wir lieben's wissen. Da ist wirklich mega Stress, weil der Kumpel zählt. Oh, jetzt ist er schneller. Jetzt ist er schneller. Aber merkt ihr wie die Supra vom Handling her ganz geil ist eigentlich? Ist wirklich ganz geil. Ich kann gut mithalten. Ein langsam und schlechtes... Der Porsche von so einem Handling-Monster sein, sagen sie ja, ne? Oh, das ist ja da kleiner vor mir. Das ist kacke. Oh, das ist sogar für ein Kartell. Wie viele Probleme ich hier verfolge. Anbauen zu gehen? Ich glaub wirklich, dass er vor mir den Kopf fährt, der grad um sein Leben fürchtet. Oder das ist einfach ein Einwohner. Der ich einfach verfolge und er checkt selber nicht. Ja, ich glaub das ist Kartell. Nicht alle auf einmal wieder. Ah, wir sind das Kartell! Können wir uns gleich Koffer noch hinstellen? Dann schau, wir... Guck, haben wir gesehen? Haben wir gesehen, wie der reingefahren ist? Und vor uns stand, dass das goldene Auto steht? Kannst du mal Richtung Palito kommen, wenn der Koffer... Also ich sag, ich hab jetzt das Schatzverfahren nachgefahren. Ja, ich ziehe auch mal ne Maske auf das Auto, so wissen, dass ich da drunnen sitze. Ja, ich würde dann hochfahren. Ey Leute! Alles gut! Alles gut, ey Leute! Nimm mal runter, alles gut! Ja, was soll das? Ich dachte wir fahren Rennen, jetzt wirklich. Weil wir sind... Ich dachte eher... Ich wollte euch nicht verfolgen, ich wollte... Alles gut, ich hab nur gedacht, das ist ein geiles Rennen, so und auf einmal fährt er dann die Gaste rein. Ich dachte, das wäre ein Cop oder so. Ich hatte... Ich hatte ein bisschen Schiss vorher... Oder wollte anbauen, dann können wir euch auch ein bisschen... Ja, gewisse Personen am Hauptplatz waren, die ich gesehen haben... Nein, nein, nein... Danach kamen sie... Ja... Alles gut, alles gechillt. Alles gut, alles gut. Aber ey, ich hab gedacht, ich fahr mal hinterher, ich wollte nur mal wissen, wer da so drin sitzt, weil... Das war grad richtig lustig zum Fahren, so ne? Ich dachte, das ist schon so ein Cop oder sowas. Ja, das war schon nice. Ne, ich hatte... Ganz ehrlich, ich hatte schon ein bisschen Schiss. Ne, alles gut. Du, ich wollte nur ein bisschen Spaß haben jetzt am Hauptplatz. Da dachte ich mir so, ah, das ist ein Porsche. Ich fahr mal ein Rennen, weißt du, dass ist er weggefahren? Da dachte ich mir so, hm, wo fährt der hin? Da fahr ich ihm nach und auf einmal fahren wir so Rennen-mäßig, ne? Dann seh ich, oh, der biegt da ein. Ja, alles gut. Ja, wie gesagt, ähm... Ich dachte, wenn's... Hätte ich das gewusst, wäre das alles kein Problem gewesen. Aber ich dachte halt wirklich, dass ich... Ne, aber nicht, dass ihr denkt, ich hab mich verfolgt oder so. Jetzt bin ich nochmal zurückgefahren. Nicht, dass ihr irgendwie... Also in den Hals kriegt oder so, aber... Ne, ich hatte... Ne, ich hatte wirklich ein bisschen Schiss gehabt. Nicht ehrlich. Naja, ich wollte mal Rennen fahren, aber ey, der Porsche, ähm... Ich konnte gut mithalten. Ich dachte, der fährt sich schneller, der Porsche, als hier. Ne, der ist nicht schnell. Der ist leider Gottes nicht schnell. Er ist zwar in Kurvenlage alles super, aber sonst ist der nicht schnell, ne. Okay. Da kann die Supra leicht mithalten. Okay. Ja. Aber war auf jeden Fall ein lustiges Hatzel. Jetzt am Abend dachte ich mir so, komm. Ja, gut. Hätte ich das gewusst, ne. Dann hätte ich... Nein, nein. Das ist alles gut. Ich hab... Ich hab nicht gewusst, wer vor mir ist. Ich wollte nur wissen, wer das ist, weil es war lustig zum Fahren gerade. Die Strecke. Ja. Gut. Dann schönen Abend noch. Ja, genau. Eventuell vorher schreien. Ja, was soll ich denn sagen, wenn der vor mir fährt? Ich... Ich wusste auch nicht, ob das ein Cop ist oder so, ne. Weil auf einmal, äh, fährt der weg. Ich bin fast in den Cop reingefahren. Mach so. Wo ich doch in die Kurve beim Kleidungsladen bin. Nein. Ich hab nämlich das Kennzei noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, was da drauf stand. Ich bin immer... Äh, bei mir steht WhatsApp drauf. Ne, ich bin immer auch so, so weit hinten, falls ich nicht gesehen hab, wer da drin sitzt in so, ne. Da kann der immer so aus dem Cop nicht... Ne. Wär es ein Cop gewesen, dann hätte ich vielleicht was anders gemacht. Ich hab nen Kopf fast weggerammt. Mhm. Also, am Kleidungsladen und nen Hauptplatz. Ah, ja. Warum nur fast? Ähm, weil ich noch ausweichen konnte. Ich wünsche einen schönen Abend. Ja gut, ebenfalls. Ja, genau. Gleichfalls. Tschö. Ey, ich glaub grad nicht, was mir passiert ist. Ich hab, ich hab grad random just for fun so nen Porsche 11 verfolgt. Äh, wir sind grad wirklich über Stock und Steigen gefahren. Auf einmal biegt er in die Kartellstraße ein. Karteller steht schon vorne mit ner UC geladen. Ich hab mit ner Ausgestieg und gesagt, ich bin nur, ich wollt nur Rennen fahren. Ja, das ist verstanden. Ja. 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 Na, na, aber ich fand's so lustig. Die sind in die Kartellstraße eingebogen und einer hat sich schon hingestellt mit UC mit Uhus vorne. Hat schon auf mich gezielt so. Ja. 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 Na ja. Aber alles gut war lustig. Wenn sie alleine sind, dann können sie auch nix. Ja. Ja, das war aber trotzdem lustig. Damit die Sache jetzt nicht da sieht, dass ich da drinsitzt, ne? Na, schauen wir, wie erwartet. Der Schnuggel. Der wartet doch, wenn ich da einparken, ne? Aber weißt du was? Das gönne ich ihm nicht. Ich ziehe jetzt nämlich meine Maske auf. Ja, ja, ja. Die ziehe ich jetzt auf für den Schnuggel. Irgendwie den Schnuggel aufgezogen jetzt. Wenn mich fragt, ob ich da drin gesessen bin, sag ich, nee, war wer anderes. Das war nicht ich. Das war Peter Zweigertz, der Steuerberater. Steuerenderzieher. Peter Zweigertz, der Steuer... Ne, Steuerberater ist das, ne? Steuerenderzieher Peter Zweigertz im Fernsehen. Ne. Ja, Steuerenderzieher wäre natürlich lustig. Der kochen will zwei, drei Kocher passen. Ja, war das nicht aber wirklich. Ich fick gleich einem den Standort, dann. Nein, nein, nein. Wir passen. Wir passen. Das ist gut. Zack, zack. Okay. Nochmal Spaß gehabt jetzt am Ende. War schön. Er braucht ein... Ja, was sind das Kartell? Stinger für Mitglieder. Ja, was sind das Kartell? Dieses... Wisst ihr, wo das herkommt mit dem... Ja, was sind das Kartell? So ein Typ von der Feuerwehr, wo ich so im Noclip war, hab ich so ein bisschen geguckt, was die Leute gemacht haben als Admin. Und das war auch on-stream. Und er hat sich halt so aufgeregt, dass die sich so aufgespielt haben. Ja, wir sind das Kartell. Da hat er halt so nachgemacht, ne? Und da kommt das eigentlich her. Das kommt gar nicht von uns. Das kommt vom FD, kommt das. Von einem vom FD. Ist so nachgespottet. Ja, wir sind das Kartell. Und ja, wir machen mega fette Party. Das hat sich so zerschallert on-stream. Das sind immer, wenn das Kartell gibt. Ja, wir sind das Kartell. Ich muss immer an den Typen denken, wie er das verspottet hat. Dann denkst du, das FD. Ja, das... Das hat er sogar zergehen lassen. Das, wer das FD schon Probleme hatte. Hatten wir schon mal Probleme mit dem FD? Ich weiß gar nicht. Ey, da kann man rein. Ja, hallo, da kann man rein. Na, hallöchen. Was man nicht... Ey, das ist ne neue Location. Ich hab die noch nie gesehen. Jetzt weiß ich, wo wir ein Getaway machen können. Hier rein. Auf nie mal wiedersehen. War das Darren? Beim AMR? Was finde ich Darren? Weil das würde zu Darren eigentlich passen. Weil Darren sich immer gerne... Heute hat er sich ja auch aufgelegt, ne? Es würde zu Darren... War das nicht Darren? Der damals da drin war? Das müsste FD oder AMR gewesen sein. Eins von beiden. Kann sogar sein, dass er das war. Ich weiß, aber... Ich kenn Darren nur als Cop irgendwie. Ich tue mir da voll schwer. Ja. Das kann schon er gewesen sein, ja. Ah, wer sind das Kartell? Das wäre so lustiger. So, Bilal Fardau. Danke für 2,49. Vielen Dank. Anthony Love. Super. Danke für 1,01 €. Tim Lukas. Danke fürs Sippwerden. Max. Ich habe seit einem Minute gewusstes mal vorgelesen. Genau. Alles Gute im jetzigen... Genau. Im jetzigen Stadion. Yes. Sports. Danke fürs Sippwerden. Vielen Dank. Ähm... Ich glaube, ich habe es uns eh alles vorgelesen, ne? Im Mutsch mit dem auch vorgelesen. Ja, ich habe alles vorgelesen. Hoffentlich mal. Von oben nach unten. Yes. So sieht es aus. Alles gut. So, ähm... Ich bedanke mich. Für alle, die dabei waren heute. Leider etwas sehr viel lange rumgekackelt. Im... 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 Im AMR. Im MD. Aber egal. Passiert. Ich hatte heute jedenfalls sehr viel Spaß trotzdem. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich, äh... Morgen wieder. Genau. So ist es. Morgen oder übermorgen. Aber jetzt ist es schon 0 Uhr 39. Äh... Je nachdem, wie es nimmt, ne? Gut, Leute. Ja. War aber... Ist mit einem zweiten Teil, glaube ich, vom AMR gewesen. Ja, ja, ja. Aber stimmt. Das kommt auf einer Stimme nach. Darin. Hat es nach Darin geguckt? Stimmt schon. Das kann Darin. Aber weißt du, Darin regt sich immer auf. Weißt du, das passt einfach so gut zu ihm. Also wenn er es wirklich war, umso lustiger ist es. Was ist denn das? Hey, wir waren ja fette Party. Man muss den Clip irgendwo mal raussuchen. Gut, Leute. Ich wünsche euch eine wunderschön gute Nacht. Und... Jo. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Kuss, Kuss und...